So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind im Studio und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Lars Feld. Was machst du, Lars? Ich bin Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Freiburg, Direktor des Walter-Eucken-Instituts und bin und war in verschiedenen Beratungsfunktionen aktiv, zuletzt im Sachverständigenrat für Wirtschaft. Dass der Gemeinhin als der Rat der Wirtschaftsweisen benannt wird. Da warst du sogar Chef jetzt. Ich war zuletzt sogar der Vorsitzende für das letzte Jahr meiner zehnjährigen Mitgliedschaft. Ist das immer so, dass man im letzten Jahr Chef ist? Nein, der Vorsitzende wird von den Mitgliedern des Sachverständigenrates gewählt und die haben mich voriges Jahr gewählt. Aber das sind doch nur fünf Mitglieder. Also gibt es dann so eine Fünferrunde oder was? Ja, es gibt eine Fünferrunde. Das ist auch im Gesetz so festgehalten, dass die Mitglieder aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende wählen. Wie hast du dich überzeugt? Hast du einen Wahlkampf gemacht dann noch? Nee, brauchte ich nicht. Also ich war ja schon lange Zeit mit drin und zuständig gewesen für die Finanzpolitik, was immer auch heißt, wenn man weiß, was da alles in der Finanzpolitik passiert, dass auch die europapolitischen Fragen, die sozialpolitischen Fragen, die haben da alle angedockt. Das heißt, ich habe so im Kerngeschäft des Sachverständigenrates relativ viel gemacht und dann haben sich die Mitglieder auch für mich entschieden. Sind die Wirtschaftsweisen eigentlich der Olymp für die deutschen Ökonomen oder als deutscher Ökonom? Also kann man, wenn man da hingekommen ist, hat man es geschafft? So kann man das nicht sagen. Man muss schon deutlich feststellen, dass sich in meinem Fach in den Wirtschaftswissenschaften ja eine starke Forschungsorientierung, dass die besteht, die hat immer schon bestanden, aber sie ist vor allen Dingen mit der Internationalisierung der letzten 20, 30 Jahre immer stärker geworden, sodass der eigentliche Olymp ist der Nobelpreis und nicht die Wirtschaftsweisen in Deutschland. Aber für die wirtschaftspolitische Beratung ist es wohl das wichtigste Gremium, das wir in Deutschland haben. Warum gibt es eigentlich sowas nicht für Europa, wenn wir eine europäische Wirtschaftspolitik brauchen? Es gibt einerseits in Europa in verschiedenen Ländern solche Räte, die zum Teil nach dem Vorbild des Sachverständigenrates gegründet worden sind, beispielsweise in Dänemark. In Frankreich ist es anders. Da wird mit jedem Regierungswechsel dieses Gremium auch ausgewechselt. In kleineren Ländern gab es das so nicht, aber mit der Vorgabe, ich glaube die ist aus der Sixpack-Regulierung, einen sogenannten Fiskalrat zur Begutachtung der Finanzpolitik einzuführen, haben manche Länder die Gelegenheit genutzt und dann gleich ein Gremium mit einem breiteren Mandat gegründet, ähnlich dem Sachverständigenrat. Also beispielsweise Spanien hat das gemacht. Aber braucht es sowas? Ich meine, könnte es nicht so einen Rat für die europäische Gesamtwirtschaft geben? Mit einem Deutschen, einem Spanier, einem Italiener, einem Griechen? Das könnte es durchaus geben und wir haben ja auch einen europäischen Fiskalrat, der also dort nochmal spezifisch auf EU-Ebene an der Kommission angedockt, die Finanzpolitik in den Mitgliedstaaten begutachtet. Aber die EU ist ja nochmal ein seltsames Gebilde. Sie ist kein Bundesstaat, sie hat Staatlichkeit nicht im engeren Sinne, ist so ein Konstrukt zwischen Bundesstaat und Staatenbund. Das Bundesverfassungsgericht sagt immer Staatenverbund, um das irgendwie zu erfassen und von daher ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ob es so ein Gremium braucht, ich finde es nützlich, das ist aber kein Wunder. Ich war ja auch Mitglied. Aber trotzdem ist es ja so, wenn ihr euch da euer Gutachten gemacht habt, das hat ja nicht zwingend Auswirkungen gehabt. Also theoretisch hätten alle Regierungen immer sagen können, Lars, danke für euren Rat, aber we choose to ignore it. Ja, im Grunde kann das jede Regierung sagen, wobei vollständig ignorieren kann sie es nicht. Auch das steht im Gesetz, dass im Jahreswirtschaftsbericht, der dann drei, vier Monate später kommt, naja, eigentlich Januar, zweieinhalb später kommt, die Bundesregierung Bezug nehmen muss auf das Jahresgutachten des Sachverständigenrates, in welcher Form auch immer. Und jedenfalls heißt das dann, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien, die für die Wirtschaftspolitik zuständig sind, Teile des Gutachtens zumindest gelesen haben müssen. Aber an wen übergebt ihr das dann immer? An Merkel oder an Altmaier? Nein, an die Kanzlerin. Die liest das ja nicht, oder? Ich glaube nicht. Warum denn übergeben? Naja, weil das halt eben ein entsprechender Pressetermin und ein Akt ist, der dann immer stattfindet. Aber es ist dann quasi eine Täuschung der Öffentlichkeit? Naja, das liest die Kanzlerin ja eh nicht. Die Kanzlerin liest es nicht, aber ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lesen es und müssen auch ja schon den Sprechzettel für diesen Termin vorbereiten. Und wir haben im Sachverständigenrat so in der Jahreschoreografie sozusagen typischerweise im März oder April nochmal ein Mittagessen mit der Kanzlerin und Teilen des Kabinetts, um dann mit etwas Abstand und Ruhe über das Jahresgutachten und die im Frühjahr für das dann laufende Jahr anstehenden Herausforderungen zu reden. Gab es dann auch ein Mittagessen jetzt während der Pandemie? Nein, während der Pandemie nicht. Da fand dieses Jahr eine Videokonferenz statt. Vergangenes Jahr haben wir die Videokonferenz ein bisschen später gemacht, weil die Pandemie ja im März richtig zuschlug. Aber in den Jahren davor war das der Fall. Was gibt es denn da zum Essen? Auch unterschiedliches. Kocht sie oder kocht sie? Nein, sie hat ja eine Küche, die das vorbereitet. Also im Kanzleramt, dann hätte er gesagt, dass sie das privat macht. Nein, nein, nein. Das ist im Kanzleramt mit Teilen des Kabinetts und es ist dann jedes Mal so, dass die Küche des Kanzleramtes uns betreut sozusagen. Man kann aber nicht sagen, dass auch die Minister, die dann immer wieder dabei sind, die sind bei dieser Runde dabei und sie sind auch bei der Übergabe des Jahresgutachtens dabei, dass die das nicht lesen würden. Wir haben mal zu Wolfgang Schäuble gesagt, ob seine Mitarbeiter ihm denn unsere Vorschläge zur Finanzpolitik und Europapolitik nahegebracht hätten. Dann hat er in seiner typisch schroffen Art hochgeschaut und gesagt, wie die Mitarbeiter, ich habe das selber gelesen. Die Wirtschaftsminister, die du erlebt hast in deiner Funktion, Brüderle, Rösler, Altmaier, Gabriel, wer war der Beste? Oder wer hat er am meisten angenommen? Boah, das kann ich nicht sagen. Also alle vier, ja, die Wirtschaftsminister, wenn man sich genau anguckt, was die Zuständigkeiten des Wirtschaftsministeriums sind, dann haben sie ja in normalen Zeiten eigentlich vor allem die Aufgabe, Subventionen zu verteilen. Sie sind auch zuständig für die Wettbewerbspolitik und sie haben die Grundsatzabteilung, wo sie dann immer die ordnungspolitische Fahne hochhalten. Aber wenn man genau hinschaut, ist das Finanzministerium, was wirtschaftspolitische Weichenstellungen anbetrifft, wichtig. Ja, ich weiß, aber das Finanzministerium ist wichtiger für die Wirtschaftspolitik allgemein. Weil wenn man Wirtschaftspolitik effektiv machen will, braucht man Geld und das Finanzministerium setzt hier die wesentlichen Eckpunkte. Braucht es ein Superministerium vielleicht, so aus Finanz- und Wirtschaftsministerium? Nun, ich fand das Superministerium Wirtschaft und Arbeit unter Wolfgang Clemens sehr zielführend. Man darf ja das Arbeitsministerium nicht vergessen, das BMAS verantwortet ja den größten Teil des Bundeshaushaltes und ist sowohl für den Arbeitsmarkt als auch für die wichtigen Sozialpolitiken zuständig. Das muss man immer im Kopf behalten, das sind ganz wesentliche Teile der Wirtschaftspolitik, die dann eben auch nicht im Wirtschaftsministerium angesiedelt sind, normalerweise, wenn man nicht so ein Superministerium hat. Aber vielleicht ist so eine Aufspaltung auch gar nicht so schlecht, also Arbeitsministerium übernimmt dann so ein bisschen auch die Interessen der Arbeitnehmer, Wirtschaftsministerium, die Interessen der Arbeitgeber. Also Altmaier hat ja am Freitag ja gesagt, ich meinte so, ich vertrete die Interessen der Wirtschaft. Naja, die Interessen der Wirtschaft, ich versuche da auch immer zu differenzieren und zu sagen, mir geht es um die gesamte Wirtschaft, nicht um die Arbeitgeber oder die Arbeitnehmer oder es sind besondere Interessengruppen, sondern ich habe immer versucht, Volkswirtschaft ist so ein altertümlicher Name. Früher hieß das mal Nationalökonomie, es ist auch ein komischer Name und deswegen sagt man lieber Wirtschaft, wenn man es im Deutschen sagt. Aber es geht um die ganze deutsche Volkswirtschaft und europäische Volkswirtschaft. So, jetzt bist du ja nicht mehr wirtschaftsweise, wie sieht es mit dem Nobelpreis aus? Den gibt es ja eigentlich nicht, ne? Der wird ja nur so genannt. Ja, wenn man es genau nimmt, ist es ein Preis der Bank of the, der schwedischen Nationalbank, der schwedischen Riksbank, so heißt sie ja. Aber ist so angedockt, dass es mittlerweile als Nobelpreis akzeptiert ist. Und wie sieht es da aus? Hast du Chancen? Nein, ich bin ja sehr dezidiert in Richtung Wirtschaftspolitik gegangen. Dann hat man einfach auch nicht die Zeit dazu, dem Maße zu forschen und auch Grundlagenforschung zu betreiben, dass man überhaupt eine Chance hätte auf den Nobelpreisen. Dann muss man auf der anderen Seite auch sehen, ohne einen Hintergrund an einer amerikanischen Universität ist es sehr schwer, den Nobelpreis zu bekommen. Naja, die amerikanischen Universitäten bieten so viele Freiräume für die Forschung, sind immer vorne dran an der vordersten Front und bieten damit auch ganz andere Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Das hört sich nach dem Auftrag für europäische Universitäten und auch deutsche an. Ja, ja, im Grunde ist das schon so. Es ist immer ein bisschen schwierig. Das amerikanische System kann man nicht einfach in Europa einpflanzen. Wir haben das ja in Deutschland lange diskutiert. Dann kam die Exzellenzinitiative raus, mit der man versucht hat, mehr Exzellenz zu erreichen in unterschiedlichen Wissenschaften. Und die deutsche Forschungslandschaft ist auch nicht schlecht. Das kann man bei weitem nicht sagen. Aber in den Wirtschaftswissenschaften haben wir da sicher weiterhin Nachholbedarf gegenüber den USA. Wo hast du denn studiert? Ich habe in Saarbrücken studiert, an der Universität des Saarlandes. Und habe dann in St. Gallen promoviert, was ja im Grunde auch noch zum Studium dazu zählt, das Promotionsstudium sozusagen. Bist du ein Saarländer, kommst du aus dem Saarland? Ja, ich komme aus dem Saarland. Wo bist du da aufgewachsen? In der Nähe von Saarbrücken. Ich bin in Saarbrücken geboren. Neben Oskar Laufontäne? Neben kann man nicht sagen. Aber Oskar Laufontäne kommt ja eigentlich aus der Gegend um Saarlöwe. Ich kenne mich nicht so gut aus. Okay, geografisch. Das ist so die Grenze zu Luxemburg, Richtung Trier. Da kennt doch jeder jeden, oder? Es ist schon so, dass bei dieser Kleinheit des Saarlandes mit weniger als einer Million Einwohner man sehr schnell einen Bekannten oder eine Bekannte findet. Kennst du Oskar? Ich habe ihn kennengelernt. Ich war früher ja mal SPD-Mitglied und war auf Landesparteitagen und Ähnliches und habe auch Oskar Laufentäne kennengelernt. Wie bist du denn in der SPD gelandet? Ich stamme aus einer traditionsreichen SPD-Familie. Mein Urgroßvater war Gründungsmitglied der SPD im Saarland, war vor dem Zweiten Weltkrieg kurze Zeit Bürgermeister einer Gemeinde, wurde aus diesem Amt entfernt nach dem Anschluss des Saarlandes 1935 nach der Abstimmung und nahm aber diesen Job dann wieder auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg, noch eine gewisse Zeit sogar während der französischen Verwaltung, bis das Saarland dann wieder in die Bundesrepublik zurückkehrte und er blieb Bürgermeister bis Anfang der 1970er Jahre. Und da gibt es sehr viele Fortsetzungen bei weiteren Verwandten in der nächsten Generation, beispielsweise mit Alvin Brück, der vor einem Jahr verstorben ist, erst einen früheren parlamentarischen Staatssekretär im Entwicklungshilfeministerium, wie das da noch hieß. Warum bist du auch eingetreten? Ja, das war so diese familiäre Bindung und damals gab es den NATO-Doppelbeschluss und ich war sehr friedensbewegt und fand es dann die richtige Entscheidung. Ich habe zwar damals geliebäugelt, mich zu den Grünen zu bewegen, aber die Familie hatte doch einen großen Einfluss auf mich und hat mir die SPD näher gebracht. Und dann bin ich irgendwann wieder ausgetreten. Wann dann? Als ich aus der Schweiz zurückkam. Ich bin 2002 aus der Schweiz zurückgekommen, also als ich die Professur an Marburg übernahm, habe mir das ein halbes Jahr angeguckt und war 2003 raus. Aber das war doch gerade die Zeit, wo der Superminister gewütet hat. Das war doch eigentlich genau dein Ding, oder? Mir hat das damals nicht gereicht. Da war ich auch noch jünger, vielleicht ein bisschen radikaler, was die Wirtschaftspolitik anbetrifft, als heute. Agenda 2010 war dir nicht radikal? Ging mir nicht weit genug, genau. Vor allen Dingen, was den Hintergrund der Sozialdemokraten anbetrifft, ich habe damals im Grunde erwartet, dass es der SPD nicht gelingen wird, sich aus der Nähe der Gewerkschaften so zu entfernen, dass sie nicht wieder den Weg zurückgeht. Und das hat sie ja jetzt auch gemacht. Was war das Problem mit den Gewerkschaften? Nun, meines Erachtens hatten wir ja schon in den Jahren zuvor bei großer Tarifbindung in Deutschland, also bis in die 80er Jahre, Anfang 90er Jahre hinein, im Grunde einen impliziten Mindestlohn durch das, was die Tarifverträge vereinbart haben. Und das hat gerade im unteren Lohnbereich zu Arbeitslosigkeit geführt und dazu geführt, dass die Arbeitslosen mit geringen Qualifikationen auch kaum mehr in Jobs kamen. Und das ist meines Erachtens der falsche Weg. Aber wo war dir die Agenda 2010, mal konkret zu werden, nicht radikal genug? Wo hättest du gesagt, da hätten wir das konsequente Angegen? Ich hätte bei der Arbeitsmarktregulierung noch mehr gemacht. Wir haben ja im Hinblick auf verschiedene Elemente des Kündigungsschutzes zwar Öffnungsgesetzgebung bekommen, wenn man an Leiharbeit, Zeitarbeit beispielsweise denkt, da gab es Erleichterungen und ähnliches. Aber es waren nur geringfügige Dinge. Im Kern ist das deutsche Kündigungsschutzrecht immer noch relativ restriktiv. Und wir können im Unterschied zu Italien beispielsweise froh sein, dass unsere Arbeitsgerichtsbarkeit diese Fälle schnell entscheidet und die Arbeitgeber deswegen rasch wissen, woran sie sind. Du hättest dir eine verstärkere High-and-Fyre-Mentalität gewünscht? Ich würde nicht sagen... Dass die Arbeitgeber ihre Leute schneller feuern können und einstellen können? High-and-Fyre spricht das amerikanische System an. Was mir vorgeschwebt hat, sind die Flex-Security-Modelle, wie wir sie in der Schweiz und in Dänemark haben. Auch zwei ganz unterschiedliche Systeme, wenn man es sozialpolitisch betrachtet. Dort hat man eine sehr flexible arbeitsrechtliche Situation und dafür eine höhere Absicherung für diejenigen, die arbeitslos werden. Was hieße das denn, wenn das in Deutschland gekommen wäre? Man hätte viel radikaler umstellen müssen im Grunde, das System umstellen müssen. Auf der einen Seite heißt ja Flex-Security, dass das, was wir an Absicherung bekommen müssten, für Arbeitslose höher wäre. Also nicht 67 Prozent oder 60 Prozent, wenn man unverheiratet ist, der letzten Löhne, die man verdient hat und der letzten Gehälter, sondern höher. Die Schweißer zahlen über 80. Und auf der anderen Seite, also es wäre insofern teurer geworden, und auf der anderen Seite eine deutliche Flexibilisierung bei den vertraglichen Regelungen. In der Schweiz hat man typischerweise drei oder sechs Monate Kündigungsfrist. Bist du schon mal gekündigt worden? Nein, nie. Ich bin nie gekündigt worden. Ich habe zwar immer so kleine Jobs während des Studiums gehabt, aber da geht man ja als Student immer nur als geringfügig Beschäftigter und da ist Kündigung nicht wirklich ein Thema. Und auf der anderen Seite, wenn man dann irgendwann mal im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, ist man nicht von Kündigung bedroht. Warst du nie arbeitslos? Nein, nie. Muss man das vielleicht mal sein, um die Situation für Arbeitslosen zu kennen? Oder ist das kein Faktor in der Wirtschaftswissenschaft? Ich glaube, es ist allgemein kein Faktor, dass man in einer Situation gewesen sein muss, um über diese Situation oder diese Rahmenbedingungen Analysen durchführen zu können. Und herauszufinden, was vernünftig ist oder nicht. Das wäre ja noch schöner, wenn jeder zuerst einmal alles durchlaufen haben müsste, um dann nachher in irgendeiner Form vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Das gilt für die Politik ja genauso. Ja, da gibt es auch immer den Vorwurf, der hat noch keinen Tag gearbeitet, Jens Spahn sitzt, seitdem er im Windeln ist, schon im Bundestag. Das halte ich für falsch. Ich halte also denjenigen, die diese Stimmen aus der Wirtschaft immer wieder antönen, auch gerne entgegen, sie sollten doch nochmal ein bisschen genauer überlegen, was das Prinzip der Arbeitsteilung bedeutet. Jemand, der Berufspolitiker ist und es ein bisschen die Spitze schafft, hat sicherlich gewisse Vorteile, Politik zu machen im Vergleich zu anderen. Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern gemacht? Mein Vater war Kreditsachbearbeiter auf einer Bank in Saarbrücken. Nein, das war die frühere Röchling-Bank, die dann irgendwann von der Bayerischen Vereinsbank und dann von der Hypo-Vereinsbank übernommen worden ist, die ja dann mittlerweile bei Unikredit ist. Also das ist die Geschichte dieser Bank. Da hat er gearbeitet zunächst als Kreditsachbearbeiter und hat sich dann aber auch weiterentwickelt und war irgendwann für die Abwicklung von Insolvenzen zuständig. Bankkaufmann mäßig. Genau, er war Bankkaufmann. Meine Mutter war Sekretärin und Hausfrau. Oder ist es, also ich meine, sie ist jetzt in Rente. Und war das, ich weiß noch, Hans-Werner Sinn hat, hat erzählt, das hat mich beeindruckt, dass er der Erste in seiner ganzen Straße, nicht nur in der Familie, sondern in der ganzen Straße war, der Abitur machen konnte. War das bei euch auch was Besonderes? Weil ich gehe davon aus, dass du Abitur gemacht hast. Klar, ich habe Abitur gemacht in einer benachbarten Gemeinde in Illingen und kann aber jetzt nicht sagen, dass Abitur völlig fremd war. Der Bruder meines Vaters, mein Onkel, hatte studiert und war Oberstudienrat im Sauerland. Also auch schon der Zeit, in der ich Jugendlicher war und das dann miterlebt habe. Ich habe mich dort auch teilweise auf mein Abitur vorbereitet. Der war Geschichtslehrer und ich hatte Geschichteleistungskurs, das war ganz günstig. Warst du ein guter Schüler? Ja. Es ging gut, aber nicht sehr gut. Leistungskurse neben Geschichte? Deutsch-Englisch. Ihr hattet drei Leistungskurse? Wir hatten drei Leistungskurse, Deutsch-Englisch-Geschichte und die mündliche Prüfung in Mathe. Gab es nicht Wirtschaft oder so? Nein. Hatten wir aber. Wäre das damals nötig gewesen? Och, das weiß ich nicht. Wir hatten ja damals eine ganz andere Zeit. Du weißt ja, ich bin jetzt 66er Jahrgang, also habe 85 Abitur gemacht und da hatte man die Ausdifferenzierung in dem Maße noch nicht. Also wir haben schon die ersten Informatikklassen gehabt damals an unserer Schule. Und zum Rückblick auch mit der Erfahrung meiner Kinder an verschiedenen Standorten, muss ich sagen, dass es eine ziemlich fortschrittliche Schule sogar gewesen ist. Ich glaube, dass die Wirtschaft noch ein bisschen früher eingeführt hätten, wenn man sie ihnen nahe gebracht hätte. Aber da sind erst so die Wirtschaftsgymnasien und Ähnliches gegründet worden im Saarland. Was ist als Schüler aktiv? So in der Schülervertretung oder Schülerzeitung? Ich war Chefredakteur einer Schülerzeitung, genau. So in der Schlussphase meiner Schulzeit und war auch ansonsten dort in der Schule ordentlich aktiv. Und ich finde, so wie sich das eigentlich gehört, deswegen bedauere ich im Moment diejenigen, die unter Corona diese Art des Lebens nicht haben. Ich habe es halt versucht, auch krachen zu lassen in den letzten Jahren dort. Was heißt das? Ich habe schön gefeiert. Auch mal so zu doll, sodass die Polizei gekommen ist? Oder kommt die im Saarland nicht? Die kommt im Saarland durchaus auch, aber so gewaltig war das da noch nicht. Also auch vor allen Dingen, weil Nachbarschaften noch nicht so, wie soll ich sagen, so empfindlich waren und dann gleich die Polizei gerufen haben. Also das ist ja heute auch nochmal anders. Ah, echt? Ja, ich habe schon noch den Eindruck, dass sich da in der Zeit ein bisschen was geändert hat. Also dass Nachbarschaften, wenn Ruhestörung da ist, relativ rasch die Polizei rufen und mit der hohen Seite für Zeigefinger dastehen. Aber wenn bei dir in der Nachbarschaft die Jugendlichen heute feiern, dann bist du liberal. Ich bin liberal, muss ich auch sein, weil wenn meine Kinder sturmfrei hatten, bei uns zu Hause in Freiburg, dann haben sie ordentlich gefeiert und wir bekamen dann hin und wieder mal Anrufe, wenn wir in Urlaub waren oder so. Und hast du denn schon vor dem Abitur oder mit dem Abitur gewusst, dass du in die Ökonomie willst? Überhaupt nicht. Ich habe das angesichts dessen, was wir jetzt gerade besprochen haben, der Tatsache, dass ich ein bisschen viel auch gefeiert habe in der Zeit, versäumt, den Wehrdienst zu verweigern. Also ich habe mich einfach nicht darum gekümmert und bin dann einberufen worden, allerdings auch erst relativ spät, nämlich nicht zum 1. Juli nach dem Abitur, sondern zum 1. Oktober mit 15 Monaten Wehrdienst. Und die 15 Monate habe ich auch absolviert, sodass ich relativ spät ins Studium gegangen bin. Ich habe die 15 Monate deswegen absolviert, bin ich früher raus, man hätte ja Urlaub aufsparen können und nach 12 Monaten raus und dann ins Studium und so. Du hättest ja auch reingehen können, sowas bei Hans, der gleich eure Fragen am Ende des Interviews stellt, der ist rein, hat dann am Anfang verweigert und ist dann noch ein paar Monate wieder raus. Ja, ich weiß nicht, ob ich dazu nicht den Mut hatte oder aus welchen Gründen auch immer, habe ich das nicht gemacht. Du hast es verschwitzt zu verweigern. Warum wolltest du überhaupt verweigern? Ich war Anfang der 80er friedensbewegt und bin dann weg. War es? Bist du es nicht mehr? Heute sage ich, dass meine Opposition zum NATO-Doppelbeschluss ein Fehler war. Ich würde das nicht mehr machen. Können wir gerne mal besprechen. Gerne. Ja, und natürlich ist das dann auch im Zuge des Älterwerdens, Anfang der 80er, wenn man es aufs Abitur zugeht und andere Prioritäten gesetzt werden, treten solche Dinge auch mal in den Hintergrund. Das kann passieren und so ist es bei mir gewesen. Und dann kam der Brief vom Kreiswehrersatzamt und du so aus allen Wolken gefallen? Ich hatte eigentlich immer noch die Hoffnung, dass ich vielleicht sogar untauglich wäre, aber dann musste ich zur Bundeswehr, bin dann hin und das war andererseits aber auch ein Standort, der relativ locker war. Ich war in Down in der Eifel stationiert, dort sitzen Fernmeldebataillonen und wir hörten damals Ostblock ab. Das heißt, wir hatten Schichtdienste, schwierige Schichtdienste, jeden Tag eine andere Schicht und haben sowohl die Sowjets in der DDR als auch die NVA abgehört. Rat mal, was mein Onkel und mein Vater gemacht haben. Die waren Fernmelder auf der anderen Seite. Ja, das ist ja lustig. Erklär mal, was haben Fernmelder gemacht? Wie habt ihr gearbeitet? Nun, ich war in der Kompanie, die Funksprüche abgehört hat einerseits und Sprachnachrichten, also Sprachfunk, Sprechfunk abgehört hat auf der anderen Seite. Waren die nicht verschlüsselt? Die waren verschlüsselt und die Entschlüsselung ist dann nochmal von einer Aufklärungsabteilung gemacht worden. Aber wie hat man das abgefangen? Erklär uns das mal. Naja, es war alte Technologie im engeren Sinne, wenn man es genau betrachtete. Also die Geräusche, die Morsezeichen kamen aus dem Gerät heraus und man hat mitgeschrieben. Das, was man gehört hat, hat man mitgeschrieben. Und ist da in all den Monaten irgendwas brauchbares mal drin gewesen? Wurde du so, Chef, Herr Feldwebel, ich hab da was? Das kann man so nicht sagen, weil es ist ja kodiert. Das heißt, man hat typischerweise… Du hast dich nie interessiert dafür, was da entschlüsselt wurde? Nee. Du musst dir das so vorstellen, man hat sozusagen Sprüche, die abgesetzt werden und die sind in jeweiligen Fünfergruppen organisiert. Also jeweils fünf Buchstaben. Und ein Buchstabe hat ja unterschiedliche Zeichen. Ja, das heißt also, diese fünf Buchstaben werden gemorst und dann schreibt man sie auf, abgesetzt voneinander, diese Fünferkombinationen. Und die müssen nachher entschlüsselt werden. Und das Gleiche hat man dann beim Sprech- und Schreibfunk. Wir hatten nochmal eine spezielle Kompanie, die auf Russisch ausgebildet war, um dann den Sprechfunk spezifisch abzuhören. Und wir haben nur gesucht und gepeilt und dann versucht herauszufinden, ob es Russisch ist. Also das heißt, wir mussten wenigstens ein paar Worte auf Russisch kennen und haben es dann weitergegeben an die Kollegen. Im Nachhinein eine schöne Zeit gewesen? Nein. Warum? Ich fand es todelangweilig, ehrlich gesagt. Also ich fand den, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so die ersten drei Monate so wirklich Grundausbildung, das hat noch Spaß gemacht. Danach haben sie mich in die Bibliothek gesteckt, da war es dann ähnlich wie bei dir. Ja, Grundausbildung hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Also die ersten zwei Wochen mit irgendeinem Gewaltmarsch und nicht eingelaufenen Schuhen im Herbst durch die Eifel, wo es schon mal saukalt sein kann, war irgendwie nicht so nett. Und dann war das aber, ja, die Fernmelder haben sie immer ein bisschen lockerer als Fallschirmspringer wegen mir. Das heißt, man kommt mit wunden Füßen in den Sani-Bereich und dort gibt es dann relativ schnell bei den Fernmeldern, oder zumindest war das damals bei uns so ein Krankmeldeschein. Das heißt also, ich musste eine Zeit lang auch irgendwelche Dinge nicht mitmachen und habe so die Grundausbildung eigentlich auch nicht richtig viel mitgemacht. Und dann sehe ich schlecht, ich kann auch nicht richtig gut schießen, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Also von daher, ich werde sicher auch nie Jäger werden. Also alles das ist uninteressant gewesen. Aber so im Winter im Wald ein paar Tage Ausharren habt ihr nicht gemacht? Ich habe eine solche Übung mitgemacht in der Grundausbildung und lag hinterher mehrere Wochen wegen einer schweren Grippe im Bett. Und daraus hat sich dann so eine Nasennebenhöhlenentzündung entwickelt, die ich habe operieren lassen im Bundeswehrkrankenhausen, in Koblenz und so weiter. Von daher. Was hast du denn in all der Langeweile bei der Bundeswehr? Bist du dann irgendwann auf die Idee gekommen, ich mache Ökonomie? Auch noch nicht. Nein, auch nicht. Wie geht es denn los bei dir? Wann bist du denn aufgewacht? Zum einen muss ich sagen, das Verweigern verpasst zu haben, ist mir deutlich geworden in diesen drei Monaten zwischen Juli und Oktober, in denen ich gewartet habe, meiner Einberufung folgen zu müssen. Und in der Zeit habe ich zwei Monate lang in einer Klinik als Pflegehelfer gearbeitet, in einer geriatrischen Klinik. Und es war in den 80er Jahren immer noch ein bisschen lockerer. Das heißt, man ist als Pflegehelfer, wenn man eine gute Betreuung von den Pflegerinnen und Pflegern vor Ort hatte, auch sehr schnell eingebunden worden. Und das ist mir passiert. Das heißt, ich habe sehr schnell sehr viel gelernt. Und deswegen umso mehr bedauert, dass ich nicht verweigert hatte. Ich bin dann nach der Bundeswehrzeit wieder dreieinhalb Monate dahin und habe wieder gearbeitet. Bin in der Zeit allerdings auch von der Geriatrie allmählich in die Psychiatrie gewechselt. Und dann hat man damals im Sinne der Arbeitszeitverkürzung eine geringere Wochenarbeitszeit eingeführt, sodass diese Klinik am Wochenende studentische Hilfskräfte brauchte, über das ganze Jahr betrachtet. Und dann habe ich dort angefangen zu arbeiten, immer so, dass man geringfügig beschäftigt blieb, was ja immer auch Auswirkungen für die Sozialversicherungspflicht und die Steuer hat. Das heißt, ich habe drei Wochenenden im Monat gearbeitet und hatte eines frei. Und drei Wochenenden hieß dann schon auf, von morgens sechs bis abends sieben, Samstag und Sonntag jeweils. Also jeweils zwölf Stundendienste mit einer Stunde Pause, die wir damals gemacht haben. Und ja, da hatte ich zunächst einmal noch die Idee, ich bewerbe mich vielleicht doch für Medizin. Und dann habe ich mich eingeschrieben, weil die Idee, Medizin zu studieren, ist wieder in den Hintergrund getreten, weil irgendwie diese Zeit in der Geriatrie und Psychiatrie hat mich auch etwas abgeschreckt. Also vom Medizinstudium abgeschreckt. Und so bin ich, ja. Konntest du mich gut sehen? Doch, doch, das war alles kein Problem. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Bis heute nicht. Nein, es ist eher so, dass man, also ich kenne zumindest viele, die ins Medizinstudium hineingehen mit sehr hehren Vorstellungen, was man alles Gutes für die Menschen tun kann. Und ich hatte Geriatrie und Psychiatrie eher den Eindruck, dass das schwierig ist. Also man muss natürlich sagen, dass bei chronischen psychiatrischen Erkrankungen, und ich war lange Zeit auf einer geschlossenen Abteilung eingesetzt als Pflegehelfer, da wird Besserung schwer erreichbar sein, in vielen, vielen Fällen. Und in der Geriatrie, das ist klar, das ist der Teilbereich der inneren Medizin für ältere Menschen, da geht es häufig ums Sterben. Und den Menschen das Sterben dann auch zu erleichtern. Aber, ja, das war dann natürlich jetzt auch für den Anfang eines hoffnungsvollen, ja, eines hoffnungsvollen Anfangs in der Medizin nicht gerade günstig. Und so habe ich die Idee wieder sausen lassen. Vielleicht war ich einfach auch zu faul und wollte das alles nicht auf mich nehmen. Das weiß ich nicht mehr. Es war ja auch noch eine Zeit, in der ich auch ordentlich gefeiert habe. Und dann, und dann, und dann, so oft wie du jetzt schon gesagt hast, dass du das feierst. Ja, das wurde nachher weniger. Und dann habe ich mich in Politikwissenschaft eingeschrieben an der Uni des Saarlandes für ein Semester, wollte ein Magisterstudium machen mit Politik, Englische und Deutsche Literaturgeschichte. War dann einerseits von diesen beiden Nebenfächern ein bisschen enttäuscht und habe aber in der Politikwissenschaft, musste man einen VWL-Schein machen, Einführung Volkswirtschaftslehre, das gehörte dazu. Und das wollte ich gleich am Anfang hinter mich bringen. Bin da rein und es hat mich begeistert und dann bin ich gewechselt zum Wintersemester 87, 88 in die VWL. Zur Begeisterung kommen wir gleich, aber nur mal ganz kurz. Pflegehelfer. Was hast du denn da genau gemacht? Naja, also was man eben in der Pflege im Krankenhaus so alles machen muss, gerade auch wenn es... Also so wie heutige Pfleger arbeiten. Ganz genau. Man hat natürlich als Pflegehelfer aus versicherungstechnischen Gründen nicht die Möglichkeit, alles das zu machen, was Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger machen. Wobei auch da muss man anerkennen, dass die 80er ja noch ein bisschen anders waren. Da kam erst die Idee auf, dass bestimmte Applikationen, also Blutentnahme, Infusionen anlegen, Spritzensätzen, gar nicht mehr vom Pflegepersonal gemacht werden sollten, sondern nur noch vom ärztlichen Personal. Aber das kam erst auf. Das heißt, da waren bestens ausgebildete, examinierte Krankenpflegerinnen und Pfleger, die das natürlich ihr Leben lang gemacht hatten und die haben das natürlich auch weitergemacht. Und das waren aber Tätigkeiten, die ich nicht machen durfte. Andere Dinge, Patienten, Patientinnen waschen, bettlägerige Patienten umlagern, solche Dinge reinigen. Hattest du Zeit, mit denen zu reden? Ja, natürlich. Das wird ja heute von den heutigen PflegerInnen, das ist die ganz große Meckerei immer, es fehlt die soziale Nähe. Ich habe das in gewisser Weise zyklisch erlebt. Also auf der Geriatrie war das durchaus so, dass es Phasen gab, in denen die Stationen, auf denen ich war, völlig überlastet waren und Phasen gab, in denen man sich ziemlich ausruhen konnte. Überlastet, weil ihr zu wenig wart oder die zu viel? Weil unterschiedlich ist. Also es gab natürlich Wochen, in denen sehr viele Neueintritte kamen. Man hat also neue Patientinnen und Patienten aufgenommen und musste dann oftmals auch Krankenbetten auf dem Flur stehen haben, weil die Überlastung da war. Das gab es durchaus. Wirklich. Und dann auf der anderen Seite eben auch Ruhephasen, in denen sehr wenig passiert ist. Oder, du sprichst es an, man hatte eine Unterbesetzung. Dass einfach Krankheitsfälle da waren und niemand zur Verfügung, dass man dann versucht hat, nochmal eine weitere studentische Hilfskraft einzusetzen oder ähnliches. Und das ist natürlich nicht immer so ganz einfach. In der Psychiatrie ist die Zyklik noch ein bisschen schlimmer gewesen. Ich war auf einer geschlossenen Männerstation als Pflegehelfer eingesetzt und da gab es ganz, ganz ruhige Zeiten. Da waren die Zimmer noch nicht mal voll belegt und ja, Patientinnen und Patienten, mit denen dann auf einer geschlossenen eben auch an Therapien nicht so viel laufen konnte, weil sie einfach in ihrer Akutphase waren und dann vor allen Dingen medikamentös behandelt worden sind und ärztliche Gespräche hatten. Und da war dann für das Pflegepersonal wenig zu tun. Und dann auf der anderen Seite eine völlige Überlastung. Geschlossene Männer hieß immer auch, dass es ein Risiko gab, dass Gewalt ausbrach. Hast du das erlebt? Das habe ich auch erlebt, ja. Am eigenen Leib? Am eigenen Leib kann man so nicht sagen, ich bin nicht überfallen worden in diesem Sinne. Das suggeriert ja die Frage ein bisschen. Nicht, dass du sie so meinst, aber die Hörer könnten das so missverstehen. Aber hast du Gewalt erlebt? Ja, natürlich. Die Schlangen um sich? Genau. Da musste man sehen, was man macht. Also wenn das jemand war, der das einfach tat, um aus der Geschlossenen ausbrechen zu können, dann hatten wir regelmäßig die Reaktion dort, das zuzulassen. Und die zwei Personen, die einen solchen Patienten nach vorne begleitet haben, um die Tür aufzusperren, die haben dann schon gleich dafür gesorgt, dass die Kolleginnen und Kollegen, die zurückblieben im Dienstzimmer, die Polizei anriefen, die solche Personen waren nicht mehr lange draußen. Jetzt interessiert mich noch, du hast gesagt, es gab auch Leerlauf. Ja. Heutzutage oder selbst in meiner Zeit, wenn einem langweilig war, hat man das Handy rausgeholt, hat gesurft, hat sich die Zeit vertrieben, Netflix geguckt und YouTube und so weiter. Was hat man denn in den 80ern gemacht? Das gab es da alles gar nicht. Das heißt, das Pflegepersonal saß zusammen in einem Aufenthaltsraum, hat miteinander geredet, ist ein bisschen durch die Station gegangen, hat mit den Patienten geredet, sofern das möglich war. Ich fand es dann manchmal auch ein bisschen langweilig an solchen Wochenenden. Was ich dann gemacht habe, ich habe überall aufgeräumt. Also den Medikamentenschrank und alles, was es so da gab. Gab es da mal schon Fallpauschalen? Nein. Hättest du das schon damals gebraucht? Ich bin bei den Fallpauschalen ein bisschen zurückhaltend, die gut oder schlecht zu finden. Also in beide Richtungen. Ich glaube, dass man im Gesundheitswesen sehr wohl sehen muss, dass die Mittel nicht unendlich zur Verfügung stehen, dass es also ein Budget gibt und dadurch auch eine Budgetrestriktion, die in irgendeiner Form eingehalten werden muss. Ich hatte damals schon auch den Eindruck, dass es Fehlbelegungen auf den Stationen gab. Dass wir also auf der Geriatrie hin und wieder Patienten hatten, die nicht wirklich erkrankt waren, trotzdem aufgenommen wurden, weil die Angehörigen Urlaub fahren wollten und ähnliches. Also das gab es damals durchaus. Was? Ja. Das waren auch solche Elemente, wo man dann auch das Gesundheitswesen ein bisschen anders kennenlernt und das Sozialwesen ein bisschen anders kennenlernt. Angehörige wollen Urlaub fahren und schicken Oma dann auf die Stationen. Ja, genau. Aber die Fallpauschalen, das haben ja andere Länder auch eingeführt, Australien und ein paar andere westliche Länder, alle haben es abgeschafft. Wir sind die Letzten, die es immer noch haben. Ja, ich denke, dass wir uns im Gesundheitswesen durchaus nochmal anderes überlegen müssen, um richtige Anreize zu setzen. Wir haben ja parallel gegenwärtig im Gesundheitswesen Über-, Unter- und Fehlversorgung. Und das darf es eigentlich nicht geben. Über-, Unter- und Fehlversorgung. Also Überversorgung, schau dir mal an, wir sind führend in den OECD-Ländern bei Herzkathetern beispielsweise. Und ich meine, so viel… Rechnet sich bestimmt gut, oder? Es rechnet sich gut. Und man muss schon auch sagen, so viel kranker sind wir bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen jetzt nicht. Ein bisschen, man sieht schon auch, dass wir ein bisschen höheres Risiko haben, was Rauchen und Trinken und gutes Essen anbetrifft im Vergleich zu anderen OECD-Ländern, aber das macht nicht so viel aus. Oder beispielsweise Hüftgelenke, das ist genau dasselbe. Da haben wir auch eine ganz klare Überversorgung. Und wir haben andererseits Unterversorgung, die haben wir schon angesprochen, wenn das Pflegepersonal auf Stationen nicht ausreicht, um die Spitzen der Belastung zu verkraften. Auf Intensivstationen haben wir da regelmäßig eine sehr hohe Belastung des Personals. Ja, und das, was ich jetzt mit Über- und Fehlversorgung angesprochen habe, das geht ja sozusagen Hand in Hand. Und wir haben beispielsweise auch, was die Struktur der Kliniken anbetrifft, zum Teil sehr kleine Kliniken, die gar nicht mehr die Leistung erbringen können, weil sie zu wenige Krankheitsfälle in bestimmten Bereichen haben. Da würde man beispielsweise eine Konzentration wie in Dänemark vorschlagen. Das heißt? Größere Einheiten, die dann an solchen Standorten eingerichtet sind, dass die Distanzen zu dieser größeren Einheit nicht so groß sind. Also beispielsweise für Schlaganfall. Wenn eine kleine Klinik irgendwo auf, ich nehme gerne Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb oder so, eine kleine Klinik wenige Schlaganfallfälle hat, dann sind die Stroke-Units, die dort genutzt werden müssen, eben weniger gut in der Lage, das zu tun, was notwendig ist, als in einer großen Klinik, in der man täglich 10, 15 Fälle dieser Art zu bearbeiten hat. Ich komme zum Beispiel aus Merkpomm, da gehen die ganzen Krankenhäuser langsam den Bach runter und meine Eltern müssten irgendwie 60 Kilometer nach Neubrandenburg fahren, um da an anständig in die Klinik zu kommen. Ist das denn auch ein Problem? Also, ob 60 Kilometer schon ein Problem sind, wage ich nicht zu beurteilen. Aber es ist natürlich... Wenn es um Notfälle geht es schon. Genau, man muss die Notfallversorgung sicherstellen. Ich meine, in jeder Stadt gibt es eine Feuerwehr. Absolut. Warum ist man ja auch in jeder deutschen Kleinstadt mindestens ein kleines Krankenhaus? Also zumindest für die Notfallversorgung müssen entsprechende Einheiten vorhanden sein, damit man schnell genug ist. Also ich habe ja absichtlich dieses Beispiel des Schlaganfalls angesprochen, bei dem man auch sehr schnell reagieren muss und dann ziemlich gute Ergebnisse auch in der Heilung feststellen kann. Wenn man zu lange wartet, dann hat man natürlich ein Problem. Wie heißt es mit den privaten Kliniken in Deutschland? Die machen Billiardengewinne, entziehen quasi das Geld dem deutschen Gesundheitssystem? Ja, das Gesundheitssystem besteht ja aus vielem und der Gewinnanreiz ist an verschiedenen Stellen sehr günstig. Soll es überhaupt Gewinnanreiz geben in einem Gesundheitssystem? In einem Gesundheitssystem und sowieso in einem marktwirtschaftlichen System braucht man den Gewinnanreiz. Also das Wichtige ist ja, dass wir über die Gewinnanreize vor allen Dingen Innovationen bekommen. Und das gilt in Krankenhäusern natürlich weniger, aber beispielsweise in der Pharmaindustrie, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich jetzt überlegt, wir diskutieren seit ein paar Jahren über die Notwendigkeit zur Industriepolitik. Herr Altmaier war ja vor kurzem hier, der hat ja vor zwei Jahren einen Vorschlag zur Industriepolitik gemacht, den ich selber auch sehr scharf kritisiert habe. Da steht immer nur Digitalisierung und Klimaschutz im Vordergrund. Und die wichtigste Innovation des letzten Jahres ist eine Medikamentenentwicklung, also ein Impfstoff, der entwickelt worden ist. Und das auch noch auf einer gentechnischen Basis. Und wir sind ja nicht gerade freundlich gegenüber der Gentechnologie gewesen in den letzten Jahrzehnten. Aber ich frage mich gerade, welche Innovationen die privaten Kliniken in Deutschland die letzten Jahre hervorgebracht haben? Nein, es geht sicher um Prozessinnovationen, die man auch nochmal berücksichtigen muss. Und was wir mittlerweile auch im Gesundheitswesen haben, dass im Zuge der Digitalisierung und Automatisierung beispielsweise darüber diskutiert wird, für welche Behandlungen man etwa Operationsroboter einsetzen kann. Ja, aber wenn private Kliniken im Gesundheitssystem da sind, dann gibt es einem Profitdenken. Ja. Die wollen Geld verdienen. Darf man an kranken Menschen und am Gesundheitssystem, kann man damit Geld verdienen? Klar. Aber wir könnten ja als Gesellschaft sagen, wir wollen das nicht. Wir könnten es auch sagen, das ist nicht gut. Da sollte sich der Markt raushalten. Da sollte es keinen Markt geben. Man soll mit Gesundheit keinen Profit machen. Das ist mir zu pauschal. Also die Frage des Profits ist nicht der entscheidende Punkt dabei. Denn wir wollen ja letztlich, dass auch eine gute Versorgung zustande kommt. Und wenn wir uns die rein staatlichen Systeme anschauen, haben wir immer auch gewisse Formen von Rationierung, die wir in Deutschland bisher immer abgelehnt haben. Also Rationierungen beispielsweise, welche Operationen jenseits eines Lebensalters von 80 noch durchgeführt werden. Das haben wir im britischen NHS zum Beispiel. Im schwedischen nicht. Im schwedischen haben wir es nicht. Im holländischen auch nicht. Das holländische System ist nochmal anders. Also von daher... Ja, aber es gibt immer so die Staats-, also dieses staatliche System, da wird immer Großbritannien genannt, aber Schweden dann vergessen. Nein, ich vergesse die nicht. Es gibt ja gute staatliche Gesundheitssysteme und nicht so gut. Ja, aber selbst in Dänemark haben wir beispielsweise nochmal gewisse Restriktionen, die bei der Behandlung von älteren Patientinnen und Patienten bestehen. Also man muss sich mal nochmal genauer fragen, wenn man dann in den anderen Systemen schaut, ist das von allen Elementen, die dann existieren für dieses System überhaupt etwas, was wir in Deutschland so haben wollen. Nein. Und das wollten wir bisher nicht. Ich finde, es ist richtig zu fragen, gerade im Gesundheitswesen, wo steckt denn da das Marktversagen drin? Und da sollten wir von staatlicher Seite auch entsprechend korrigieren. Also beispielsweise was Versicherungen anbetrifft. Ich denke, dass Krankenversicherungen mit sehr engem staatlichem Korsett arbeiten müssen, egal ob sie nun gesetzlich oder privat organisiert sind. Weil wir eine ganze Reihe von Problemen dabei haben, die sonst auftreten können. Das ist also sozusagen von der Finanzierungsseite her gedacht. Und auf der anderen Seite gibt es unterschiedliche Behandlungen, die nicht durchgeführt würden, wenn nicht der Staat das in seinen Krankenhäusern bereitstellen würde. Beispielsweise für seltene Erkrankungen. Auch das, was wir sowieso im Bereich der Grundlagenforschung und der Medizin machen, geht ohne staatliche Eingriffe nicht. Aber das heißt nicht, dass man für bestimmte Bereiche nicht über Gewinnorientierung oder Gewinnstreben private Anbieter zulassen könnte. Das haben wir ja entsprechend gemacht. Gut, Gewinn und Profit ist das eine. Profitmaximierung ist das andere. Und private Kliniken, kann man ja davon ausgehen, als Aktienunternehmen, das müssen sie ja dann machen. Ist das nicht schädlich für ein Gesundheitssystem? Das Grundprinzip ist ja immer, Gewinnmaximierung unter Restriktionen zu machen. Und dann kommt es auf die Restriktionen an. Die Orientierung, möglichst viel Gewinn rausholen zu wollen. Ich will jetzt nicht allen Menschen unterstellen, dass sie Nutzenmaximierer sind, aber man fährt besser, wenn man das tut. Aber Aktienunternehmen schon, oder? Ich finde, man fährt besser, wenn man überhaupt allen Menschen unterstellt, dass sie Nutzenmaximierer sind. Ja, aber jetzt reden wir über große Unternehmen. Helios und Co. Ja, es ist egal, ob du jetzt große Unternehmen oder kleine Unternehmen oder die Privatleute nimmst. Man ist, wenn man versucht, Regeln für ein Wirtschaftssystem oder ganz allgemein Regeln für einen Staat und eine Gesellschaft festzulegen. Auf der sicheren Seite, wenn man unterstellt, dass die Menschen so handeln würden, wie man befürchtet, dass sie handeln. Dann hat man robuste Regeln. Wenn man darauf vertrauen muss. Achso, expect the worst, I hope for the best. Man muss dann nämlich nicht hoffen auf das Beste, sondern man kann mit den Regeln versuchen, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass man zu einem relativ guten Ergebnis kommt. Dann ist natürlich die Frage, wenn die privaten Kliniken in Deutschland immer noch Milliarden Gewinne machen, sind die Regeln nicht schräg genug. Die können ja vielleicht 100.000 Euro Gewinne machen, meinetwegen. Oder eine Million, aber wenn sie Milliarden machen. Aber Thilo, die Frage der Höhe des Gewinns ist nicht relevant dafür. Ja, aber das Geld muss ja dann irgendwo, die müssen ja das irgendwo verdient haben, dass, also wenn Milliarden im Gesundheitssystem fehlen und das an den Aktionären ausgeschüttet wird. Da besteht ja dann offensichtlich auch eine Zahlungsbereitschaft dafür. Die Frage ist immer, wenn wir so ein System haben, ist das denn nun tatsächlich auch die Zahlungsbereitschaft der Menschen, die sich da auf eine vernünftige Art und Weise äußern kann? Oder gibt es Marktmacht oder ähnliches, was in Ausbeutungstatbestände münden kann? Also ein System, bei dem wir die staatliche Organisation des Gesundheitswesens ausbeuten würden, finde ich schlecht. Aber wir haben es eben schon mal kurz angesprochen. Ich schaue dann auf das Gesundheitswesen und frage, wo sind da die Ineffizienzen? Und stelle fest, dass wir überunter Fehlversorgung nebeneinander haben und frage dann, wie korrigieren wir das? Ausbeutung war ein gutes Stichwort. Die PflegerInnen in Deutschland fühlen sich ausgebeutet. Kannst du das nachvollziehen? Du bist ja selber einer gewesen. Ja, ich war nur Pflegehelfer. Also ich weiß, du kannst dich mehr reinfühlen als ich. Ich kann mich reinfühlen, ja. Ich kann mich reinfühlen und meine Frau ist Ärztin, die ja dann auch selber eine lange Zeit in Kliniken gearbeitet hat, in Deutschland und auch in der Schweiz. Ausbeutung geht mir zu weit. Also das würde ich nicht behaupten. Ausbeutung haben wir in anderen Zusammenhängen, aber nicht da. Gibt es Ausbeutung in Deutschland? Naja, wenn ich mir angucke, was es immer wieder auch so an Schwarzarbeit gibt, illegale Beschäftigungsverhältnisse, da gibt es auch Ausbeutung in großem Stil, natürlich. Ich denke mal so an die ausländischen Erntehelfer oder Menschen in Fleischbetrieben und so weiter. Die Tatsache, dass du die Erntehelfer nennst, zeigt schon, dass wir da einen Blick von außen drauf gelegt haben und dass viele in der Landwirtschaft sich das nicht so richtig leisten können, die auszubeuten. Die Frage der Ausbeutung ist immer auch, wie du das festmachst. Also ich mache Ausbeutung daran fest, dass Leute etwas machen, was sie normalerweise nicht machen würden, wenn der Arbeitgeber nicht die Druckmöglichkeit hätte. Bei den Erntehelfern sieht man doch sehr deutlich, dass wir Saisonarbeiter von meistens Arbeiter, seltene Arbeiterinnen, aber auch Arbeiterinnen, von außen nehmen müssen, weil wir nicht genug Arbeitskräfte haben, die diese harten Jobs machen. Und die sind bereit, das zu tun, die arbeiten hart und kriegen im Vergleich zu dem, was sie ansonsten verdienen würden, relativ viel Geld. Vielleicht sollte man einfach mehr Geld zahlen, damit Deutsche sich denken, okay, es war ein harter Job, aber gutes Geld. Das ergibt sich dann sozusagen von alleine. Wir haben ja letztes Jahr schon gesehen, wie schwierig es in der Pandemie war, das Personal zu bekommen. Aber man sieht auch im Zeitablauf schon vor der Pandemie, 19, 18, in den Jahren, dass es immer schwieriger geworden ist, Erntehelfer zu bekommen. In der Fleischwirtschaft ist das Problem auch nochmal ein bisschen anders gelagert. Ich kenne einige Betriebe der Fleischwirtschaft, die nicht die Probleme hatten, die Tönnies hatten. Versicherung hat es auch gerade angesprochen, so Bürgerversicherung. Was hältst du davon? Was die SPD, die Grünen, wahrscheinlich die Linken wollen. Also um es grob zu sagen, Abschaffung von dem dualen System, privat und gesetzlich. Das sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Also einerseits die Finanzierungsseite und andererseits die Frage, organisieren wir das privat oder machen wir das rein staatlich. Also wir könnten uns ja auch private Unternehmen vorstellen und man zahlt in Höhe seines Einkommens einen bestimmten Betrag. Also nicht nur Lohnprozente, sondern auf das Einkommen bezogen. Und das ist ja die Bürgerversicherung im Unterschied zur jetzigen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Und die Trennung staatlich-privat ist in gewisser Weise auch ein bisschen differenzierter zu beurteilen. Man muss ja wissen, dass der weitaus größte Teil der Privatversicherten sind die Beamten. Das heißt also, das was dann... Vielleicht sollten die auch ein bisschen dasselbe System anzahlen wie die meisten. Ja, aber es ist eine Verwischung zwischen staatlich und privat, wenn vor allen Dingen staatlich Beschäftigte in der Privatversicherung sind. Also von daher, also mir, ich muss sagen, mir gefällt ein System wie das Schweizerische deutlich besser. Im schweizerischen System hat man Privatversicherung, keine gesetzliche Versicherung. Man zahlt Prämien, das heißt also eher Kopfpauschalen. So ist es ja früher mal in dieser Diskussion genannt worden. Es sind normale Versicherungsprämien, so wie wir bei der Autoversicherung ja eben auch jetzt nicht nach dem Einkommen differenziert vorgehen. Und auf der anderen Seite ist das so, dass mehr als die Hälfte, fast 60 Prozent der schweizerischen Bevölkerung über sogenannten Prämienverbilligungen aus dem allgemeinen Staatshaushalt Zuschüsse bekommt. Das heißt, da hat man auch kein reines privates System, sondern der Staat zahlt relativ viel an die Versicherten selber. Aber die Versicherten haben dann die Möglichkeit, in ihren Privatversicherungen auch unterschiedliche Module der Versorgung dazuzunehmen oder rauszulassen. Und dadurch eben auch gewisse Anreize für das Gesundheitssystem über die Versicherungen zu leisten. Habt ihr da auch über den Wirtschaftsweisen drüber nachgedacht? War das jemals ein Thema? Ja, natürlich. Das war sowieso schon ein Thema in der Zeit, bevor ich in den Sachverständigenrat kam. Und da war Herr Rürup, der dazu verschiedene Vorschläge unterbreitet hat. Und wir haben die weiter fortgesetzt und fortgetragen und weiter unterstützt. Kommen wir wieder zurück. Da bist du irgendwann an der Uni gelandet. Hast du den Volkswirtschaftskurs besucht und dann war der Heuriger-Moment da. Heuriger ist zu viel. Ich fand das einfach toll. Warum? Ich meine, ich bin auch hingegangen und fand es schrecklich. Echt? Ja. Jetzt würde ich zurückfragen, warum. Also ich könnte jetzt auch fragen. Kannst du mich in deinem Podcast einladen? Du stellst die Fragen, ich weiß. Also das kann ich gar nicht so richtig sagen. Also einerseits in der Mikroökonomik fand ich das wahnsinnig interessant, wie ein Marktergebnis zustande kommt. Also wie man das in dem einfachsten Fall, wie man es in der Einführung VWL lernt, erarbeiten kann. Nachfrage-Seite einerseits, Angebot-Seite andererseits und irgendwann ergibt sich ein Gleichgewicht und das bestimmt den Preis. Und dann kann man damit arbeiten und sehen, welche Veränderungen es gibt, je nachdem, welche Probleme auf dem Markt existieren. Möglicherweise ein Staatsangriff oder Marktmacht oder Marktversagen und ähnliches. Das fand ich schon mal faszinierend. Und als wir dann in den makroökonomischen Teil einstiegen, fand ich es noch faszinierender, weil es ja da gleich um große wirtschaftspolitische Fragen geht. Und ich bin Saarländer, bin damals im Saarland aufgewachsen. Man muss sehen, Anfang der 80er Jahre gab es nach dem zweiten Ölpreisschock dann doch einen scharfen strukturellen Wandel im Bereich Kohle und Stahl im Saarland. Wir hatten im Saarland eine relativ hohe Arbeitslosigkeit, also war die Frage, wie bekämpft man Arbeitslosigkeit, ein wichtiger Topos, der mich damals eben auch dazu bewegt hat, VWL zu studieren. Dann hast du studiert, gab es irgendwelche berühmten Professoren, hattest du irgendwelche Idole dann im Studium, wo du gesagt hast, Ja, durchaus, absolut. Also einerseits muss man sagen, man kann ja heute nicht mehr VWL in Saarbrücken studieren. Man hat den Studiengang vor einigen Jahren eingestellt. BWL geht noch und die Volkswirte dort arbeiten der BWL zu. Aber die Saarbrücker Schule der VWL war über die Jahre relativ bekannt. Die fingen an mit solchen Namen wie Herbert Giersch, Egon Somen, damals in der Diskussion um feste, flexible Wechselkurse, wichtige Größen. Wolfgang Stützel, der ebenfalls in der Diskussion sehr stark war. Giersch und Stützel, beide im Sachverständigenrat. Giersch sogar Gründungsmitglied. Noch nie gehört. Und ja, das waren die 60er Jahre sozusagen. Herbert Giersch war später Präsident des Instituts für Weltswirtschaft in Kiel. Einer der großen Präsidenten, der sehr viel Einfluss genommen hat. Hat eine ganze Schule entwickelt mit unterschiedlichen Professoren, die lange in Deutschland eine Rolle spielten. Eine eigene Schule, ja. Was war das für eine Schule? Die Giersch-Schule, die solche Professoren wie Olaf Sievert hervorgebracht hat, der bei uns in Saarbrücken gelehrt hat. Einer der Personen, bei denen ich studiert habe und der in gewisser Weise auch einen Idolcharakter hatte. Der damals auch und dann lange Zeit das erste Mitglied im Sachverständigenrat war, der drei Amtszeiten bekam. Also 15 Jahre und davon zehn als Vorsitzender gearbeitet hat. Oder Jürgen Donges aus Köln, Gerhard Fels auch aus Köln, von den jüngeren Karl-Heinz Parquet, der heute ja immer noch ein Begriff ist. Das waren alles Männer früher. Das waren alles Männer. Es war stark männlich dominiert, das muss man klar sagen. Wobei in Saarbrücken gab es auch früh eine Professorin, Elisabeth Liefmann-Keil, die ich nicht mehr erlebt habe, die eine Euken-Schülerin war. Und auf der anderen Seite die Gründungspräsidentin der European Public Choice Society und ich bin später auch Präsident dieser Gesellschaft geworden. Also auch da gibt es eine Linie. Aber das eigentliche Idol meines Studiums war Werner Pomerene. Kenne ich auch nicht. Ja, er ist ja leider mit Anfang 50 auch an einem Herzinfarkt gestorben, als ich gerade frisch Assistent war bei ihm. Wofür stand der? Das hat dich fasziniert. Werner Pomerene ist ein Schüler von Bruno Frei, obwohl die beiden altersmäßig nicht weit auseinander lagen. Das lag daran, dass Bruno sehr frühzeitig, nämlich ich glaube mit 27 oder 28, Professor in Konstanz wurde. Und Bruno Frei hat die Freischule gegründet mit vielen Professoren ebenso im deutschsprachigen Raum. Manche heute auch immer noch in Amt und Würden. Und er hat im Grunde einerseits die politische Ökonomie, damals noch neue politische Ökonomie genannt, im deutschsprachigen Raum populär gemacht. Und seine Schüler waren da ebenfalls sehr, sehr stark in diesen Bereichen. Das fand ich faszinierend. Also diese Kombination der VWL mit der Politikwissenschaft, die Schnittstelle zwischen Politikwissenschaft und Ökonomie, das fand ich sehr, sehr faszinierend. Und Werner Pomerene war einfach ein extrem forschungsstarker Mann. Er hat Tag und Nacht gearbeitet, hatte viele Risikofaktoren für den Herzinfarkt, den er nachher bekommen hat. Und habt ihr im Studium oder auch hast du bei den Professoren auch Adam Smith gelesen, Keynes, Marx? Erst später. Also ich habe zum Ende meines Studiums bei Rudolf Richter einen Dogmenhistorischen Kurs gemacht. Da haben wir Marx, Karl Menger, Smith, Ricardo, Böhm-Barberg und andere gelesen, dann noch eine Reihe jüngerer Autoren. Das fand ich schon ganz schön. Aber dass ich dann den Worth of Nations ganz gelesen habe und später Theory of Moral Sentiments und so weiter, das kam eigentlich erst im Doktorandstudium. Das ist Kapital gewesen. Nicht vollständig. Nur Teile davon. Und? Das hat mich nicht fasziniert. Hat er damit irgendwas Recht gehabt oder Recht behalten, Marx? Das ist eine schwierige Frage. Er hat ja den damaligen Kapitalismus beschrieben. Ja, aber das ist eine schwierige Frage, weil die Frage, die wir uns immer gestellt haben, warum, oder die ich mir schon frühzeitig gestellt habe, warum hat diese Marx'sche Prognose hin zum Kommunismus, dieser historische Determinismus, der da drin steckt, nicht funktioniert? Was war eigentlich der Grund dafür? Also eher die andere Frage, wo hat er Unrecht gehabt? Ja gut, sein Ausweg war, okay, wir müssen davon wegkommen. Aber er hat ja an sich den Kapitalismus beschrieben. Das scheint ja heute immer noch so im Großen und Ganzen zu stimmen. Was man daraus jetzt zieht und welche Schlüssel er gezogen hat, muss man jetzt ja nicht besprechen. Ja, aber sicher ist das in der Analyse falsch, was man die Arbeitswertlehre nennt. Und Preis und Wert kommen so zustande, wie aus der damaligen Zeit Karl Menger und andere es entwickelt haben. Nämlich indem, vor allen Dingen von der Zahlungsbereitschaft getrieben, sozusagen die letzte marginale Einheit den Ausschlag gibt. Aber hat er irgendwo Recht gehabt? Na, dass immer wieder Krisen im Kapitalismus auftreten, ja. Darin hat er Recht gehabt, aber das ist ja von Autoren wie John Maynard Keynes und anderen auf eine andere Art und Weise aufgenommen worden. Also ich glaube, was Marx unterschätzt hat, war die Fähigkeit der jeweiligen Gesellschaften, auf diese Herausforderungen zu reagieren und dann eben auch Wege zum Besseren aufzuzeigen. Aber die Krisen kommen ja immer noch. Die Krisen kommen immer noch. Absolut, nur gehen wir damit heute anders um. Also wir haben es ja geschafft in der Finanzkrise, in vielen Ländern zumindest, nicht in allen, aber in vielen Ländern, die davon stark betroffen waren, durch expansive Finanz- und Geldpolitik so gegenzusteuern, dass wir nicht mit Massenarbeitslosigkeit zu tun hatten. Und die Verursache haben wir laufen lassen? Auch nicht. Also guck dir an, was in den USA passiert ist. Es gab da auch schon einige, die nicht nur entlassen worden sind. Kannst du eine Hand abzählen, wie viele Bänker im Knast gelandet sind? Es ist ja nicht immer so einfach mit dem Knast, ja. Ja, aber wenn Milliarden und Billionen an Wert zerstört werden, Menschen ihr Hab und Gut verlieren und keiner dafür, also im Großen und Ganzen zur Verantwortung gezogen wird. Ja, aber weißt du, das eine ist doch, steckt dahinter ein Betrugsverhalten oder nicht? Wenn ich ein Betrugsverhalten feststellen kann und dann gibt es auch strafrechtliche Konsequenzen. Wenn es kein Betrugsverhalten ist, sondern einfach ein Irrtum, den man begeht, eine falsche Entscheidung, die getroffen wird, das passiert immer wieder. Und ich glaube, dass man diese Fehlermöglichkeit auch anerkennen muss. Also nicht so Marx begeistert? Nö, das bin ich nicht. Ich meine, als ich Schüler in der Oberstufe war, habe ich versucht, die Mao-Bibel zu verstehen. Und das fand ich irgendwie auch nicht so richtig verständnisvoll. Nee, weder Marx noch Mao. Wir haben deine Professoren über unser Wirtschaftssystem geredet. Haben sie auch so den CDU-Spruch soziale Marktwirtschaft gebracht? Oder habt ihr das irgendwie, habt ihr schon vom Kapitalismus gesprochen? Ja, natürlich ist das Wort Kapitalismus gefallen und Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft. Das heißt ja kein Schimpfwort. Im Grunde ging es gerade im Studium in Saarbrücken sehr pragmatisch darum, möglichst viel kennenzulernen. Bei Olaf Sievert musste man in den Lehrveranstaltungen riesige Literaturlisten bewältigen und wahnsinnig viel lesen. Und hat dann auch wirklich unterschiedliche Einschätzungen gesehen. Also die Entwicklung vom Keynesianismus über den Monetarismus, die unterschiedlichen Positionierungen, die da stattgefunden haben in der Makroökonomik, die wurden einem sehr, sehr nahe gebracht. Und ähnlich auch in den eher mikroökonomischen Veranstaltungen, wenn es um Marktversagenstatbestände ging. Also wir haben da wahnsinnig viel gelernt bei ihm. Im Grunde musste man seine Lehrveranstaltungen auch mehrfach besuchen, bis man das alles verstanden hatte. Also es hat nicht ausgereicht, da einmal hinzugehen. Ich war insgesamt dreimal bei ihm, bis ich mich dann ins Examen getraut habe. Gibt es das eigentlich heute auch noch, dass Professoren sich neue Denkrichtungen ausdenken? Es gibt ja so die Richtung der pluralen Ökonomie, es gibt so MMT, also kommen ja immer viele neue Sachen auf euch Wirtschaftsprofessoren zu. Es kommen immer wieder Herausforderungen auf uns zu, aber MMT ist alles andere als neu. Also das findet sich 1944 bei Eberlehrner in ganz ähnlicher Art und Weise. Also es ist überhaupt nicht neu. Und einfach nur nochmal in ein neues Gewand gegossen sozusagen, in die Diskussion hinein. Und sehr theoretisch ist es sowieso nicht. Und es ist auch gar keine geldtheoretische Veranstaltung, sondern eine fiskalpolitische Veranstaltung. Jetzt musst du kurz erklären für unser Publikum, worum es da geht. Also bei Eberlehrner, der hat das ganze Functional Finance genannt, ging es darum, die Finanzpolitik vollständig auf das Ziel, Vollbeschäftigung auszurichten. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dafür auch alles zu unternehmen. Und dann mussten alle anderen Politikbereiche dahinter zurückstehen, war die Vorstellung von ihm, und nur noch Unterstützung bieten. Also sowohl die Arbeitsmarktpolitik als auch die Geldpolitik sollten nur Unterstützung bieten. Und das heißt im Wesentlichen auch, dass die Geldpolitik für die Budgetrestriktion des Staates zuständig ist, indem sie Geld druckt und dafür sorgt, dass diese Budgetrestriktion nicht zu stark ist. Und diese Idee ist von MMT ja genauso aufgenommen. Aber im Unterschied zu MMT hat Eberlehrner nicht behauptet, dass das eine Geldtheorie wäre, sondern hat gleich gesagt, das ist eine finanztheoretische Vorstellung. Und insofern ist das erste M falsch, ist nicht modern, sondern alt. Das zweite M ist falsch, ist nicht monetary, sondern es ist finanzpolitisch. Und viel Theorie findet man bei den jüngeren Autoren auch nicht dahingehend. Also von daher wäre ich vorsichtig bei MMT. Aber es ist natürlich schon so, man muss halt sagen, Forschung funktioniert ja nicht dadurch, auch in naturwissenschaftlichen Fächern, nicht dadurch, dass man ein völlig neues Paradigma erfindet. Und sich darüber Gedanken macht, sondern die Frage ist, wie sind bestimmte kausale Zusammenhänge und kann ich dafür empirische Evidenz finden? Also eine Unterstützung, empirische Unterstützung dieser theoretisch behaupteten Zusammenhänge. Und so funktioniert die Forschung eben auch heute in der Volkswirtschaftslehre. Da haben wir uns in gewisser Weise auch den Naturwissenschaften angepasst. Gleichwohl ist die VWL keine Physik. Und auch keine Naturwissenschaft? Ist keine Naturwissenschaft. Trotz aller Mathematisierung. Ja, man muss aber den Naturwissenschaften immer ein bisschen aufpassen. Ist ja jetzt nicht so, dass die Physik ein einheitliches Gebilde wäre. Also die Quantenphysik und die Relativitätstheorie stehen sich ja auch konkurriert. Die Wirtschaftswissenschaften sind doch eher Geisteswissenschaften. Sozialwissenschaften. Es ist keine Geisteswissenschaften. Da versuche ich auch scharf zu trennen. Also den Sozialwissenschaften zähle ich gerne auch noch den Juristen dazu, obwohl die sich manchmal wehren. Aber da, also jedenfalls gehören Wirtschaftssoziologie und Politikwissenschaften dazu. Schön, dass du das sagst, weil Ökonomen tun ja manchmal so, als ob sie das, was sie sagen, das ist Naturgesetz. Nein, nein, das ist nicht so. Also man muss natürlich schon auch sehen, dass die Entscheidungen, die in Gesellschaften getroffen werden, also sowohl für wirtschaftliche Zusammenhänge als auch für gesellschaftliche und politische, die werden von Individuen getroffen und nicht von Teilchen. Das ist einfach ein gewaltiger Unterschied zu den Naturwissenschaften. Welche Richtung hatten die Professoren, wo du warst? Wurdest du da geprägt? Also es gibt ja dann, damals hieß es ja so Ordoliberal, bei der Sozis, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das kann ich gar nicht so richtig sagen, wie die politisch zu verorten sind. Also jemand wie Olaf Sievert war, pragmatisch und Sachverständigenratsmitglied und dann Wirtschaftspolitik orientiert. Wahrscheinlich schon eher konservativ. Also CDU-nah, er wurde ja dann später auch Landeszentralbankchef in Sachsen-Thüringen zum Ende seiner Karriere. Aber dass er CDU-Mitglied gewesen wäre, kann ich nicht sagen. Und so manche Ordo... CDU-nah heißt Ordo-liberal? Auch nicht zwingend. Er hat immer wieder, also er war wirklich ein eklektischer, er lebt ja noch, er ist ein eklektischer Wissenschaftler. Was ist das denn? Jemand, der sein Gedankengebäude aus ganz unterschiedlichen Richtungen zusammensetzt. Der hat manche österreichischen Bestandteile gehabt. Insbesondere, wenn er den Arbeitsmarkt analysiert hat, war das sehr interessant. Er hat manche ordnungspolitische Vorstellungen gehabt, teils haiegianisch und auf der anderen Seite sehr viel auf Keynes gehalten. Und diese Kombination von Keynes und österreichischer Schule findet man nicht so oft. Man findet sie heute immer noch bei Karl-Christian von Weizsäcker beispielsweise. Aber ansonsten sehr, sehr wenig. Und die damalige Zeit war dann natürlich auch in der Forschung noch nicht so methodisch geprägt, wie es sie heute ist. Oder wie ich das dann im Zeitablauf auch über mein Doktorandenstudium kennengelernt habe. Und jemand wie Werner Pomerene ist vielleicht eher als Keynesianisch orientiert gestartet, aber das war er eigentlich auch nicht mehr. Sondern es war auch sehr pragmatisch und an politischer Ökonomie interessiert und Anreize von Politikern untersucht und ähnliches. Wie bist du denn gestartet, bevor wir gleich darüber reden, wo du jetzt gelandet bist? Wie meinst du gestartet? Du meinst, der eine ist... Ja, also ich komme ja, wie gesagt, aus einer traditionellen SPD-Familie und mich hat dann interessiert, was der Staat tun kann, um Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Das ist das, was wir ja eben schon angesprochen haben. Und ich habe dann aber im Studium durch diese Vielfalt an unterschiedlichen Eindrücken den Eindruck gewonnen, dass das zu simpel ist. Dass das nicht funktioniert. Und bin dann auch nicht mehr aktiver geworden in dieser parteipolitischen Arbeit. Ich war noch eine Legislaturperiode in einem Kommunalparlament. Und als die Legislatur zu Ende war, habe ich mich nicht weiter engagiert. Also ich war mal auf einem Landeskongress der Jungsozialisten, der Saarländischen. Das fand ich damals schon fortgeschritten im Studium. Weit weg von dem, was uns im Studium vermittelt worden ist, an ökonomischen Zusammenhängen. Also das widersprach sozusagen allem, was wir dann auch empirisch belegt im Studium präsentiert bekamen. Der Vernünftigste in der damaligen Zeit war noch Heiko Maas, den ich dort kennengelernt habe. Das ist unser Außenministerium? Wie hast du denn kennengelernt? Durch die SPD? Ja, durch meine SPD-Mitgliedschaft, damals auf diesem Landeskongress der Jungsozialisten. Und dann andererseits sind wir uns immer wieder im gleichen Gebäude begegnet, weil die Wirtschaftswissenschaftler und die Juristen hatten Vorlesungen im gleichen Gebäude an der Universität in Saarbrücken, im Gebäude 16. Wie würdest du heute dein Gedankengebäude beschreiben? Liberal. Ordoliberal, neoliberal? Ja, es ist stark ordnungsökonomisch geprägt. Ich setze schon, was Wirtschaftspolitik anbetrifft, auf eine Regelorientierung. Regelorientierung und denke, dass die Regelorientierung das Richtige ist. Was heißt das? Das heißt, dass der Staat mit seiner Wirtschaftspolitik vor allen Dingen die Rahmenbedingungen setzt. Dass er nicht versucht, ins Marktgeschehen so einzugreifen, dass er das Ergebnis festlegt. Also beispielsweise in Form von Mindestlöhnen oder Mietdeckeln und ähnlichem. Ich bin bei Subventionen immer ein bisschen skeptischer. Auch das ist ja ein unmittelbares Eingreifen in das Marktgeschehen, in dem man Firmen unmittelbar unterstützt. Und frage vor allen Dingen auch in der Makroökonomik, wie schafft man es, mit institutionellen Rahmenbedingungen zu guten Ergebnissen zu kommen? Wie sollten die ausgestaltet sein? Was ist der Unterschied zwischen einem Ordoliberal und einem Neoliberal? Das ist nicht so ganz einfach. Denn das Wort Neoliberalismus kommt ja aus der Diskussion, die in den 30er Jahren geführt worden sind. Da stammt es her. Aber hat heute vielleicht eine andere Bedeutung. Genau. Es wurde damals geprägt in Abgrenzung zum klassischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts. Von Autoren, die wir heute als Ordoliberal einschätzen. Alexander Rüstow hat das auf dem Kolok Lippmann beispielsweise geprägt, dieses Wort. Und hat dort sehr klar gemacht, dass es um diese Abgrenzung geht. Also kein laissez-faire, sondern der Staat soll Rahmenbedingungen setzen, damit insbesondere Probleme in der Wettbewerbspolitik nicht auftreten, beziehungsweise in der Wettbewerbsintensität einer Volkswirtschaft nicht auftreten. Sodass wir keine vermachteten Strukturen bekommen. Die Kartellbildung in der Weimarer Republik war den ursprünglichen Neoliberalen ein Dorn im Auge. Und dazu muss man ja eingreifen und sagen, das Kartell zerschlagen wir. Oder verhindern es durch Bußen. Oder wir lassen Fusionen nicht zu und ähnliches. Also der Kampf gegen marktbeherrschende Stellung war den ursprünglichen Neoliberalen sehr wichtig. Und hat sich ja dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen niedergeschlagen. Und dann hat sich das Ganze ab den 70er Jahren mit Thatcher und Reagan so entwickelt, dass das Wort Neoliberalismus sozusagen zu einem Schimpfwort geworden ist. In der politischen Auseinandersetzung, zu einem Kampfbegriff. Ich würde nicht sagen zu Recht. Man muss schon die Situation damals in England und USA sehen. Das wird ja immer so verbunden mit Sozialstaatsabbau. Ja, klar. Aber das heißt natürlich auch, wenn ich mit bestimmten politischen Interessen einen Kampfbegriff positioniere, dann versuche ich ja damit auch bestimmte Dinge zu verhindern. Und möglicherweise ist das, was dann als sozialer Bau behauptet wird. Nettere Begriffe als asoziale Politik. Es ist schon mal ein bisschen netter, das stimmt. Also man könnte auch sagen, da können wir doch glücklich sein, will es so behaupten. Nein, man muss einfach auch sehen, dass das in der politischen Auseinandersetzung, insbesondere mit der Thatcher-Regierung, als Kampfbegriff natürlich auch schwierig war. Die Reduktion der Macht der englischen Gewerkschaften, die Thatcher bewirkt hat, ist natürlich aus einem deutschen Verständnis, das wir mit der Tarifautonomie haben und mit der wir relativ gut auch gefahren sind, eine Art von Sozialabbau. Man muss natürlich auch sehen, dass Großbritannien ein anderes System hatte und wirtschaftlich eigentlich ziemlich am Boden lag, als Thatcher in die Macht kam. Thatcher hat damals ja auch gesagt, there is no society, there are only men and women and families. Also es gibt keine Gesellschaft, sondern einfach nur Männer, Frauen und Familien. Ja, das ist sozusagen der Resonanzkörper für die Ökonomik. Wir sagen auch, dass mit dem sogenannten methodologischen Individualismus die gesellschaftlichen Entscheidungen, also auch das, was wirtschaftlich in der Gesellschaft zustande kommt, das Ergebnis individuellen Handelns ist und nicht von einer Gesellschaft als Organ des Handelns in irgendeiner Form hervorgerufen wird. Warum nicht? Die eigentlichen Entscheidungsträger sind nur Individuen. Letztlich gilt das auch in jedem Unternehmen, das gilt in jeder staatlichen Organisation. Und die Frage ist, unter welchen Rahmenbedingungen, das heißt also, mit welchen Restriktionen operieren die Entscheidungsträger. Das heißt, wir sind gar nicht Teil einer Gesellschaft? Natürlich sind wir Teil einer Gesellschaft, aber die Gesellschaft als solche trifft keine Entscheidung. Auch nicht an der Wahlurne, wenn man politische Richtungen... Nein, das sind dann Entscheidungen von Individuen. Dann treffen die Wählerinnen und Wähler eine Entscheidung. Ja, aber ist eine Gesellschaft nicht die Summe der individuellen Entscheidungen? Genau, ist aber nur die Summe der individuellen Entscheidungen gegeben die Restriktionen, die existieren. Die Gesellschaft ist nicht mehr als die Summe der individuellen Entscheidungen. Nicht? Nein. Hätte ich jetzt gedacht. Also, dass die Gesellschaft mehr ist als die Summe der Einzelteile? Es ist, die Entscheidungen, die getroffen werden in einer Gesellschaft, ist die Summe der Einzelentscheidungen, die die Individuen in dieser Gesellschaft treffen. Einzelteile hört sich schon gleich wieder so an, als ob du ein Auto auseinander nimmst und dann funktioniert es nicht mehr. Ja. Ich meine, warum reden wir da sonst auch von Volkswirtschaft? Ja, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich finde diesen Ausdruck nicht mehr adäquat. Herbert Giersch hat in den 80er Jahren schon von einer Weltwirtschaft gesprochen. Achso. Ja, aber das ist dann doch die Supervolkswirtschaft. Im Prinzip hast du recht, ja. Aber nach deiner Logik müsste man ja sagen, die Wirtschaft der Individuen. Von 83 Millionen Individuen in Deutschland. Ja, und mehr, weil wir ja auch von den ausländischen Rahmenbedingungen abhängen. Ja, diejenigen, die eine Wahl treffen bei der Bundestagswahl, da sind, gut, Wahlberechtigte haben wir weniger als die 82 Millionen, die in Deutschland leben, aber ja, es sind die Wählerinnen und Wähler, die entscheiden. Also du bist ordentlich liberal, ne? Kannst du trotzdem nochmal, weil es verwechseln ja viele auch mit neoliberal, kannst du konkret mal sagen, warum du nicht neoliberal bist? Was wird dir auch vorgeworfen? Also ich bin nicht neoliberal, weil ich, äh, neo, nicht leo. Ich bin nicht neoliberal, genau, neoliberal in dem Sinne, in dem es heute als Kampfbegriff verwendet wird, weil ich von dem laissez-faire nichts halte. Ich denke, dass wir die individuellen Entscheidungen in der Marktwirtschaft frei treffen können, gegeben bestimmte Restriktionen. Ich würde es nicht akzeptieren wollen, dass Vertragsfreiheit so weit getrieben wird, dass Unternehmen ein Kartell bilden können, Absprachen treffen können, ja, zum Beispiel. Also gerade auch die Wettbewerbspolitik ist ja ein wesentliches Element der Ordoliberalen. Und, ähm, auch im Unterschied zu manchen neoliberalen Vorstellungen finde ich sehr wohl, dass wir in der Makropolitik, also bei den makroökonomischen Entscheidungen, ähm, staatlichen Einfluss brauchen. Sowohl von der geldpolitischen Seite her, als auch von der fiskalpolitischen Seite. Ich bin nur da jeweils zurückhaltender und zurückhaltender als andere. Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass es uns gelingt, makroökonomisch Konjunktur zu steuern. Das wird nicht funktionieren. Aber wir brauchen in so schweren Krisen, wie wir sie jetzt zuletzt zweimal erlebt haben, natürlich eine expansive Fiskalpolitik. Gibt es Monopole und Kartelle in Deutschland? Aber wir haben immer wieder Kartellvereinbarungen, die dann aufgedeckt werden und bestraft werden. Autokonzerne zum Beispiel? Autokonzerne weiß ich jetzt nicht, ob man das so behaupten kann. Ich versuche immer... Da gibt es ja den berühmten Spiegeltitel, das Kartell. Ich meine, das war ein Kartell. Die haben sich abgesprochen, wie sie die Dieselfahrzeuge... Da bin ich immer vorsichtig, auch noch aus meiner Zeit, aus dem Sachverständigenrat heraus, dass ich dann gerne retrospektiv akzeptiere, wenn die Kartellentscheidung des Kartellamts oder der europäischen Behörden sagt, das war jetzt ein Kartell und ihr müsst diese Buße bezahlen. Dann geht es durch die Gerichte wegen mir auch noch durch und am Schluss wird bezahlt. Das Kartellamt muss erst sagen, dass es ein Kartell ist, bevor du das... Ich will das nicht prüfen. Also ich halte mich dahingehend zurück, jetzt behaupten zu wollen, das war schon ein Kartell oder jenes war schon ein Kartell und das ist nicht in irgendeiner Form angegangen worden. Aber wir haben natürlich dieses Problem immer wieder. gehabt. Und wir können froh sein, dass wir mit unserem Wettbewerbsrecht hier relativ viel tun und tun können. Was ist mit Monopolen? Naja, Monopole sind schwerer am Leben zu erhalten im Zeitablauf, wenn sie nicht irgendwie noch einen zusätzlichen Schutz genießen. Also wir haben ja diese Vorstellung in unserem Fach, dass natürliche Monopole entstehen können, beispielsweise weil es Netzwerkeffekte gibt oder ähnliches. Aber man stellt ja im Zeitablauf natürlich schon auch fest, dass natürliche Monopole immer wieder auch durch staatliche Regulierung nach außen hin vor Wettbewerb geschützt werden. Gib mal Beispiele für Deutschland. Wo gibt es aktuell noch Monopole? Ich sehe im Moment kein richtiges Monopol. Die Bahn? Die Bahn ist kein Monopol in dem Sinne, weil wir ja auf der regionalen Ebene Wettbewerb haben. Es gibt ja wahrscheinlich so Regeln, ab wann ein Monopol ist. Ab 80% Marktbeherrschung und so weiter. Da wird es doch irgendwelche Kriterien geben. Ja, aber auch da gibt es immer Streit drum, was das richtige Kriterium und der richtige Schwellenwert ist. Was ist denn dein Schwellenwert? Nein, nein, nein. Also ich habe keinen Schwellenwert dafür, sondern ich versuche, also ein eindeutiges Monopol ist halt ein einziger Anbieter, den man hat. Wir können jetzt nochmal überlegen, ob das zum Beispiel in regionalen Zusammenhängen der Fall ist. Wenn man sagen müsste, wir haben ein großes Hotel am Platz, in dem jeder, der sich irgendwie ausbilden lassen will, in dem Gewerbe einen Job suchen will, dann kann man sagen, da gibt es regionale Marktmacht. Einfach weil dieses Hotel in der Kleinstadt sich seine Lehrlinge aussuchen kann, sozusagen. Und vielleicht dann auch Bedingungen diktiert, die nicht so gut sind. Da kommt man auf die Sinnhaftigkeit eines Mindestlohns zur Korrektur regionaler Marktmacht auf Seiten der Arbeitsnachfrage. Ist Google ein Monopol bei Suchmaschinen? Google hat eine marktbeherrschende Stellung. Ein Monopol würde ich noch nicht sagen, weil ja der Wettbewerb auch durch die anderen großen Anbieter kommt. 95 Prozent der Suchanfragen gehen bei Google. Ja, aber da musst du schon den Markt jetzt eingrenzen und sagen, das ist jetzt für die Suchmaschinen der Fall. Aber wenn wir uns dann nochmal andere Aspekte anschauen, besteht ja die Gefahr, die Gefahr für Google, dass ein Unternehmen wie Facebook Konkurrenz bietet in verschiedener Hinsicht. Aber gut, Facebook hat dann, kann man sagen, irgendwo ein anderes Monopol und vielleicht lassen sich manche Monopole auch so ein bisschen in Ruhe. Okay, ich mache mein Ding, du machst deins. Genau, sodass wir so eine Art von Oligopol haben, aber nicht oligopolistisch im Wettbewerb, sondern jeder bleibt sozusagen in seinem Bereich und versucht dem anderen nicht weh zu tun. Auch das sind Verhaltensweisen, die wir in der Wirtschaftshistorie ganz gut kennen. Haben wir Oligopole? Oligopole haben wir sicher. Also gerade wenn man jetzt die Automobilhersteller anschaut, nicht nur die Deutschen, sondern man kann das weltweit anschauen. Es gibt nicht so viele Unternehmen weltweit, ehrlich gesagt. Oligopol heißt, wenn vier oder fünf Unternehmen den Markt beherrschen. Ja, wenige, sagen wir mal. Also es können auch mehr als fünf sein, aber es sind dann trotzdem wenige Unternehmen, die den Markt beherrschen. Wie gesagt, wenn wir weltweit gehen, haben wir mehr als fünf Anbieter in der Automobilbranche. Wir reden jetzt von Deutschland. Es gibt ja auch Energie und so im Energiebereich. Deutschland haben wir drei. Im Energiebereich haben wir nur eine wirklich kurze Phase der Liberalisierung erlebt, die sich ergeben hat so in den 90er Jahren. Und wenn man sich das jetzt anschaut mit den unterschiedlichen Regulierungen, die dann von staatlicher Seite nochmal gekommen sind, ist doch sehr viel staatliche Vorgabe da für die Elektrizitätswirtschaft, für die Stromwirtschaft. Wie werden wir ein Oligopol los? Bleiben wir mal bei der Automobilindustrie. Die Frage ist immer bei einem Oligopol, wie schädlich das tatsächlich ist. Das Oligopol kann ja, wenn, ich habe es angesprochen, ein oligopolistischer Wettbewerb herrscht, sehr wohl auch schon unter wenigen Anbietern sehr intensiv sein. Also wenn die sich nämlich nicht in Ruhe lassen. Kann. Ja, das heißt natürlich, dass ich bei einem Oligopol... Wer muss der Staat dafür sorgen, dass es dann so sein muss? Genau. Das heißt, man muss schon von staatlicher Seite Oligopole immer wieder dahingehend prüfen, ob es Absprachen gibt oder nicht. Ja. Und wenn es eine Absprache gibt, dann muss man auch entsprechend hart strafen. Ist es schlauer für einen Oligopolisten, sich mit den anderen Oligopolisten abzusprechen oder nicht? Tja, ich gehe ja hier als Volkswirt, der gesamtwirtschaftlich das Ganze betrachtet ran und habe den Eindruck, dass die Gewinne, die dann zu erzielen sind durch die Absprachen im Oligopol, bei den scharfen Strafen, die nachher auf EU-Ebene insbesondere verhängt werden, sich eigentlich nicht lohnen können. Also da sind wir mittlerweile bei so hohen Strafen, das ist schon gravierend. Welche Vorteile haben Oligopole für eine Gesellschaft und welche Nachteile? Der Vorteil ist der, dass man mit großen Unternehmen in bestimmten Branchen eben auch entsprechende Skalenvorteile erzielen kann. Das heißt also, die Kosten werden auf eine größere Produktion verteilt. Das ist der Vorteil für die Unternehmen. Das ist aber auch ein Vorteil für die Kunden, für die Konsumenten, wenn dieser Vorteil an sie weitergegeben wird. Und dazu muss der Wettbewerb zwischen diesen Unternehmen eben da sein. Insofern ist ein Oligopol nicht per se schlecht, sondern es muss entsprechend reguliert sein. Ja, aber da splittert sich ja der Vor- oder der Nachteil. Wenn sie das weitergeben preislich, dann ist es ein Vorteil, wenn nicht, ist es ein Nachteil. Naja, also normalerweise sorgt der Wettbewerb dafür, dass wir eine preisliche Weitergabe haben. Außer wenn sie sich absprechen. Außer wenn sie sich absprechen. Und deswegen muss man die Absprache verhindern. Da sind wir offenbar nicht so gut drin, wenn es noch Oligopole in Deutschland gibt. Jede Absprache, Moment, wenn es Kartelle, Kartellabsprachen in Deutschland gibt, sind wir nicht so gut. Das Oligopol an sich ist noch nicht schädlich. Also nochmal, ich betone es wieder. Das Oligopol an sich ist nicht schädlich. Sondern die Frage ist, gibt es Absprachen? Und die Natur solcher geheimen Absprachen ist doch, dass man sie erst im Nachhinein aufdecken kann. Ja? Das ist ja immer so. Also müssen wir dafür sorgen, dass unsere Wettbewerbsbehörden gut genug sind, um das rechtzeitig aufzudecken. Aber die sind nicht dazu da, Oligopole zu verhindern oder loszuwerden. Weil das wäre doch eigentlich ideal, oder? Das stimmt auch nicht. Natürlich sind die in der Lage, wenn es Fusionen gibt, also Übernahmen oder Fusionen auch auf Augenhöhe, dass geprüft wird, in welcher Form hier eine marktbeherrschende Stellung auftritt und die Fusion dann unterbunden wird. Also wir hatten das pressewirksam bei der Herstellung von Zügen von Siemens und Alstom. Beide wollten fusionieren. Das wäre eine Fusion auf Augenhöhe gewesen. Wollten also in dieser Sparte zusammenarbeiten. Und das ist von den Kartellbehörden untersagt worden. Jetzt haben wir die Zusammenarbeit Alstom Bombardier, die genehmigt worden ist. Aber da hätten wir natürlich schon eine ganz andere Situation bekommen. Da wäre eine marktbeherrschende Stellung entstanden und die haben die Wettbewerbsbehörden zu Recht nicht zugelassen, meines Erachtens. Ist ein schwieriger Fall, ich weiß das. Also ich werde sicher dann auch jetzt böse Zuschriften kriegen, das ist immer so. Wenn ich das so deutlich sage, es gibt dann immer die Diskussion, ob man nicht doch nationale Champions braucht, um international wettbewerbsfähig zu sein. Der Markt sei doch international. Aber ich finde es ist falsch, einen nationalen Champion haben zu wollen, der europäisch oder in Deutschland höhere Preise, also Monopolpreise durchsetzen kann, seine marktbeherrschende Stellung ausnutzen kann, um dann mehr zur Verfügung zu haben, damit er Wettbewerb in China betreiben kann. Das halte ich für falsch. Du beschreibst Lufthansa gerade, oder? Nein, Lufthansa ist eine andere Situation. Also im Moment liegt Lufthansa ja auch ziemlich am Boden. Das habe ich jetzt gelesen. Lufthansa macht in Deutschland hier schöne, fette Preise. Ja, also deswegen, diese Frage nach Monopolstellung ist so ein bisschen schwierig. Ja, also dieses einen Monopolisten herauszufinden ist schwierig. Aber natürlich gibt es auf ganz bestimmten Teilmärkten immer wieder Monopolstellungen. Also ein Beispiel, ganz simpel. Mein Flughafen ist Basel-Mühlhus normalerweise. Das heißt, ich muss nach Mühlhausen rausfahren, der gehört dem Schweizer Betreiber dieser Flughafen und fliegt dann nach Berlin oder sonst wo hin. Lange Zeit gab es Flugslots von Basel-Mühlhus nach München, die nur von der Lufthansa bedient wurden. Als nach der Abwicklung von Air Berlin Easyjet eine ganze Reihe von Slots übernommen hat, bekamen sie eben auch Slots nach München, also zur Kompensation dafür, dass sie an anderer Stelle, was dann die Lufthansa abgegeben haben, in Basel-Mühlhus. Und plötzlich sind die Preise, die die Lufthansa verlangt hat, auf ein Drittel runtergeschrumpft. Ja? Natürlich haben wir die Situation, dass immer wieder dann vor Ort versucht wird auszunutzen. Bin ich der einzige Anbieter, der das jetzt macht oder nicht? Ja? Kann man als Staat einfach dafür sorgen, dass es keine Monopole gibt? Also indem man quasi präventiv Gesetze oder Regulierung macht, dass man irgendwie sagt, okay, ein Unternehmen darf dann einfach nicht größer werden oder so? Ich glaube, das wird man so nicht schaffen können. Also zu sagen, das ist die Größe, die richtig ist, das lässt sich ja nicht feststellen. Man kann ja auch andere Faktoren außer eine Größe. Ich glaube, dass man das vor allen Dingen versuchen muss, vom Ansatz her und prozedural zu entscheiden. Also das, was ich eben angesprochen habe, das Schaffen von nationalen Champions. Diese Zielsetzung an sich, also schon in der Anlage einer Politik, ist meines Erachtens falsch. Das sollte man nicht betreiben. Da kommt man auch nicht in dieses Problem hinein, dass man nachher einen Monopolisten hat, mit dem man irgendwie umgehen muss. Das sind europäische Champions? Das ist genau das Gleiche. Also gerade dann, also europäische Champions heißt ja, dass sie dann in Europa eine marktbeherrschende Stellung haben würden. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und das dann nach außen auch nochmal forttragen. Wir haben natürlich bei bestimmten ausländischen Anbietern, wir haben über Google schon gesprochen, das Problem, wie geht man gegen sie vor. Mittlerweile ist die EU als Markt durchaus auch für ein Unternehmen wie Google so wichtig, dass man entsprechende Auflagen machen kann und sehen kann, wie man das korrigiert. Also man hat schon Möglichkeiten, aber die lassen sich nicht so einfach treffen, indem man sagt, da entsteht jetzt ein Unternehmen, das hat 100.000 Mitarbeiter und beim 101. zerschlagen wir es oder so. Zerschlagung ist sowieso auch bei unserem Wettbewerbsrecht nicht vorgesehen. Also das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wettbewerbsrechtlich vorzugehen. Zerschlagung ist nicht vorgesehen? Nein. Im Unterschied zum amerikanischen Wettbewerbsrecht, wo man ja die Zerschlagung wieder reingesetzt hat. Ja, das ist ein bisschen, da gibt es auch eine lange Diskussion drüber. Oh je, willst du jetzt mit mir anfangen? Nur wenn du willst. Wenn es für Laien nachvollziehbar ist. Genau, das ist nämlich das Problem, das nachher nochmal darzulegen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Okay, aber du bist gegen nationale Champions, gegen europäische Champions. Was machen wir denn in deiner Logik, wenn die Amerikaner nationale Champions haben, die Chinesen nationale Champions? Ja, wir sind als Markt so wichtig, dass diese Anbieter ja bei uns anbieten wollen. Wenn sie es nicht tun, haben wir ja auch kein Problem. Dann können wir ja unsere europäische Anbieter Ja, aber dann machen sich die amerikanischen und chinesischen Champions bei uns breit. Ja, wenn sie es sich so breit machen können. Wir können ja auch versuchen, mit unserer europäischen Wettbewerbspolitik gegen diese Champions vorzugehen. Und genau das machen wir ja gegenwärtig. Also wenn man sich jetzt die jüngste Novelle im GWB, im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen anschaut, gibt es eine ganze Reihe von Vorschriften, die darauf abzielen, mit solchen Plattformunternehmen, und zwar dann allgemein Plattformunternehmen und nicht nur Google, so umzugehen, dass sie ihre marktbeherrschenden Bestellungen reduzieren müssen und nicht mehr in dem Maße vorgehen können. Ist es eigentlich im Grundgesetz festgehalten, dass es keine Monopole geben darf oder so? Ich bin ja kein Jurist, aber meines Wissens nicht. Unser Wirtschaftssystem ist gar nicht festgelegt im Grundgesetz, ne? Genau, das ist der Punkt. Und das ist vielleicht auch nicht schlecht. Warum? Das ist richtig so, meines Erachtens. Es gab ja die Diskussion, ob man soziale Marktwirtschaft als Wirtschaftssystem festschreiben sollte. Nein, wir haben eine ganze Reihe von Grundlagen, die letztlich das System der Marktwirtschaft einerseits und die Sozialpolitik, also den sozialstaatlichen Aspekt festlegen. Und das reicht uns aus. Da brauchen wir nicht nochmal das Wirtschaftssystem separat festzulegen. Also die Eigentumsgarantie zum Beispiel im Grundgesetz. Vertragsfreiheit und andere Freiheiten sind ja festgehalten, die essentiell, die fundamental sind für die Marktwirtschaft. Und auf der anderen Seite haben wir die Sozialstaatsgarantie mit enthalten, die dann dieses Adjektiv soziale Marktwirtschaft mitbestimmt. Also von daher braucht man das alles gar nicht. Steht im Prinzip indirekt drin. Stimmt. Ich bin nur auf die Idee gekommen, dass unsere Verfassungsschutzämter interpretieren das manchmal anders. Ich meine, da wird Ende Gelände, die sich bewusst antikapitalistisch geben, schon als Beobachtungsfall eingestuft, weil sie antikapitalistisch sind. Dabei ist das ja jetzt nichts Staatsgefährdendes. Ja, ach, ich meine, was der Verfassungsschutz so macht, da bin ich nun kein Spezialist für, da halte ich mich gerne zurück. Hat auch ein Monopol. Bei den Verfassungsgerichten bin ich anders, aber beim Verfassungsschutz, ja, das ist natürlich schon so, dass der einen Monopol hat. Verfassungsschutz, ich fürchte nein. Ich fürchte, dass wir letztlich im Sicherheitsbereich dann doch solche Institutionen brauchen und sehen müssen, wie wir sie vernünftig überwachen. Wenn du jetzt Wunschfreiheit hast, als Ökonom, als ehemaliger Vorsitzender der Wirtschaftsweisen, was ins Grundgesetz aus ökonomischer Sicht noch gehört, was wäre das? Das ist echt eine schwierige Frage, weil ich eigentlich finde, dass wir am Grundgesetz nicht so viel ändern sollten. Schuldenbremse war... Die ist ja schon drin, da habe ich mich für eingesetzt, das weißt du ja, dass ich ein großer Verfechter der Schuldenbremse bin und ich finde, das sollte so bleiben. Also das war das Einzige und Letzte, was noch ins Grundgesetz gehört hat? Ich weiß nicht, ob das das Letzte ist, aber es sollte jedenfalls im Grundgesetz stehen, meines Erachtens. Ich finde, eine Fiskalregel in unserem deutschen System entwickelt dann eine Bindungswirkung, wenn wir sie grundgesetzlich abgesichert haben. Ansonsten wohl nicht. Und deswegen haben unsere Fiskalregeln eigentlich immer auch in den Verfassungen gestanden, selbst wenn man in die Zeit vor der Gründung der Bundesrepublik geht, also in die Weimarer Republik wegen mir. Wir haben ewig schon Fiskalregeln auf Verfassungsebene, weil wir im 19. Jahrhundert in der Vielstaatlichkeit damals auch eine ganze Reihe von Pleiten hatten. Dann hat man angefangen mit Fiskalregeln, weil diese Pleiten damals aufkamen. Und ja, dementsprechend halte ich das für richtig, das verfassungsrechtlich festzulegen. Aber das Schöne ist ja auch, dass man sich bei solchen Verfassungen immer fragen muss, wie offen sind sie denn für neue gesellschaftliche Entwicklungen in der Zukunft, die wir dann gegebenenfalls eben auch grundgesetzlich absichern müssen. Das sehe ich im Moment nicht. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich kein Jurist bin. Aber ich denke schon, dass wir diese Offenheit beibehalten sollten und sicher gehen sollten, dass wir in der Zukunft bei wichtigen Fragestellungen eben auch nochmal die Grundgesetzänderung vornehmen. Wir ändern das Grundgesetz häufiger, gerade wenn es um das Zusammenspiel Bund, Länder, Gemeinden geht. Da kann man an vielen Stellen auch kritisch sein bei den Änderungen der vergangenen Jahre. Aber das ist jetzt nichts, an dem ich ansetzen würde, um eine Grundgesetzänderung zu verlangen. Jetzt steht da mir eine wichtige Wahl an. Es könnte ja passieren, dass eine politische Konstellation rauskommt, die die Schuldenbremse wieder rausschmeißen wird aus dem Grundgesetz. Wissen Sie sich da mit Händen und Füßen wehren? Ja, ja, ja. Ich werde dagegen schreiben, jeden Tag, wenn es sein muss. Erklär mal für einen Laien, was die Schuldenbremse bedeutet. Die Schuldenbremse bedeutet, dass die Entscheidungen für Steuern, andere Abgaben und Ausgaben dann jeweils von den heutigen Entscheidungsträgern getroffen werden müssen und alle diejenigen, die davon betroffen sind, eben auch Entscheidungsgewalt haben. Das muss ich nochmal anders erklären. Ja. Die Schuldenbremse sorgt dafür, dass die Verteilungskonflikte, die der öffentliche Haushalt immer bereit hält, heute ausgetragen werden müssen und nicht erst in der Zukunft durch zukünftige Generationen. Denn wenn irgendwann einmal die Situation auftreten sollte, dass die Finanzpolitik aus dem Ruder läuft, dann leiden die zukünftigen Generationen besonders. Ich hätte mir gewünscht, dass Griechenland in den 80er Jahren eine Schuldenbremse gehabt hätte. Dann hätten wir den Zusammenbruch der griechischen Wirtschaft nicht gehabt. Und es waren vor allem die jüngeren Leute, die betroffen waren. Es waren nicht die älteren. Aber glaubst du nicht, dass zukünftige Generationen zum Beispiel uns dankbar wären, wenn wir jetzt heutzutage, also heute hunderte Milliarden, meinetwegen sogar Billionen an Euro in den Klimaschutz stecken, damit diese zukünftigen Generationen noch ein lebenswertes... Ja, ich bin fest davon überzeugt. Also Klimaschutz ist meines Erachtens eines der wichtigsten... Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Enkel irgendwann sagen werden, auch gut, dass ihr damals die Schuldenbremsenregel eingehalten habt. Nur schade, der Planet ist jetzt 5 Grad wärmer. Ja, wenn man den Trade-off so macht, du kannst ja beides haben. Du kannst ja einen vernünftigen Klimaschutz betreiben, einerseits, und auf der anderen Seite die Schuldenbremse beibehalten. Die Frage ist ja, was heißt das denn, so viele Milliarden in den Klimaschutz pumpen zu müssen? Erstens muss man sagen, einen effektiven Klimaschutz bekommen wir dadurch, dass wir CO2 reduzieren. Also das ist ganz eindeutig... Ich wollte jetzt nicht über Klimaschutz an sich reden, sondern einfach nur das Geld, was man da reinsteckt. Das muss man. Also du musst darüber reden, weil einfach nur Geld reinzustecken, hilft ja überhaupt nichts, wenn wir CO2 nicht reduzieren. Also einfach zu sagen, wir in Deutschland haben jetzt eine klimaneutrale Wirtschaft, der Rest der Welt ist uns egal, das hilft den zukünftigen Generationen Null. Aber ich wollte jetzt aber bei der Schuldenbremse an sich bleiben. Schuldenbremse heißt ja, Einnahmeausgaben im Grunde Pi mal Daumen dasselbe. Und bei Klima könnte man ja sagen, okay, wir machen jetzt richtig krass viele Ausgaben wegen den zukünftigen Generationen. Da könntest du ja auch sagen, okay, dann machen wir die Einnahmen einfach auch hoch. Dann ist die Schuldenbremse wieder eingehalten. Ja, ich finde schon, wenn man... Vermögensteuer und keine Ahnung... Also wenn man der Meinung ist, wir bräuchten für den Klimaschutz diese massiven Ausgaben, dann muss man sie eben auch finanzieren, durch Steuern. Das ist die Position, die ich dabei vertrete. Wobei man schon nochmal sagen muss, die Schuldenbremse ist ja auch ein bisschen komplexer. Es ist jetzt nicht so, dass wir heute keine Schulden machen. Wir haben vergangenes Jahr und dieses Jahr Rekordhaushalte. Also Grenze. Es gibt eine normale Grenze, es gibt sozusagen eine Regelgrenze für die Normalverschuldung in normalen Zeiten. Und das, was dann an Verschuldung möglich ist, schwankt um diese Regelgrenze. In Boomzeiten muss man Überschüsse bilden. In schlechteren Zeiten, Rezessionen und schweren Krisen macht man ordentliche Defizite. Das ist sehr kentianisch gedacht, ehrlich gesagt. Ja, aber wir sind doch gerade in einer schweren Klimakrise. Da müssen wir doch eine Menge Defizite machen. Wir sind noch nicht in der Klimakrise. Ich glaube, wir würden erst reinkommen, wenn wir das 2-Grad-Ziel nicht erreichen. Oder vielleicht auch das andere 2-Grad-Ziel. Dann ist es schon viel zu spät. Dann ist es schon viel zu spät. Ja, dann haben wir die Krise. Das ist ja genau der Punkt. Nein, die Krise tritt dann erst ein, wenn die Situation, wenn die Karre im Dreck liegt, sozusagen. Die Krise, die wir jetzt haben, ist die Corona-Krise. Wir sind noch nicht in der Klimakrise. Wir können noch reagieren. Eine Schuldenkrise tritt ja nicht auf, wenn man niedrige Schulden hat, sondern sie tritt auf, wenn man seine Schulden nicht mehr bezahlen kann. Wenn man also die Karre in den Dreck gefahren hat. Und deswegen muss man vorher reagieren. Und das muss man beim Klimaschutz eben auch. Ich dachte, wir haben die Karre schon längst im Dreck und darum wird die Welt ja wärmer. Nein, wir können mit einer ordentlichen CO2-Bepreisung viel, viel mehr erreichen. Und wir können auch mit einer ordentlichen CO2-Bepreisung internationale Vereinbarungen viel leichter erreichen. Dass damit nochmal begleitend Klimaschutzpolitik betrieben werden muss. Also beispielsweise, indem wir die Infrastruktur bereitstellen, die für andere Technologien notwendig ist. Indem wir über Forschung und Entwicklung auch nochmal sehen, was wir noch weiter erreichen können. Und dafür brauchen wir zusätzliche Ausgaben des Staates. Das ist schon klar. Aber beispielsweise wehre ich mich dagegen, dass die Industrie, insbesondere die besonders dreckige Industrie heute, an den Bund herantritt und sagt, ja, ihr wollt jetzt die Klimatransportation das kostet uns so und so viel Geld, wenn wir jetzt umstellen, auf Wasserstoff beispielsweise, bezahlt uns das. Weshalb haben wir denn Unternehmen, die privatwirtschaftlich agieren und Gewinne machen? Also bist du auch beim Kohleausstieg dagegen, dass unsere Kohleunternehmen jetzt noch durch den Staat 10, 20 Jahre länger am Markt sein können? Also ehrlich gesagt, ja. Für mich ist der Kohleausstieg vor allen Dingen eine regionalpolitische Maßnahme, um in den Revieren politisch für mehr Ruhe zu sorgen. Also Mittel reinzuschaufeln, damit andere Dinge betrieben werden können. Oder einfach jetzt Platte gehen lassen? Oder einfach dem Markt überlassen sollen? Nein, du kannst bei einer Externalität wie der Klimaproblematik nichts dem Markt überlassen, sondern du musst über CO2-Bepreisung dafür sorgen, dass CO2-Emissionen teuer werden. Ja, aber dann wird es ja noch schlimmer für die Kohleunternehmen. Also wenn sie nicht nur keine Subventionen mehr haben, sondern einen CO2-Preis erhalten müssen, dann sind sie ja noch schneller weg vom Markt. Ja, ich glaube, man kann das gar nicht mal so einfach sagen. Wenn ich mir die Stahlindustrie anschaue, da gibt es natürlich eine Reihe von Unternehmen, die ihre Arbeit verrichten, indem sie mit Strom als Energieträger arbeiten. Die haben nicht so ein großes Problem. Wenn der Strom alles aus erneuerbaren Energien kommt, kann so eine Stahlfirma ohne weiteres weiterarbeiten. Würde Zertifikate verkaufen können? Nein. Also man muss schon nochmal sehen, und da reden wir dann über CO2-Preise, die deutlich über das hinausgehen, was wir jetzt haben. Da müssten wir schon so in einer Größenordnung von 100 Euro je Tonne CO2 reden. Und das ist die Vorstellung, die meines Erachtens die richtige ist für eine vernünftige Klimaschutzpolitik. Damit nimmt man Geld ein. Also es ist jetzt nicht so, dass da die Schuldenbremse daran hindert, Einnahmen aus dem Handel von Emissionszertifikaten zu erzielen, auf staatlicher Seite. Ist die Schuldenbremse denn so eine ins Grundgesetz festgeschriebene Ordoliberalität? In gewisser Weise ja. Also wenn man modernen Ordoliberalismus, moderne Ordnungsökonomik so versteht als Regelorientierung für die Wirtschaftspolitik, ist es eine Regel für die Finanzpolitik, ja. Und mehr Regeln braucht es. Also habt ihr jetzt auch nicht mehr im Kopf. Da konntest du ja vorhin nicht sagen. Also dass noch irgendwas im Grundgesetz fehlt? Nein, ich bin, ich habe mich zurückhalten wollen bei der Frage, was jetzt konkret ins Grundgesetz geschrieben werden muss. Eben auch, weil ich kein Jurist bin. Ja, sondern ich dann... Ja gut, du kannst dann einen Wunsch äußern und dann... Ja, aber... Lassen wir unsere Juristin... Wünsche sind was für Weihnachten. Ja, also nicht für die Wirtschaftspolitik. Ich äußere selten diese Wünsche. Und ich habe gewisse Vorstellungen, die darauf abzielen, Missstände, die wir haben oder Probleme, die wir haben, zu beheben. Und dann kann ich mir auch konkurrierende Vorstellungen vorstellen. Also von daher, das ist nicht die Frage des Wünschens. Nein, der Punkt ist eher, dass ich mich fragen würde, ob wir vielleicht an anderen Stellen uns noch einmal über unser politisches System Gedanken machen. Ich bin auch aus meiner Forschung in der Vergangenheit und auch aktuell heraus erstens ein Vertreter eines Föderalismus, der wettbewerblich ausgerichtet ist. Also mit klareren Kompetenzzuordnungen auf allen Ebenen. Nicht so ein Mischsystem, wie wir in Deutschland haben. Und zweitens auch immer jemand gewesen, der direkte Volksrechte, also Referenten und Initiativen als eine Möglichkeit sieht, das repräsentative Regelwerk zu ergänzen, das wir haben. Darüber reden wir gleich weiter. Wir machen kurz eine Pause, weil du hast eine Menge Zeit mitgebracht. Also wollen wir die auch nutzen, aber dafür müssen wir ein bisschen lüften. Wir sind in zehn Minuten wieder da. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Findest du eigentlich Schulden als Begriff an sich problematisch? Weil gerade im Deutschen wird ja auch gerne Schuld dann damit verbunden. Ja, weißt du, da bin ich irgendwie pragmatisch. Ich bin einfach mit dem Begriff aufgewachsen und ich versuche ihn jetzt nicht moralisch aufzuladen. Also nicht im Sinne von Schuld und Schulden. Das ist vielleicht der Vorteil, dass ich kein Germanist, sondern Ökonom bin. Aber du kannst das differenzieren. Können das Menschen differenzieren? Weil da denken ja viele dann an Schulden. Ja, ich versuche das natürlich schon, wenn ich über Schulden vortrage, klar zu machen, dass man die typischen Analogien, die einem in den Sinn kommen, nicht anwenden kann. Also schon vom Begriff her, aber auch so die Vorstellung, die es im Privatwirtschaftlichen gibt. Man muss ja seine Schulden irgendwann zurückzahlen. Die Idee der schwäbischen Hausfrau auf den Staat angewandt, das halte ich alles für falsch. Also staatliche Verschuldung hat ganz andere Grenzen und ganz andere Probleme, aber auch ganz andere Vorteile. Und staatliche Schulden könnten ja auch irgendwann weg sein, getilgt werden. Ja gut, sie werden ja eines als formal immer getilgt, das ist ja klar. Das heißt, wir haben keinen Zahlungsausfall. Deutschland bedient seine Anleihen. Ja, aber in so einer großen Krisen gibt es ja immer Schuldenkonferenzen und dann werden Schulden gestrichen. Ja, das Typische, was wir halt haben, ist, dass weniger entwickelte Länder oder Schwellenländer diese Schuldenkonferenzen haben. In Argentinien ist ja ein notorischer Fall, der immer wieder um die Ecke kommt mit einer neuen Umstrukturierung. Also das passiert einerseits, aber das Interessante daran ist ja auch, dass es dann eine Umschuldung ist, die stattfindet. Und wenn man dann nochmal genauer guckt, in welche Bedingungen, zu welchen Bedingungen das passiert, häufig ist es für die Gläubiger gar nicht schlechter, wenn die Umschuldung stattfindet. Also man muss immer genau hinschauen, was da passiert und inwiefern Schulden auch in dem Sinne gestrichen werden, dass wir tatsächlich einen Herkrad haben. Wäre es ja nicht möglich, einen totalen Reset global zu machen, alle Schulden bei allen Staaten auf Null? Auch wenn man so die Mutter der Finanzkrise haben wollte, möglich ist das schon. Warum ist das? Warum ist das gefährlich? Nun, weil es auf der anderen Seite ja immer auch die Gläubiger gibt, die dann eine Menge Vermögen verlieren und wenn sie dieses Vermögen verlieren, bankrott sind. Das kommt darauf an, wer die Gläubiger sind. Wenn das Gläubiger sind, die so viel Geld haben, dass das dann auch egal ist. Das Typische ist, dass die Gläubiger im Bankensystem sitzen und dann die Banken so zusammenbrechen, wie wir das ja schon mal in der Bankenkrise erlebt haben, Finanz- und Bankenkrise vor kurzem. Wäre das schlimm? Ich fand die Auswirkungen damals jetzt nicht gerade unproblematisch. Also ich fand das schlimm. Und wir haben auch in der dann folgenden EU-Schuldenkrise ja doch einiges an Leid erlebt. Es ist jetzt nicht so, dass das alles schön gewesen wäre, was da passiert ist. Aber eine Bankenkrise könnte immer wieder kommen, ne? Ja, natürlich. Deswegen haben wir ja in der Bankenregulierung auch immer wieder eine Aufgabe, etwas zu tun. Man hat mit der Bankenregulierung, die nach der Finanzkrise gekommen ist, auch einiges erreicht. Aber wir haben ja trotzdem einen Schattenbanken. Genug ist nie genug. Ich weiß nicht, ob du noch Konstantin Wecker kennst, aber der hat ja so einen schönen Song dazu geschrieben. Und das ist nun mal so. Genug ist nicht genug. Man kann immer noch mal sich mehr vorstellen. Die Frage ist, wie man das am besten macht. Und ich rate da immer dazu, differenziert vorzugehen. Ich finde, dass wir beispielsweise jetzt immer noch gravierende Probleme im Schattenbankensystem haben und schauen müssen, wie wir dort zu einer besseren Regulierung kommen. Apropos Differenzierung, gibt es gute Schulden, die ein Staat machen kann und schlechte Schulden? Der Staat kann, ja, natürlich kann er gute Schulden machen. Aber der Punkt ist doch der, wenn der Staat tatsächlich das tut, was er soll, nämlich Marktversagen, also aus ökonomischer Sicht betrachtet jetzt. Das heißt, Marktversagen korrigieren, sozialpolitisch einen gewissen Ausgleich schaffen, auch makroökonomisch gewisse Dinge tun. Das, was bei Regulierung und Rechtsstaat brauchen, gehört alles da rein. Dann tut er insgesamt vernünftige Sachen. Und da kann man nicht sagen, da gibt es jetzt eine Ausgabenkategorie, die besser ist als die andere. Das ist beispielsweise Investitionen in Bildung, in Klimaschutz. Das sind doch gute Schulden. Man könnte ja sagen, okay, das zählt gar nicht zu Schulden. Wir zählen das zu Investitionen. Naja, die Schulden ist ja die Finanzierungsseite. Also entweder du finanzierst die Investitionen über Steuern oder du finanzierst die Investitionen über Schulden. Also grob gesprochen. Aber das ist ja die Finanzierungsseite. Die Ausgabenseite sind Investitionen oder Konsumausgaben oder Transferausgaben. Das sind die drei funktionalen Kategorien auf der Ausgabenseite. Und das Schöne ist ja, dass man die Begriffe alle dehnen kann. Also wenn du jetzt sagst, Bildung, die gehören normalerweise haushaltsrechtlich nicht unter den Investitionsbegriff. Also die Ausgaben für Bildung, solange sie nicht in Gebäude stattfinden, also irgendwas, was mit Beton zu tun hat, zählen die Bildungsausgaben nicht zu den Investitionen, sondern zum Konsum. Die Lehrergehälter sind alles Konsumausgaben des Staates. Wie sollten wir das denn ändern? Naja, wenn du das machst. Weil wir investieren ja in unsere Kinder. Richtig. Der Punkt, und volkswirtschaftlich ist das auch völlig klar. Aber volkswirtschaftlich ist auch klar, dass die Investitionen in den Rechtsstaat, wenn der gut funktioniert, das sind auch Investitionen. Und trotzdem, die Gehälter der Richterinnen und Richter, die sind alle bei uns als Konsumausgaben gezählt. Warum? Auf der anderen Seite rechnen wir beispielsweise das Baukindergeld als Investition. Also wenn du das durchgehst, dann stellst du fest, immer dann, wenn der Staat wirklich etwas Sinnvolles tut, kann man das als Investition in die Zukunft für unsere späteren Generationen, für uns selber, für dieses Staatswesen auch sehen. Und dann können wir das dann weglassen in Sachen Schuldenbremse? Ne. Weil der Punkt ist natürlich der, du kannst auch im Grunde im Transferbereich alles, was wir so als soziale Absicherung leisten, sofern das nicht überzogen ist und sinnvoll ist, auch als Investition sehen. Ja. Naja, aber dann ist alles, was der Staat macht, Investitionen. Und dann müsstest du ja sagen, dann muss er sich zu 100% verschulden und nichts über Steuern finanzieren. Das kann nicht funktionieren. Aber du sagst da quasi, es gibt dann selbst für gute Schulden eine Obergrenze. Ich sage, es gibt insgesamt für Schulden eine Obergrenze. Wir können nicht sagen, welche Staatsausgaben, also einfach nur durch Kategorisierung kannst du nicht sagen, was gute und schlechte Ausgaben sind. Na doch. Ausgaben für Klimaschutz? Gegen den Klimawandel? Tja, also ich meine, du kannst ja sagen, jetzt machen wir eine Ausgabe für Klimaschutz und zahlen bestimmten Unternehmen im Ruhrgebiet, in der Stahlindustrie, ihre Anfangsinvestitionen. Da würde ich sagen, das sind keine guten Ausgaben für Klimaschutz. Du kannst das unter das Hedding Klimaschutz stellen, aber es ist halt nicht gut. Ich will denn keine Subventionen zahlen. Aber du wirst dir auch gute Investitionen, gute Schulden ausdenken können. Und dann könnte man sagen, okay, und die, da gibt es keine Obergrenze. Aber trotzdem, im Grunde muss man wirklich klar sagen, in welchen Bereichen der Staat was genau zu machen hat. Selbst bei den klassischen staatlichen Investitionen, denken wir an die Verkehrsinfrastruktur. Ich will nicht, dass wir überall achtspurige Autobahnen dicht durch Deutschland gezogen haben. Das halte ich nicht für richtig. Ich finde eigentlich eher, dass wir sehen müssen, bei aller Notwendigkeit, wo da Ausbauten und Neubauten wegen mir auch notwendig sein mögen, an manchen Stellen, muss doch das Grundprinzip gerade auch im Sinne des Klimaschutzes in den nächsten Jahren sein, dass wir mehr Verkehr auf die Schiene verlegen. Keine Autobahnen mehr bauen. Das sagen die Grünen ja zum Beispiel. Das ist mir auch zu radikal. Also ich finde, es gibt sicher Autobahnabschnitte, wo wir einen Ausbau brauchen. Also wirklich breite Verkehrsachsen, die so stark befahren sind, dass wir große Stauprobleme haben. Wir brauchen in der Zukunft weniger Autos und weniger Individualverkehr. Also brauchen wir auch weniger Straßen. Wir müssen vor allen Dingen Verkehr auf die Schiene legen. Und da muss ich einfach Versäumnisse feststellen. Und wenn in den Verkehr auf die Schiene investiert wird, sind das gute Schulden? Ich nehme keine Investitionen raus aus der Begrenzung, die die Schuldenbremse verursacht. Aber es gibt also eine Obergrenze für gute Sachen? Naja, also bei der Größe des Haushalts, die wir haben und bei der Möglichkeit, über Steuern zu finanzieren, gibt es ja keine Obergrenze für gute Sachen. Nur in dem Sinne, dass die Leute vielleicht nicht bereit sind, so viel Steuern dafür zu zahlen. Und dann wegen mir andere Parteien wählen. Nur das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Denn wir haben ja immer im Hinblick auf die unterschiedlichen Ausgaben Zielkonflikte. Die einen wollen dieses, die anderen wollen jenes. Und diese Zielkonflikte müssen geklärt werden. Das ist die Verteilungsproblematik, die im Staatshaushalt da ist. Und die muss über Steuern finanziert werden. Was ist das mit klimaschädlichen Subventionen? Das Umweltbundesamt zeigt ja jedes Jahr an, zwischen 50 und 60 Milliarden Euro an Steuergeldern fließen in direkte und indirekte Subventionen in Deutschland. Sollte man abbauen. Im Energiebereich, Dieselprivileg, keine Kerosinsteuer im Flugverkehr und so weiter und so fort. Müssen die alle eigentlich weg? Die müssen ja weg. Alles, was klimaschädlich ist, muss weg. Wir sollten jedenfalls klimaschädliche Subventionen abbauen. Ich finde insgesamt müssen wir Steuervergünstigungen und Subventionen abbauen, die in irgendeiner Form ungünstig sind. Also nicht nur für den Klimaschutz, das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Ich würde jetzt zum Beispiel das Dieselprivileg nicht nehmen, aber das Dienstwagenprivileg. Das würde ich beispielsweise abschaffen. Warum Dienstwagenprivileg abschaffen, aber Dieselprivileg nicht? Beim Dieselprivileg haben wir ja unterschiedliche umweltpolitische Anforderungen, die wir besprechen müssen. Also einerseits, was die CO2-Problematik anbetrifft, ist Diesel typischerweise günstiger als der Benziner. Was die NOx-Problematik anbetrifft, ungünstiger. Und entweder macht man das dann so, dass man eben differenziert mit CO2-Bepreisung und Bepreisung für andere Schadstoffe, beispielsweise NOx, vorgeht. Oder wir finden alternative Lösungen. Denn mir wäre es immer lieber gewesen, und was wäre, es ist so, dass es mir immer lieber ist, wenn wir mit der Besteuerung rangehen, eine möglichst breite Bemessungsgrundlage zu haben, ohne großartige Ausnahmen. Das würde ich eigentlich am liebsten haben. Zurück zu deiner Karriere. Gut. Kannst du kurz sagen, du hast in Doktorarbeit geschrieben? Mhm. Worum bist du da? Also zunächst einmal, ich habe nach dem Studium, oder am Ende meines Studiums... Du warst immer in Saarbrücken, ne? Ich habe in Saarbrücken studiert, und am Ende meines Studiums bin ich als Hilfskraft in den Lehrstuhl von Werner Pomerene gegangen. Und je mehr Stunden ich dort absolviert habe, um dann sozusagen immer noch im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung zu bleiben, habe ich dann auch Stundenzahlen in der Klinik als Pflegehelfer abgebaut. War dann bei Pomerene ein Jahr lang Assistent, von 93 bis 94, als er dann, also nach meinem Studium, die erste Phase als Doktorand sozusagen. Und dann ist er an einem Herzinfarkt gestorben. Dann bin ich wenige Wochen danach bei seiner Beisetzung gefragt worden, ob ich nach St. Gallen wechseln wollte, um die Dissertation dort zu beenden. Und habe das dann gemacht. Bei der Beerdigung? Ja. Naja, also ich habe ja eben gesagt, Werner Pomerene ist Teil der Freischule gewesen. Das ist ein sehr freundschaftlicher, kollegialer Verbund von Professoren. Und so gerade die frühe Generation der Freischüler, die waren ähnlich alt wie Bruno Frey selber und hatten einen sehr, sehr guten Kontakt zueinander. Und einer dieser Kollegen, Gebhard Kirchgesner, hat mich gefragt, ob ich nach St. Gallen kommen wollte. Weil das Thema, an dem ich mit meiner Dissertation begonnen hatte zu arbeiten, war das Thema Steuerwettbewerb in der Schweiz. Das ist ja so, dass die Steuerbelastungen zwischen den Kantonen sehr, sehr unterschiedlich sind. Und dazu hatte ich dann schon die ersten empirischen Arbeiten gemacht. Und zwar gemeinsam mit Pomerene und mit Kirchgesner. Und dann sagte Gebhard zu mir, mach das doch bei mir in St. Gallen fertig und komm zu mir. Das habe ich dann gemacht. Bin im April 1995 nach St. Gallen gezogen mit der Familie und habe dann 1999 promoviert. Hast du vier Jahre in der Schweiz gelebt? Noch länger, weil also erstens war es so, dass ich dazwischen nochmal ein Jahr, nämlich das Jahr 1998 ins Ausland gegangen bin. Vom Schweizer Nationalfonds so ein Promotionsstipendium finanziert bekam. War in Los Angeles an der University of Southern California. Und ein halbes Jahr und dann noch ein halbes Jahr in Rennen der Bretagne. Und dann bin ich zurück und habe promoviert, also beziehungsweise die Promotion habe ich in der Zeit auch fertig geschrieben und abgegeben. Hatte 1999 meine Doktorurkunde und wurde, wie das damals hieß, vollamtlicher Dozent in St. Gallen für die Postdoc-Phase. Heute nennt sich das Assistenzprofessor. Das, was wir als Juniorprofessoren auch in Deutschland kennen. Und habe dann bis 2002 habilitiert und so lange in der Schweiz gelebt. Und Steuerwettbewerb in der Schweiz heißt was? Dass die Belastungsunterschiede bei der Einkommens- und Gewinnsteuer enorm sind. Also die Kantone haben die grundsätzliche Kompetenz, Einkommen und Gewinne zu besteuern. Die Gemeinden erheben darauf nochmal so einen Zuschlag, sodass es auch zwischen den Gemeinden und Städten zu einer unterschiedlichen Belastung kommen kann. Der Bund hat eine eigene direkte Bundessteuer auch auf Einkommen und Gewinne. Und die sind untereinander auch nicht verrechenbar. Das heißt, es gibt dann insgesamt eine kumulierte Belastung. Und die unterscheidet sich enorm. Ein Beispiel ist, wenn man in Zürich wohnt, zahlt man ungefähr an die Stadt Zürich und den Kanton Zürich bei einem Einkommen, einem zu versteuernden Einkommen, das sind also alle Abzüge schon weg, von einer Million Schweizer Franken im Jahr bis in mehr als 25 Prozent Einkommensteuer. Und dann kommt die direkte Bundessteuer in Höhe von 11, noch was Prozent drauf. Wenn man nur eine halbe Stunde entfernt, in den Kanton Schwitz, in die Gemeinde Freienbach geht, zahlt man beim gleichen zu versteuernden Einkommen etwa acht Prozent Einkommensteuer. Warum gehen da nicht alle dahin? Weil sich die Unterschiede in der Steuerbelastung in den Immobilienpreisen und Mieten niederschlagen. Ja. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und weil auf der anderen Seite Freienbach… Das heißt, da wo acht Prozent Einkommensteuer ist, sind die Immobilienpreise höher. Also, wir Ökonomen sagen ja gerne Ceteris Paribus höher. Also, gegeben das, was dort an Leistungen auch geboten wird in der Gemeinde Freienbach, sind sie höher. Und in Freienbach leben wahrscheinlich auch viele mehr Millionäre und Milliardäre, weil die das jetzt leisten können. Genau. Das kennen wir auch in anderen Kantonen. Ich habe jetzt den Kanton Schwitz genannt und die Gemeinde Freienbach. Du hast in Schwitz natürlich nochmal andere Gemeinden, die ein bisschen attraktiver sind als Freienbach. Oder wir haben den Kanton Zug, der dafür ja bestens bekannt ist und dieses Steuersparmodell schon lange fährt. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, was es so an Infrastrukturleistungen gibt. Also, manche bleiben dann trotzdem lieber in Zürich wohnen, auch wenn sie eine höhere Steuerbelastung haben, weil Zürich einfach attraktiver ist. Es ist schöner, in Zürich zu leben als in Freienbach. Gibt es einen Länderfinanzausgleich in der Schweiz? Es gibt einen Finanzausgleich, der ist nicht nur Länderfinanzausgleich. Das ist ja immer bei uns ja auch in Deutschland ein System. Kannst du einen Finanzausgleich? Das ist ein System, bei dem der Bund ja auch eine Rolle spielt. Aber es gibt auch einen Ausgleich, einen horizontalen Finanzausgleich zwischen den Kantonen, ja. Findest du es richtig, dass es in Deutschland einen Länderfinanzausgleich gibt? Ich finde das richtig, ich finde ihn aber zu egalitär. Was heißt das? Es ist so, dass von dem, was die Empfängerländer im Finanzausgleich an Mitteln bekommen, da werden die Finanzunterschiede zu stark eingebnet zwischen allen Ländern. Und das passiert dann deswegen so, wenn beispielsweise das Saarland eine zusätzliche Ansiedlung hätte und dadurch höhere Steuereinnahmen realisieren könnte, dass im jetzt seit dem vergangenen Jahr geltenden System des Finanzausgleichs eine Übernivellierung stattfindet. Das heißt also… Bitte nicht so viele Fremdwörter. Ja, ich versuche es. Also ich erkläre nochmal von vorne. Also sagen wir mal, das Saarland hat eine neue Ansiedlung und hat sozusagen eine Million zusätzliche Steuereinnahmen dadurch, ja. Und dann nimmt der Finanzausgleich, der seit dem letzten Jahr gilt, über eine Million wieder weg, weil das Saarland dann weniger aus dem Finanzausgleichssystem gezahlt kriegt. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht, eine neue Ansiedlung zu machen. Also über die Million. Das heißt, wir haben in dem Sinne über die Million. Für die Gesellschaft wahrscheinlich schon, weil es Arbeitsplätze sind. Ja, es gibt auch Arbeitsplätze dadurch, das ist schon richtig, ja. Aber finanzpolitisch ist das für das Saarland uninteressant. Und deswegen besteht immer die Gefahr, dass man sich zu wenig zu kümmern kann. Aber Finanzpolitik ist vielleicht nicht immer das anscheinendste Kriterium. Aber oft. Aber sollte das so sein? Dass es so ein wichtiges Kriterium ist. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, ob es das Wichtigste sein muss. Aber es ist nun mal ein wichtiges Kriterium. Also da bin ich ja auch ganz pragmatisch. Es ist nun mal, wie es ist. Aber welche Kriterien sind dann noch wichtiger oder gleichrangig? Ich mache da keine... Sozialen? Ja, danke für das Stichwort, dass ich sozusagen... Arbeitsplätze sind ja was, bringt ja in der Gesellschaft was. Ja, aber Arbeitsplätze bringen ja auch nur was, wenn sie sich rechnen. Also ich meine, einen Arbeitsplatz zu schaffen, wegen mir auch von staatlicher Seite, wenn man Flaschen verkräbt und so wieder auskräbt, das bringt ja nichts. Ich meine, wir müssen schon auch Arbeitsplätze haben, die Wertschöpfung schaffen, die den Menschen eine Perspektive geben, die den Menschen auch einen Job geben, der ihnen Spaß macht. Also es gibt viele Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Und ich will da nicht auf Glück und Ähnliches als absolute Kategorie abstellen. Deswegen, ich habe da keine lexikografische Ordnung, wie mir das so schön heißt, wo ich sagen würde, das ist das absolute Ziel, das wir gesellschaftlich verfolgen sollten. Sondern es gibt unterschiedliche Ziele und die konkurrieren miteinander. Ein Ziel, was wir als Gesellschaft verfolgen sollen, ist ja gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland. Dann ist ja so ein Länderfinanzausgleich erstmal an sich eine gute Idee. Ja, aber was heißt denn Gleichwertigkeit? Also wir haben die Vorstellung, dass damit ein Mindestniveau... Dass meine Eltern zum Beispiel die gleiche Infrastruktur haben wie Menschen in München. Also meine Eltern lieben in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land. Ja, da kann man schon drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Weil, naja, wir haben ja in München so viele zusätzliche Infrastrukturen, beispielsweise im Kulturbereich, die auf dem flachen Land in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht einmal fünf Kunden anziehen würden. Ich rede jetzt nicht von Kulturinfrastruktur, sondern Infrastruktur. Naja, aber das siehst du schon mal, wir haben ja die Diskussion. Aber auch da, München braucht viel breitere Straßen als eine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern auf dem flachen Land. Aber hauptsache eine Straße, ne? Es ist nun mal so, dass manche Dinge einfach nicht richtig vergleichbar sind. Also man kann nicht sagen, da muss dann das Gleiche installiert werden. Nein, eigentlich ist die Idee Gleichwertigkeit der Lebens... Gleichwertig, nicht gleiche. Naja, also die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist ja sowieso schon auch mal ein bisschen später ins Grundgesetz erst gekommen, mit einer Änderung in den 90er Jahren. Das heißt, da haben wir ja... Ja, also wir sind von gleichen Lebensverhältnissen auf gleichwertige Lebensverhältnisse runtergekommen. Und das heißt, da fängt man dann schon nochmal an zu überlegen, naja, was ist denn gleich wert? Im Grunde geht es dabei darum, dass man sicherstellt, dass wir ein Mindestmaß an öffentlichen Leistungen zur Verfügung haben, über das ganze Land verteilt. Und dann wird man immer darüber streiten müssen, was ist denn dieses Mindestniveau, das man vorzuhalten hat. Ja, und von daher braucht man einen Finanzausgleich, aber genauso wie man nie genau weiß, was denn Gleichwertigkeit bedeutet und das immer nochmal neu bewertet werden muss, muss man auch neu bewerten, wie viel Ausgleich man dabei braucht. Kann ein Institut ja mal quasi eine Definition sich ausdenken und... Ja, die wird dann umstritten sein, diese Definition bei der Gleichwertigkeit. Das ist ja alles immer auch vom Bundesverfassungsgericht bestritten. Es gibt so viele Urteile zum Länderfinanzausgleich und immer wieder Klagen zwischendurch und Gutachten, die dann geschrieben werden. Ich war da ja regelmäßig involviert. Der Punkt ist einfach auch der, dass man eben fragen muss, welche Anreize setzt das denn für die jeweiligen Länder, eine vernünftige Politik zu machen. Und da kann man durchaus sagen, das deutsche System geht in seinem Ausgleichselement zu weit. Wenn jetzt nochmal Tabula Rasa wäre und du ein neues System etablieren könntest, was wäre das? Ich habe das vor ein paar Jahren aufgeschrieben und in einem Gutachten für die FDP mal aufgeschrieben, dass man ein System haben könnte, bei dem wir den Ländern mehr Besteuerungskompetenz geben. Dass sie also die Möglichkeit haben, einen Teil von dem, was sie heute aus dem Einkommensteuertopf zugewiesen bekommen, als ihr Anteil, dass sie einen Teil davon selber durch entsprechende Zuschläge bei der Einkommensteuer erheben können. Das heißt, nach deiner Vorstellung könnte Bayern zum Beispiel sagen, wir machen eine Vermögensteuer. Wir haben hier so viele Milliardäre, da kann man eine Menge holen. Ich sage mal, die Bayern würden das eher nicht machen. Nimm lieber NRW. NRW könnte sagen, wir machen beispielsweise, gut, jetzt nimmst du die Vermögensteuer. Ich habe ja von der Einkommensteuer gesprochen. Vermögensteuer existiert zwar noch im Grundgesetz, aber sie lebt ja nicht mehr. Sie müsste ja wiederbelebt werden. Könnte man ja machen. Ja, da kann man nochmal anders drüber diskutieren, wie sinnhaft eine solche Regelung ist. Aber man muss schon auch sagen, wenn es um Aufkommen geht, mit dem man wirklich ein ordentliches Ausmaß an Ausgaben finanzieren will, dann ist die Einkommensteuer einerseits und die Umsatzsteuer andererseits. Das sind die wichtigen Steuerarten. Da kommt viel Geld zusammen. Aber nach deiner Vorstellung könnte Bayern sagen, wir machen hier eine Vermögensteuer, damit wir unsere Einnahmen erhöhen. Ich würde sowohl bei der Erbschaftsteuer, also die Vermögensteuer würde ich nicht wiederbeleben, aber bei der Erbschaftsteuer würde ich sagen, das könnten sie selber machen. Sie sollen die Freiheiten haben, eigene Steuern zu erheben. Und wenn Bayern sagt, Vermögensteuer, das ist jetzt unser Vorschlag. Unabhängig jetzt von Vermögensteuer. Wenn die Bayern sich eine Steuer ausdenken, das ist dann... Das, was ich jetzt dazu sage, unabhängig von der Vermögensteuer, würde genauso isoliert auf Twitter zitiert. Und deswegen sage ich, eine Vermögensteuer will ich nicht. Ich will sie nicht wiederbeleben. Aber wegen mir kann die Erbschaftsteuer sehr wohl, die ja auch am Vermögen anknüpft, und wo man sich auch fragen kann, ist sie denn nicht vielleicht im Moment zu freigiebig. Die Erbschaftsteuer könnte meines Erachtens sehr wohl von den Ländern erhoben werden. Völlig in eigener Verantwortung, sowohl was die Bemessungsgrundlage, als auch was die Steuersätze anbetrifft. Zurück zu dir. Hast du dir eigentlich, bevor du wirtschaftsweise wurdest, hast du dich mit der Wirtschaftsweise auseinandergesetzt? Ja, klar. Wie eben gesagt, ist einer meiner Professoren in Saarbrücken Olaf Sievert gewesen, der der erste Generalsekretär des Sachverständigenrats war unter Giersch und dann ab 1970 bis 1985 Mitglied des Sachverständigenrats als Professor, davon zehn Jahre als Vorsitzender. Und für seine Lehrveranstaltungen war es wahnsinnig wichtig, die Gutachten des Sachverständigenrats gelesen zu haben, um entsprechend vorbereitet zu sein. Damit man die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Konzepte kennt, die sind abgefragt worden. Und ich habe alle Gutachten von 1964 bis 1985, nee, länger, bis 1992 gelesen gehabt. Also so lange. Das ist schon eine lange Zeit und das sind ja dicke Dinger. Also kannte ich die Jahresgutachten. Ich wusste, was der Sachverständigenrat ist und welche Rolle er spielt und so weiter. Und hast du gesagt, da gehöre ich auch rein? Das ist ein anderer Punkt. Ich bin ja vorher schon in den wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums gegangen und zwar erst anderthalb Jahre, nachdem ich meine Stelle in Marburg angetreten hatte. Oder schon anderthalb Jahre, nämlich im Jahr 2003, im November. Und da habe ich auch nicht gezögert, als der Anruf kam, sofort zu sagen, ich mache das. Und zwar ist uns in Saarbrücken auch vermittelt worden, der damalige Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats. Es ist ja so, dass die beiden Beiräte im Finanz- und im Wirtschaftsministerium ein volles Kooperationsrecht haben. Das heißt also, sie bestimmen selber die neuen Mitglieder, Mitglieder, äh, Mitgliederinnen sagt man gar nicht, ja, die neuen Mitglieder, die aufgenommen werden. Und der Minister vollzieht diese Wahl, wenn keine strafrechtlichen Gründe entgegenstehen. Also typischerweise immer. Ja, so, und ich bin dann angerufen worden von Heinz Große-Kettler, der leider mittlerweile auch verstorben ist. Und bei den Wirtschaftsweisen, wer hat dich da angerufen? Das ist so, nachdem es mal einen Kollegen gab, der das Angebot, um den Sachverständigenrat zu gehen, ausgeschlagen hat. Was? Ja, nachdem das passiert ist, wird dann im Vorfeld gefragt. Du warst der Ersatz, oder was? Nein, nein, nicht in dem Fall. Das war in dem Fall, oh, wer war das? Also ich glaube, es war Michael Burda, hier von der Humboldt-Universität, der es ausgeschlagen hat, um den Sachverständigenrat zu gehen. Und ich weiß gar nicht mehr, wen man damals als Ersatz gewählt hat. Aber jedenfalls ist das noch ein gutes Stück vor meiner Zeit gewesen. Michael ist ja auch ein bisschen älter. Aber bei mir war das so, dass die Nachfolge wie gerade besetzt werden musste. Und dass die Beamten des Wirtschafts-, Finanzministeriums und der Abteilung für Wirtschaft im Kanzleramt, das sind die drei Spitzenbeamten, die sich dann zusammensetzen und überlegen, wer das werden könnte, wer ein Nachfolger werden könnte. Die hatten eine Shortlist mit mir und Clemens Fust und der Minister hat sich dann für mich entschieden. Und dann bin ich im September gefragt worden, sind sie grundsätzlich bereit, in den Sachverständigenrat zu gehen? Und im Dezember kam dann schon grünes Licht und im Januar geriet das dann auch in die Presse. Der Minister war Rainer Brüderle? Rainer Brüderle, jawohl. Hat er einen guten Job gemacht? An manchen Stellen ja, an manchen Stellen nein. Also ich fand damals in der Finanzkrise die weitreichenden Hilfen für Opel, die verlangt worden sind, hat er abgewehrt. Das fand ich richtig. Insofern hat er einen guten Job gemacht. An anderen Stellen kann man auch kritischer sein. Könnt ihr Wirtschaftsweisen eigentlich unsere Wirtschaftsweise infrage stellen? Der Sachverständigenrat hat alle Möglichkeiten, wirtschaftspolitische Themen aufzugreifen. Also ihr könntet auch sagen, unser derzeitiges wirtschaftliches System führt in die Klimakatastrophe. Wir müssen unsere Wirtschaftsweise grundlegend ändern. Das könnte der Sachverständigenrat tun. Habt ihr das ja nicht gemacht? Nein, aus guten Gründen. Weil die Klimakrise noch nicht da ist. Nicht nur, weil die Klimakrise nicht da ist, sondern weil wir sie auch mit Instrumenten abwehren können, die erstens sehr effektiv sind für den Klimaschutz und zweitens in der marktwirtschaftlichen Ordnung gut verankert sind. Das war's. Also. Ja. Das ist doch der entscheidende Punkt. Also ich meine, man muss natürlich sagen. Klimaschutz mit Marktwirtschaft. Obwohl die Marktwirtschaft oder der Kapitalismus uns in die Situation gebracht hat. Klimaschutz mit Marktwirtschaft geht natürlich. Also ich meine, ein marktwirtschaftliches Instrument ist der CO2-Preis und der ist hocheffektiv. Ja. Also von daher, warum sollte man dieses Grundprinzip ändern? Man muss natürlich sagen, der Sachverständigenrat ist durch sein Mandat gebunden. Und im Sachverständigenratsgesetz, das das Mandat bestimmt, steht schon drin, dass er seine Analysen und unterschiedlichen Möglichkeiten für die Wirtschaftspolitik auf Basis der marktwirtschaftlichen Ordnung zu entwickeln hat. Also die marktwirtschaftliche Ordnung umstürzen, das würde der Sachverständigenrat schwer mit dem Mandat vereinbaren können. Man könnte sagen, Leute, ihr müsst das ändern. Ja, ändern immer. Ja, natürlich kann man was ändern. Also eine höhere CO2-Bepreisung heißt was ändern. Ja, wir reden ja über ordentliche Preise, wir reden ja nicht über den Kleinkram. Müssen die Mitglieder der Wirtschaftsweisen unabhängig sein? Bist du unabhängig? Was heißt unabhängig und wertfrei? Das ist auch eine lange Diskussion. Ja. Also wenn wir zurückgehen zu Max Weber, ist die Vorstellung, ja, man muss wertfrei urteilen. Wenn man das etwas nüchterner sieht, muss man sagen, jeder Mensch, damit auch jeder Ökonom, der für den Sachverständigenrat in Frage kommt, hat seine eigenen Wertvorstellungen und ist nicht frei davon. Kann er gar nicht sein. Also man ist ja nicht schizophren. Was aber, und das ist von Karl Popper sehr schön entwickelt worden, was letztlich zur Wertfreiheit der Wissenschaft, nicht des einzelnen Wissenschaftlers führt, das ist der Wettbewerb unter den Wissenschaftlern. Und insofern ist es wichtig, dass im Sachverständigenrat sehr unterschiedliche Personen auch aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. und das hat man versucht von Anfang an so zu lösen, dass man fragt, bei einem Mitglied in Richtung Gewerkschaften, ist das jemand, mit dem ihr leben könnt? Und in die andere Richtung, nämlich der Wirtschaftsverbände, der Arbeitgeber, ist das jemand, mit dem ihr leben könnt? Das sind sozusagen die beiden Tickets, die eine gewisse Verbändeorientierung haben. Ich formuliere das sehr, sehr vorsichtig, weil es gibt formal kein Vorschlagsrecht beider Seiten. Es hat sich einfach eingebürgert, dass man in normalen Zeiten zumindest, im Vorfeld, wenn es darum geht, jemanden für den Sachverständigenrat zu finden, sich auch in Verbindung setzt mit den Gewerkschaften beziehungsweise den Arbeitgeberverbänden und dann versucht herauszufinden, ob das in Ordnung ist. Auf welchem Ticket bist du? Ich bin auf dem Ticket des Finanzwissenschaftlers, weil seit 1974 ist immer ein Finanzwissenschaftler drin. Also jemand, der sich mit öffentlichen Finanzen auskennt. Und es ist naheliegend, dass das jemand macht. Aber vertrittst du ja die Arbeitgeberseite? Die Gewerkschaften würden heute sagen, weil ich in der Mindestlohnkommission von den Arbeitgebern als Wissenschaftler benannt worden bin, dass ich arbeitgebernah bin. Aber ich bin nicht arbeitgebernah und auch nicht gewerkschaftsnah. Bist du CDU-nah? Du bist ja der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des CDU-Wirtschaftsrats. Der CDU-Wirtschaftsrat ist ja ein Konstrukt, in dem viele Leute drin sind, die nichts mit der CDU zu tun haben. Sondern es sind viele... Ja, aber du berätst damit explizit die CDU. Wenn du jetzt bei der SPD auch dabei wärst oder bei den Linken, bei den Grünen, dann würde man sagen, gut. Ich habe überhaupt kein Problem, auch die Grünen oder die FDP zu beraten. Ich würde auch die SPD beraten. Die hat nur in den letzten Jahren nicht mehr angefangen. Du könntest nur sagen, ich berate hier niemanden. Ich stehe da drüber. Nein. Also wenn mich jemand um Rat fragt, dann komme ich. Auch die AfD. Bei der AfD gehe ich nicht gerne hin, ehrlich gesagt. Aus anderen Gründen. Ich halte die AfD in ihrer gegenwärtigen Verfassung nicht für eine demokratische Partei und mache das dann auch nicht. Bei den Linken wäre ich auch vorsichtiger, obwohl ich das schon mal gemacht habe. Also ich bin damals noch vom Oppositionsführer, Bodo Ramelow in Thüringen, als es um eine Gesetzgebung für direkte Volksrechte ging, als Experte angefragt worden bin, hingegangen. Aber nicht als Ökonom? Naja, als Ökonom, der sich mit direkter Demokratie auseinandergesetzt hat, weil ja immer auch die ökonomischen Probleme solcher politischer Fragen diskutiert werden. Und habe das dann auch als Ökonom begutachtet und Stellung bezogen. Aber natürlich zu diesem Thema, zu dem ich da angefragt worden bin. Ich weiß, die Linke würde mich nicht zum Mindestlohn anfragen. Mit Sicherheit nicht. Du warst bei den Sozis, warst SPD-Mitglied, bist du jetzt irgendein Parteimitglied? Nein. Eure Gutachten, die ihr schreibt, ist das Wissenschaft? Ja. Die Gutachten selber müssen so geschrieben sein, dass sie allgemein verständlicher sind. Obwohl, du kennst ja das ein oder andere, auch aus unserem Zusammentreffen in der Bundespressekonferenz. Dem entnehme ich das jetzt, dass du wenigstens den ein oder anderen Textbaustein angeschaut hast. Die sind manchmal schon auch ein bisschen schwerer zu lingen. Also ich habe mir nie das fette Ding durchgelesen. Das finde ich traurig. Das solltest du mal. Zumindest solange ich dabei war. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch immer so gut formuliert sind in Zukunft. Aber das ist nur ein Spaß. Also von daher... Ist das Wissenschaft, was man da liest? Ja, natürlich. Du siehst sehr stark, wenn wir beispielsweise, wir arbeiten etwa mit Kasten. Da schreiben wir rein etwa eine Literaturübersicht über das, was in der Literatur zu diesem Thema vorhanden ist. Also geben sozusagen eine Quintessenz in der Übersichtsdarstellung, so wie wir das in Survey aufsetzen, zu bestimmten Themen eben auch in wissenschaftlichen Journals hat. Oder wir machen eigene Analysen. Wir haben zum Beispiel voriges Jahr eine eigene Befragung gemacht zur Wirkung der Umsatzsteuersenkung. Diese Mehrwertsteuersenkung, die es temporär gegeben hat. Wir haben Analysen gemacht zur Überwälzung der Grunderwerbsteuer beispielsweise. Und daraus ergeben sich dann nochmal eigene wissenschaftliche Papiere, die wir in diesen Jahresgutachten verarbeiten. Und insofern würde ich sagen, ja, da steckt Wissenschaft drin, absolut. Erarbeitet ihr das? Arbeitet ihr wissenschaftlich? Oder seid ihr, weil ihr die Wirtschaftsweisen seid, lasst ihr eure Leute arbeiten? Weil der Rat hat ja auch viele Mitarbeiter. Also sagst du denen einfach nur, hier macht man dazu mal was? Oder forschst du selber und schreibst das alles selbst? Ich glaube, dass man sehen muss, da gibt es ein weites Feld. Wir arbeiten natürlich mit einem großen Stab zusammen. Und da gibt es dann mehr oder weniger eigene Anteile. Aber wenn ich auf einem Papier draufstehe, dann ist mein Anteil hinreichend groß, dass ich das auch erworben habe. Hinreichend heißt? Dass ich Textbausteine geschrieben habe, dass ich bei der Frage, wie eine empirische Analyse durchgeführt wird, mitgemacht habe. Also gefragt habe, wie gehen wir methodisch ran, wie setzen wir das am besten auf, welche Probleme ergeben sich hier, wenn wir bestimmte Ergebnisse sehen, dass man sich fragen muss, wie robust die sind, welche Robustheitsanalysen sind durchzuführen und ähnliches. Also das ist das, was ich immer gemacht habe, bis heute mache in meiner Arbeit. Angenommen, du hast jetzt so einen Textbaustein geschrieben, so einen Absatz und Veronika Grimm, wirtschaftsweise, oder Achim Truger kommen an und sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Dann diskutieren wir das aus, ja. Also es ist ja sowieso, der Sachverständigenrat arbeitet ja so. Und da findet ihr den Kompromiss? Oder sagt ihr denn ja, gucken wir mal, was die Wissenschaft sagt? Nein, nein, du musst dir das ja vorstellen, einerseits in der zeitlichen Dimension und andererseits mit Arbeitsteilung. Das heißt also, die unterschiedlichen Räte betreuen typischerweise unterschiedliche Kapitel oder zumindest Teile von Kapiteln. Betreuen heißt, sie schreiben das selber, ihre Textbausteine, sie nehmen Einfluss auf die Analysen, führen sie teils selber durch und arbeiten mit den Stabsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern dahingehend. Und das mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in diesen Dimensionen. Das ist die eine Seite. Das heißt, wir haben eine Arbeitsteilung und das Kapitel, das jemand verantwortet, wird dann im Plenum diskutiert. Und zwar auf der Zeitschiene, nicht nur einmal. Das geht los mit einer ersten Fassung. Die erste Fassung ist schon eine erweiterte Gliederung. Das heißt, man schreibt auf, das wollen wir im Grundsatz mit aufnehmen, an Stichpunkten. Und dazu bereits bestimmte Orientierungen, was das heißt für die Analyse einerseits und was es heißt für bestimmte Inhalte andererseits. Also, dass man sagt, das ist jetzt in der Diskussion von der und der Seite, wegen mir Einführung einer Vermögensteuer, das gab es schon in der Literatur dazu, die und die Gruppierungen haben Stellung bezogen und so weiter. Dass man das also schon in so einer erweiterten Gliederung klar macht. Dann kommt im nächsten Schritt die Erstfassung, die darf noch inhaltliche Lücken haben. Dann kommt die Zweitfassung, die muss inhaltlich komplett sein, sodass wir da die Inhalte auch wirklich möglichst abschließend diskutieren können. Dann gibt es eine dritte Fassung, die muss auch in den Formulierungen ausdiskutiert werden. Und am Schluss, nachdem es nochmal im Statistischen Bundesamt eine interne Kontrolle außerhalb des Sachverständigenrats gegeben hat, also sozusagen eine Qualitätskontrolle, dass alle Zahlen richtig sind, dass richtig zitiert ist und so weiter, gibt es noch einmal, dann aber nicht mehr im Plenum mit allen fünf Räten, sondern typischerweise nur mit zwei, ein Korrekturlesen. Das heißt, wir lesen uns dann das Kapitel auch nochmal gegenseitig vor. Das sind also sozusagen die sechs, wenn man die externe Qualitätskontrolle hinzunimmt, sieben Stufen, die jedes Kapitel des Jahresgutachtens normalerweise durchläuft. Das heißt, am Ende liest auch Veronika Grimm was vor und dann könntest du immer noch sagen, Bullshit. Wenn wir soweit sind, darf das, was da steht, eigentlich kein Bullshit mehr sein. Ich muss in der zweiten Fassung sagen können, das ist inhaltlich falsch. Ich sage nicht Bullshit, sagen wir nicht zueinander. Aber wir sind immer jung, naiv. Ja, aber gut, ich meine, es geht doch schon mal ein bisschen höher her im Sachverständigenrat. Ich hoffe es. Diskutiert auch mal ein bisschen heftiger. Dann heißt es zwar nicht Bullshit, sondern Unsinn oder so, aber ja. Nein, ich meine, in der zweiten Fassung, die zweite inhaltliche Fassung muss wirklich vollständig stehen. Und da muss ich klar sagen können, das halte ich für inhaltlichen Unsinn. Oder ich denke, es ist falsch aus den und den Gründen. Und dann diskutieren wir es aus. Gib uns mal das letzte Beispiel, wo du gesagt hast, das ist Unsinn und das habt ihr ausdiskutiert. Boah, dumm. Tja. Im letzten Jahresgutachten haben wir beispielsweise eine intensive Diskussion gehabt über die Rentenpolitik. Und da haben Veronika und ich eigentlich gar keinen Dissens gehabt, aber der Dissens, der sich ja danach auch in einem Minderheitsvotum niedergeschlagen hat, war zwischen mir und Achim Truger. Und da habe ich durchaus auch in der Diskussion hart gefochten. Weil du wolltest, dass das Renteneintrittsalter wieder gesenkt wird? Nein. Ich möchte, dass das Renteneintrittsalter weiter erhöht wird. Ach so. Und Achim nicht. Achim nicht. Da konntet ihr euch nicht einigen? Genau. Wir konnten uns nicht einigen. Gibt es da keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass man irgendwann die Leute nicht zu sehr, zu lange arbeiten lassen sollte? Also ich finde schon, wenn man die unterschiedlichen Alternativen anschaut, die zur Finanzierung der demografischen Probleme anstehen, gerade jetzt, wenn man in eine Phase läuft, in der es vom Wachstum ja sowieso schwieriger wird, auch wegen der Demografie, nicht mit zu hohen Abgaben reingehen darf. Dass das zu negative Auswirkungen hat. Und Achims Einschätzung ist die, dass es nicht so hohe negative Auswirkungen hat. Und er meint auch, dass wir mehr Produktivitätssteigerung erreichen könnten. Einerseits, dass wir andererseits über eine höhere Frauenerwerbstätigkeit auch mehr erreichen können und ähnliches. Und da finde ich schon, dass es doch eine Reihe von Berechnungen gibt, die wir auch im Sachverständigenrat schon mehrfach vorgelegt haben. Dass uns das zwar Erleichterung bringt, eine höhere Frauenerwerbstätigkeit, aber keine Lösung des gesamten Problems. Könnte Achim recht haben? Achim könnte recht haben, wenn wir wirklich alles zusammen, was wir an Erleichterungen bekommen können in der Demografie, zusammennehmen. Dazu gehört auch eine höhere Einwanderung, als wir heute haben. Also auch eine höhere Einwanderung, als sie typischerweise in diesen demografischen Berechnungen des Statistischen Bundesamts drin ist. Die Argumentation ist immer, okay, die Leute werden durchschnittlich immer älter in unserem Land und darum sollte auch das Renteneintrittsalter erhöht werden, weil sonst würde irgendwie 30 Jahre lang müsste der Staat Rente zahlen, anstatt wie früher 20 Jahre im Schnitt. Aber dann sagst du ja quasi, es braucht eine Obergrenze für Rentenzahlung. Naja gut, dass es da auch Obergrenzen gibt, ist ja klar. Wir berechnen ja das, was an Rentenzahlungen rauskommt nach der Rentenformel. Das heißt, man muss eine gewisse Zeit gearbeitet haben. Es wird auch berechnet nach der Höhe der Einkommen, die man erzielt hat und ähnliches. Also deswegen gibt es ja diese komplizierte Rentenformel. Also insofern sind die Rentenzahlungen selber immer begrenzt und abhängig davon, was man früher gemacht hat. Auf der anderen Seite die Bezugsdauer der Rente ist gar nicht die Zielgröße dabei, sondern es ist nur ein Anhaltspunkt dafür, dass wir ja in den vielen Jahrzehnten durch eine Ausweitung der durchschnittlichen Lebenserwartung, die man noch mit Ende 50, Anfang 60 hat, eben immer mehr Zeit im Rentenalter verbracht hat. Also in der Freizeit. Und der Vorschlag, den wir favorisiert haben, den wir schon viele Jahre favorisieren und den auch andere favorisieren, ist der, dass von jedem gewonnenen Lebensjahr in der Lebenserwartung, das es im Durchschnitt gibt, zwei Drittel in die Arbeitszeit und ein Drittel in die Freizeit laufen und nicht 100% in die Freizeit. Das ist die Idee. Das heißt, man würde dann länger arbeiten müssen, aber nur langsam, allmählich, über die Zeit und hat dann trotzdem wenigstens im Durchschnitt auch eine längere Rentenphase. Und was man dort sicher diskutieren muss, was wir auch im letzten Jahresgutachten diskutiert haben, ist die Frage, wie ist das denn verteilt, diese längere Rentenzeit? Gibt es doch welche, die in bestimmten Tätigkeiten arbeiten und deswegen auch eine kürzere Rentenphase haben und davon gar nicht so richtig viel haben. Diejenigen, die im Durchschnitt viel, viel älter werden, sind halt solche, die eine andere Belastung in ihrem Job haben während des Arbeitslebens. Und auch das ist eine schwierige Lösung oder eine schwierige Frage, die gelöst werden muss. Was hältst du von der Losung 40 Jahre Arbeiten und 40 Jahre Freizeit? Das ist mir zu kurz gearbeitet. Das ist doch fair. Nö. Warum? Naja, weil dann diejenigen, die in den 40 Jahren arbeiten, so unglaublich viel zahlen müssen an Abgaben, damit die anderen, die dann noch 40 Jahre in Rente sind... Aber das ist ein Umlagesystem. Ja, das ist ein tolles Umlagesystem, bei dem die Jüngeren massiv benachteiligt werden. Ja gut, das kann man ja dann irgendwie regeln. Man könnte ja auch nach Rente, also das Geld, wo das Geld herkommt für das Rentensystem, sich auch nochmal neu ausdenken. Wo soll es denn herkommen? Naja, jetzt zahlen ja Beamte und Anwälte und so weiter separat ein, Kapitalerträge kommen nicht dazu. Man könnte ja quasi den Topf größer machen. Ja, das könnten wir, aber das bringt natürlich nur nochmal mehr Ansprüche und das hilft uns eigentlich in diesem demografischen Übergang gar nichts, weil der läuft ja bis 2080. Ja, das heißt also, Beamte wie ich, die hoffentlich ein längeres Leben haben, zumindest im Durchschnitt als andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das kommt ja raus, wenn man die Statistik anschaut, die erwerben dann Ansprüche in der Rentenversicherung in Zukunft und haben mehr davon in diesem Umlageverfahren. Das heißt, da werden die Jüngeren noch mehr belastet durch die Beamten als sowieso schon. Musst du als Beamter irgendwann in Ruhestand gehen? Ich muss irgendwann in Pension gehen, genau. Wann ist das? Mit 67 Jahren. Da wäre es eigentlich fair, wenn du sagst, Renteneitalter rauf, dass du dann auch länger arbeiten musst. Ja, das Problem ist ja bei den Professoren nicht, dass die nicht länger arbeiten wollen. Also es ist immer schon so gewesen, dass man viele meiner Kollegen... Der Professor sagt, die Leute sollen länger arbeiten und gleichzeitig kannst du den Luxus... Ja, ich arbeite gerne länger, das ist kein Problem. Also wenn du mich persönlich ansprichst, wenn ich wirklich so alt werde, ich arbeite noch gar bis 70. Aber der Staat muss sich in den Ruhestand schicken. Ja, das Problem ist wirklich bei den Professoren, dass man die meisten so aus ihrem Büro rausziehen muss, dass man gerade Spuren auf dem Teppich sieht. Also von daher... Das wird bei dir auch so sein? Ja, so viel Widerstand werde ich jetzt auch nicht leisten. Werd bist du jetzt? Ich werde 55 dieses Jahr. Ah, dann hast du noch Zeit. Sehr schön, ja. Hoffentlich. Du kannst ja daran arbeiten, dass auch ein beamteter Professor bis 70 arbeiten muss. Ja, ich finde das richtig. Wobei ich eben nicht die Grenze setzen würde, einfach zu sagen, bis 70, also ein festes Renteneintrittsalter, sondern ich würde lieber die Bindung an die fernere Lebenserwartung vornehmen. Also die Lebenserwartung, die man mit 60 plus hat noch, um eben das, was sich im Zeitablauf entwickelt, was wir beispielsweise auch an Migration und Erwerbsbeteiligung und Produktivität und so weiter haben, auch richtig zu berücksichtigen. Wenn das zu starr ist, halte ich es nicht für richtig. Ich denke schon, dass wir hier auch eine gewisse Flexibilität haben müssen. Darfst du als beamteter Professor eigentlich Nebeneinkünfte haben? Also wie man Achim hat erzählt, ihr bekommt ja Geld dafür, dass ihr wirtschaftsweise seid. Ich glaube, du bekommst 37.000 Euro im Jahr dafür. Gibst du das ab? Spendest du das, weil du das gar nicht einnehmen darfst? Nein, das sind Nebeneinkünfte, die ich realisieren darf. Man hat ja die Möglichkeit, das war früher ein Bundesrahmengesetz, dass man ein Fünftel seiner Arbeitszeit in der Woche als Professor verwenden darf, für Nebentätigkeiten. Die sind genehmigungspflichtig. Und dann ist das irgendwann in der Föderalismusreform 2006 vollständig an die Länder übergegangen. Da gibt es dann auch Ausdifferenzierungen. Also Beamte in Hessen werden anders behandelt als Beamte in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg gibt es keine Begrenzung in der Höhe der Nebeneinkünfte, die man realisieren darf. Geil, dann kannst du ja viele teure Vorträge halten. Ja, das kommt auch darauf an, was man machen möchte und wie viel man sich da engagiert. Ich höre, du bist so ganz fleißig. Investmentbanker und so weiter. Ich bin dort fleißig, ich bin aber woanders fleißig. Was bekommt man für einen Vortrag bei der Investmentbank? Das kommt darauf an, was es ist. Was hast du das letzte Mal gefordert? Im Moment finden ja nur diese virtuellen Veranstaltungen statt und dann sind es 3.000, 3.500 für einen Vortrag. Was brutto. Verdienst du mehr nebenbei als als Beamter? Nein. Also selbst auch die Einkünfte durch die Wirtschaftsweise mit einberechnet? Selbst mit einberechnet, natürlich. Klar. Also sparst du? Riesest du? Ach, ich glaube, ich habe sogar einen Riester-Vertrag damals abgeschlossen. Aber das ist ganz einfach. Auch da gilt Arbeitsteilung, die Finanzentscheidungen bei uns zu Hause trifft viel stärker meine Frau als ich. Wie bitte? Ja. Der Ökonom gibt die? Ja, absolut. Was ist denn da los? Ja, meine Frau ist viel sparsamer und zukunftsorientiert als ich. Ich bin, habe ja früher immer gerne gefeiert, das haben wir ja eben schon mal festgestellt. Du feierst immer noch gerne? Ja, ich meine, das geht natürlich nicht mehr in dem Maße wie früher. Man ist ja nicht mehr der Jüngste. Jetzt nicht in der Pandemie, aber. In der Pandemie auch nicht, aber. Also da musst du mich mal irgendwann einladen. Das ist ja so. Das mache ich gerne. So ein Feierhengst wie du. Das müssen wir machen. Wenn dann mal so eine richtige Party wieder steigt, ja. Aber so, da hat man ja auch Vorteile als Vorsitzender der Wirtschaftsweisen. Wahrscheinlich, wirst du wahrscheinlich überall gut eingeladen, ne? Und mit den Vorträgen und. Naja, es kommt darauf an. Also ich meine, wenn du einen Vortrag machst dann und ihn vergüten lässt, dann ist ja die Austauschbeziehung klar. Also du trägst vor, beispielsweise einen Kundenvortrag für eine Bank, indem du die Wirtschaftslage diskutierst und beschreibst auf Basis des Jahresgutachtens und darüber hinaus und dafür gibt es im Gegenzug eine Vergütung. Ganz normale, sozusagen eine ganz normale Beziehung. Wo nimmst du kein Geld? Bei politischen Stiftungen nehme ich in der Regel kein Geld. Die haben, wenn, dann auch nur kleine Aufwandsentschädigungen von 500 Euro oder sowas. Ich nehme kein Geld bei politischen Parteien, wenn sie mich einladen. Ich nehme kein Geld bei studentischen Organisationen, studentischen Kongressen, bei Forschungsseminaren. Ich habe die Jahresgutachten ja auch regelmäßig vorgestellt an Universitäten. Also meine Vortragstätigkeit ist schon sehr, sehr intensiv und deckt im Grunde die ganze Bandbreite von Schulen über Universitäten, Serviceclubs wie Rotary oder Lions oder Zonta bis ja hin zu wissenschaftlichen Vorträgen, die natürlich auch nicht vergütet sind auf wissenschaftlichen Konferenzen. Da zahlt man eigentlich eher eine Tagungsgebühr und vergüteten Vorträgen bei Kundenvorträgen. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Ich könnte mit dir wahrscheinlich fünf Stunden machen. Vielleicht musst du irgendwann nochmal wiederkommen. Hans kommt gleich mit euren Fragen an Lars Feld. Ich habe noch ein paar aktuelle Fragen. Du hast mal Kurzarbeitergeld. Du hast dir mal der Welt im September 2020 gesagt. Ich zitiere, das Kurzarbeitergeld als kurzfristiges Stützungsinstrument war richtig. Die Verlängerung auf 24 Monate bis Ende 2021 ist meines Erachtens zu lang. Die Reinigungskräfte des Marktes werden zu stark zurückgedrängt. Es bringt nichts Arbeit und Kapital in Unternehmen zu binden, die kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr haben. Ich verstehe, dass die Parteien verhindern wollen, dass es kurz vor der Bundestagswahl zu einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosenzahlen kommt. Das ist für mich aber keine ökonomische Kategorie. Warum ist der sprunghafte Anstieg von Arbeitslosigkeit keine ökonomische Kategorie? Das, was keine ökonomische Kategorie ist in dem Zitat ist die Interessen für die Bundestagswahl. Meines Erachtens Das wurde aber so verstanden, dass der Anstieg der Arbeitslosenzahlen keine ökonomische Kategorie ist. Und es wurde darüber diskutiert, mit welchen zusätzlichen Bedingungen diese Verlängerung kommen soll. Und da war es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir das Problem mit Strukturwandel haben, dass man nicht einfach die Arbeitskräfte über Kurzarbeit in den Unternehmen binden soll, die die Überlebenschance am Ende nicht haben. Und was die Politik dann gemacht hat, sie hat ja die Verlängerung nicht einfach so vorgenommen, sondern sie hat bei der Verlängerung dafür gesorgt, dass man ab diesem zweiten Quartal eben auch Qualifizierungsmöglichkeiten eingeht und sie ab Juli auch nachweisen muss, wenn man Kurzarbeitergeld haben will. Und das empfand ich dann im Hinblick auf meine Kritik als einen vernünftigen Kompromiss. Und so haben wir das am Jahresgutachten dann auch aufgeschrieben. Aber es ist nicht nachvollziehbar quasi, dass die politischen Parteien, die die Politik ja am Ende ebnen, sich Sorgen darum machen, dass eine hohe Arbeitslosigkeit passieren könnte, wenn sie das Kurzarbeitergeld einstellen. Naja, die Frage ist doch auch immer, was passiert, wenn wir das Kurzarbeitergeld einfach weiterlaufen lassen, ob der Schaden nachher nicht größer ist. Wir hatten ja auch mal eine Phase, in der das Kurzarbeitergeld nicht so gut gewirkt hat, wie nach der Finanzkrise. Schaden für den Arbeitsmarkt, also für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wenn sie nicht entlassen werden würden. Naja, der Punkt, schau dir mal die Wiedervereinigung an. Da haben wir Kurzarbeitergeld eingesetzt, Kurzarbeitergeld null, über eine längere Zeit, relativ generös, war nicht günstig. Wir hätten früher aufhören müssen damit, wir hätten auch früher mit den anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen aufhören müssen, damit die Leute tatsächlich in die Jobs kommen. Und das haben wir eigentlich erst mit den Reformen der Regierung Schröder gemacht, die Leute wieder in Jobs gebracht. Und das ist der entscheidende Punkt im Arbeitsmarkt. Sie zu halten in Kurzarbeiterregelungen oder in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wie die Dinger früher heißen, das nutzt doch nichts. Ja, das bringt den Arbeitnehmern selber nichts und den Arbeitnehmerinnen, die da drin sind, auch nicht. Und es bringt auch der volkswirtschaftlichen Entwicklung insgesamt nichts. Also man muss immer auch sehen, es geht ja bei solchen Dingen nicht immer nur um die kurzfristige Erinnerung. Wir haben gesehen, dass 2008, 2009 die Regelungen des Kurzarbeitergeldes günstig waren. Das hat geholfen. Wir sind gut damit über die Krise gekommen. Wir haben danach die generösen Bestimmungen beim Kurzarbeitergeld auch wieder kassiert und dann lief es im Arbeitsmarkt sehr gut. In den Wochen, in den Monaten und Jahren danach. Aber nach der Wiedervereinigung war es nicht so günstig. Aber jetzt Pandemie ist ja was anderes als Wiedervereinigung. Absolut. Pandemie ist was anderes, aber wir wissen ja trotzdem, erstens wussten wir nicht von vornherein, wie lange die Pandemie läuft. Zweitens wissen wir immer noch nicht, welche Auswirkungen die Pandemie strukturell haben wird. Also wird das nachher so sein, dass wir weniger Flüge haben, sodass die Lufthansa beschäftigen, besser bei der Bahn sind. Oder hat das so große Auswirkungen, dass am Ende immer 40 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice sind? Ja, und so weiter. Also das heißt, wir stellen natürlich auch Fragen nach den Strukturwandlungen, die unmittelbar nach der Corona-Pandemie, durch die Corona-Pandemie Fortbestand haben werden. Im selben Interview hast du auch gesagt, weil wir vorhin über Schuldenbremse geredet haben, wenn man die Schuldenbremse wegnimmt, sagst du, signalisiert man den Finanzmärkten, wir haben die Demografie in unserem Land nicht im Griff. Das würde das Schuldenmachen verteuern. Warum müssen wir dann Signale an die Finanzmärkte senden? Weil die Finanzmärkte diejenigen sind, die uns refinanzieren. Das Geld, das wir bei Schulden aufnehmen, kommt ja aus den Kapitalmärkten. Wir sind abhängig von den Finanzmärkten. Wir sind abhängig von den Geldgebern. Sagen wir es mal so, sagen wir es nicht so abstrakt, sondern Finanzmärkte sind ja ein abstraktes Konstrukt. Das sind Geldgeber. Das sind solche... Das sind private Unternehmen... Banken, es sind Banken, es sind Privatleute, die Staatsanleihen kaufen, es sind Fonds. Dann machen wir uns ja erpressbar als Staat gegenüber diesen Akteuren. Immer wenn man Schulden macht, macht man sich auch in gewisser Weise erpressbar. Oder man... Man muss sie halt bedienen können. Oder man überlegt, bei jemandem anders Schulden zu machen. Also, dass man das anders organisiert. Ja, man muss aber immer sehen, wie die Marktbedingungen sind und wer einem denn zu guten Konditionen Geld leiht. Und das ist im Moment für den Bund gar kein Problem. Er verdient ja Geld damit, wenn er Schulden macht. Er kriegt ja sogar einen negativen Zins. Also, in Disagio... Da sind wir privilegiert als Deutschland jetzt. Da sind wir als Deutschland privilegiert. Andere haben dieses Privileg nicht. Beispielsweise auch die Vereinigten Staaten nicht, obwohl sie die Weltreservewährung bieten. Die müssen positive Zinssätze liefern. Also, das hängt immer von den Konditionen ab. Und natürlich kann man sagen, ich will die Finanzmärkte nicht. Dann geht man zu einem ordentlichen Kreditteil, der verlangt aber normalerweise höhere Zinsen. Aber warum signalisieren wir die Schuldenbremse wegnehmen, dass wir unsere Demografie nicht im Griff haben? Dass wir das demografische Problem nicht im Griff haben? Also, ich weiß gar nicht, ob ich Demografie... Habe ich Demografie autorisiert? Meine Sorge ist in der Tat, dass die Politik die Pandemie zum Anlass nimmt, um die Schuldenbremse zu beseitigen. Das wäre aus meiner Sicht völlig falsch. Wenn man die Schuldenbremse wegnimmt, signalisiert man den Finanzmärkten, wir haben die Demografie in unserem Land nicht im Griff. Das will Schulden machen, verteuern. Also, das ist ein Fehler. Es ist nämlich nicht so, dass wir die Demografie nicht im Griff haben. Die können wir ja gar nicht im Griff haben, sondern die läuft ja sowieso. Sondern die finanzpolitischen Probleme, die sich aus der Demografie ergeben. Und überhaupt signalisieren wir den Finanzmärkten, wenn wir die Schuldenbremse wegnehmen, dass wir zu einer lockereren Finanzpolitik übergehen und dass man deswegen auch von Seiten der Finanzmarktteilnehmer nochmal neu überlegen muss, ob die Solidität der vergangenen Jahre noch gilt oder ob man von Deutschland höhere Zinsen verlangen muss. Ich habe noch ein anderes Zitat, wieder aus der Welt. Also gibt es offenbar gerne der Welt Interviews. Da hast du auch nochmal gesagt, zum Thema Staatsgläubigkeit hat die Welt gefragt. Und da sagst du, in Deutschland war das Zutrauen in die staatlichen Fähigkeiten schon immer groß, während die Marktwirtschaft eher skeptisch gesehen wird. Lediglich in schlechten Zeiten, wenn sich große Probleme zeigen, steigt die Bereitschaft der Bürger für marktwirtschaftliche Reformen. Dann fragt die Welt, dann steckt in der aktuellen Krise die Chance für eine marktwirtschaftliche Erneuerung. Und du, ja, wenn die Politik die schwierige Wirtschaftslage nutzt, um die Reformbereitschaft der Bevölkerung zu heben. Was müssen wir denn jetzt reformieren? Naja, wir haben ja eine ganze Reihe von Herausforderungen, die anstehen. Wir haben jetzt eben über die Demografie gesprochen, das ist eine Herausforderung. Und da müssen wir so reformieren, Renteneintrittsalter nach oben. Genau. Also mit dieser Regelbindung, wie ich sie formuliert habe. Wir haben den Klimaschutz, mit dem haben wir auch schon gesprochen, CO2-Bepreisung steigern. Und dann sehen... Aber das ist doch jetzt schon passiert. Was gibt es denn da für eine marktwirtschaftliche Reform? Aber es ist ja ein Preis, der sehr niedrig ist. Achso, der muss noch höher. Ich sage ja, der muss höher. Der muss höher und da muss man auf der anderen Seite auch sehen, dass wir zu internationalen Vereinbarungen dahingehend kommen. Also das ist ja jetzt mit der Lösung für die nicht vom EU- Emissionshandelssystem erfassten Sektoren in Deutschland eine Übergangslösung. Das muss auch ausgedehnt werden in der gesamten EU. Auf diese anderen Sektoren, die da jetzt noch nicht erfasst sind in der EU und wir müssen eine weltweite Lösung haben im Sinne eines Klimaclubs. Insbesondere mit den USA. Vermutlich auch mit China. Also Klimaschutz. Demografie habe ich. Wir müssen im Hinblick auf technischen Fortschritt, also bei der Digitalisierung einiges tun. Und da weiß ich schon auch, dass wir Infrastrukturinvestitionen und ähnliches brauchen. Aber vor allen Dingen werden wir hier uns auch überlegen müssen, wo sind unsere Innovationshemmnisse und Veränderungen herbeiführen. Und die vierte Problematik, das ist der gesamte Bereich Internationales und zwar sowohl, was weltwirtschaftliche Zusammenhänge anbetrifft, als auch die europäischen Zusammenhänge, spezifisch im Rahmen der EU und Europäischen Währungsunion. Und auch da steht wahnsinnig viel an, dass Deutschland beeinflussen muss, bei dem Deutschland auch sicherstellen muss, dass wir am Ende zu einem guten Ergebnis kommen. Du hast die Probleme beschrieben, aber was heißt denn das? Also welche Reformen sind denn da nötig? Marktwirtschaftliche Reform. Naja, also nochmal, bei der Demografie, das ist ein Eintrittsalter. Beim Klimaschutz, eine schärfere CO2-Bepreisung und internationale Vereinbarungen. Beim Thema Digitalisierung und technischer Fortschritt, die Innovationsfähigkeit Deutschlands steigern. Und Innovation heißt ja die Umsetzung von neuen Ideen, die wir im Bereich Forschung und Entwicklung haben, in marktfähige Produkte. Und da können wir feststellen, dass Deutschland Probleme hat, Startups zu gründen, Startups in der Wachstumsphase nach vorne zu bringen und damit dafür zu sorgen, dass wir Innovation haben. Das sind wir hinter Staaten wie den Vereinigten Staaten, wie im Vereinigten Königreich, Israel, der Schweiz hinterher. Und da sind eine ganze Reihe von Änderungen notwendig. Wir haben ja, wenn man sich heute anschaut, wie schwierig es ist, Innovation und Investitionen in Deutschland durchzusetzen, und zwar sowohl staatliche wie auch private. Ein enges Geflecht von Regulierungen, die die Investitionen lange Zeit verhindern beziehungsweise auf die lange Bank schieben. Ja, da müssen wir jetzt nicht die Probleme vom Berliner Flughafen ansprechen. Wir können genauso gut beispielsweise über die Ausweitung des Schienenverkehrs an der Rheinschiene reden, wenn es um die staatliche Investition geht. Wir können aber auch beispielsweise über den Bau des neuen Stadions vom SC Freiburg reden. Oder wir können reden über Investitionen, die im Bereich der Gentechnologie von BASF getätigt werden wollten, die dann aber in den USA stattgefunden haben, weil wir es restringiert haben. Beim Klimaschutz fällt dir jetzt nur die CO2-Steuer ein in Sachen marktwirtschaftliche Reform. Brauchten Sie ein paar Regulierungen oder ein paar Verbote, damit die Wirtschaft sich erneuern kann? Man könnte ja der Autoindustrie sagen, hört mal zu, ab 2030 dürfte hier kein Verbrenner mehr neu zulassen. Auf der Schiene sind Sie doch sowieso schon. Da braucht es ja erstens nicht jemanden wie mich, der sagt, das ist alles super, auch wenn ich es nicht super finde. Ich finde, wir schaffen beim Klimaschutz wirklich erst dann das, was wir erreichen wollen, wenn wir bei der CO2-Bepreisung deutlich nach oben gehen. Aber gibt es nicht sonst irgendwelche nötigen Regulierungen, Vorgaben, künftige Verbote? Man könnte ja auch der Lufthansa sagen, okay, wir retten euch, aber 2035 müsste dafür sorgen, dass ihr nur noch klimaneutral fliegt. Von den meisten Verboten in diesem Bereich halte ich nichts. Von welchen Verboten hältst du denn was? Du kannst ja jetzt kein Radikalinski sein und sagen, Verbote sind alles. Nein, nein, natürlich nicht. Gib mir mal ein Verbot, was es noch braucht. Wir haben beispielsweise ein Verbot rückblickend von FCKW-Emissionen vorgenommen, das hat geholfen. Aber was braucht es jetzt künftig? Also für den Klimaschutz braucht es künftig die CO2-Bepreisung. Da brauchen wir keine Verbote, die den Verbrennungsmotor verbieten oder ähnliches. Ich war auch bei Ottmar Edenhofer, der sagt, das kann nicht das einzige Instrument sein. Das wirst du ja wahrscheinlich, er ist ja auch Ökonom. Ja. Gib mir nochmal ein Verbot, was es braucht, um unsere Wirtschaft zu reformieren. Also ich sehe im Moment, wir haben ja eine ganze Reihe von Vorgaben, Geboten und Regulierungen, die wir gerade für den Klimaschutz eingerichtet haben und sehen die Probleme, die es dadurch gibt. Also auch die Ausweichreaktionen, die es dadurch gibt. Von den Geboten, Verboten in dem Bereich halte ich sehr, sehr wenig und vor allen Dingen jetzt nochmal was draufzusetzen zu dem, was wir sowieso schon haben. Ich finde, man muss wirklich setzen auf das preisliche Instrument und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ottmar Edenhofer das anders sieht. Eigentlich weiß ich, dass er es genauso sieht. Er sagt aber nicht nur CO2-Preis. Hat er dir ein Verbot genannt? Mehrere, musst du gucken. Gut, ich gucke gleich. Ich wollte jetzt wissen, ob du mir eins nennen kannst. Verbrennerverbot? Nein. Gut. Lars, vielen Dank für deine Zeit. Komm bitte nochmal wieder. Mach ich gern. Vielleicht auch mal in einer anderen Runde, in einer Größe. Wollen wir nach der Pandemie dann auch mal ein bisschen fortführen. Ist es aktuell ein bisschen schwierig. Und jetzt bin ich gespannt, was das Publikum wissen wollte. Hans. Sehr gern. So, weil sich viele immer drüber mockieren und wundern, was kommt er da mit seinen Zetteln rein? Liebe Leute, es gibt Situationen, da ist handgeschrieben auf Papier einfach die effizienteste Form der Informationsaufbewahrung und Vermittlung. Also das war jetzt eine ziemlich breit angelegte Mischung aus Fachfragen und aus Detailfragen. Eine Frage war mehrfach gestellt, du hast sie schon angesprochen, ist für dich Ökonomik eigentlich Wissenschaft, Naturwissenschaft oder Sozialwissenschaft, du hast es schon mal angedeutet, du siehst es nicht als Naturwissenschaft. Nein, ganz klar. Also meines Erachtens ist die Ökonomie eine Wissenschaft, das ist schon mal wichtig, das wird ja von manchen auch in Frage gestellt. Wir arbeiten wissenschaftlich, also mit der Vorstellung, wie wir sie beispielsweise im kritischen Rationalismus haben, dass man Theorien entwickelt, die müssen nicht mathematisch sein, es sind ja einfach Argumente, sozusagen Sätze, wie Karl Popper das geschrieben hat, die man aufstellt und empirisch überprüfbar macht und dann eben auch empirisch überprüft. Und genau so arbeiten wir in der Ökonomik. Insofern sind wir eine Wissenschaft, aber es ist eine Sozialwissenschaft. Das heißt, wir kümmern uns, indem wir uns um wirtschaftliche Fragestellungen kümmern, teilweise auch darüber hinaus, um politische oder gesellschaftliche, eben um das Soziale. Das ist der Gegenstand, den wir analysieren. und Sozialwissenschaften unterscheiden sich auch deswegen von Naturwissenschaften, weil wir im Unterschied zu diesen in geringerem Maße, wie das so schön statistisch heißt, auf das Gesetz der großen Zahl bauen können. Bedeutet, war da eine Folgefrage, wenn es Sozialwissenschaft ist, hat Ökonomik dann nicht automatisch auch Anteile von Ideologie, und zwar Ideologie jetzt nicht als negativen Begriff verwendet, sondern von Ideen und Gedankengebäude, die diesen wissenschaftlichen Erkenntnis und ihren Methoden zugrunde liegen. Es fließen dann immer Ideen und Gedankengebäude ein, das kennen wir, aber was man natürlich auch im Zeitablauf sieht, ist, dass sie immer unwichtiger geworden sind, dass wir sozusagen einen Mainstream bekommen, der pragmatisch ausgerichtet ist und tatsächlich auch immer in diesen kleineren Schritten vorangeht. Also Wissenschaft ist häufig einfach eine Abfolge von kleinen Schritten, dass man eine bestimmte Fragestellung hat, die sich theoretisch ergibt, die beispielsweise auch in der Praxis aufgetreten ist, wo man dann sagt, der Zusammenhang müsste so und so sein, kausal, und dann überprüfen wir ihn empirisch. Und gerade die empirische Überprüfung ist etwas, was einen dazu zwingt, sich von den Gedankengebäuden zu lösen und zu sehen, wie es in der Wirklichkeit aussieht. Aber ist nicht die Schule, zu der du dich, wenn ich das richtig verstehe, im weitesten Sinne dann doch orientieren würdest, also Ordo-Liberalismus in einer, wenn man so will, modernen Form, baut die nicht auf, auf der Vorstellung, dass es sinnvoll sei, den Akteuren des Wirtschaftsprozesses möglichst wenig konkrete Vorschriften zu machen, sondern sie agieren zu lassen. Das ist doch ein Stück weit eine Ideologie, eine Vorstellung davon, von dem, was gut und richtig ist, im Ordnungsökonomik laufen lassen. Also Ordo-Liberalismus oder Ordnungsökonomik heißt, Wirtschaftspolitik regelorientiert zu machen. Das heißt nicht mit möglichst wenig Restriktionen, so wie du es jetzt formuliert hast, sondern das heißt mit sinnvollen Restriktionen. Also zu fragen, wie muss ich die Rahmenbedingungen setzen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Eucken hat das schön formuliert, es geht darum, eine menschenwürdige Ordnung zu schaffen. Ja, aber genau, menschenwürdig und auch da gibt es eine ganze Reihe von Folgefragen, die beziehen sich darauf, dass du gesagt hast, wir haben doch gar keine ökologische Krise, also keine Klimakrise, sondern wir können das alles bewältigen, wir haben Instrumente. Da wird gesagt, sorry, wir haben schon längst die globale Erwärmung, wir kämpfen jetzt darum, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Denn kaum jemand denkt, dass das noch zu halten ist. Wir sind doch mitten in der Krise drin. Was hast du für einen Krisenbegriff, wird gefragt, wenn du es sozusagen erst dann als Krise bezeichnet, wenn die Kacke am Dampfen ist und die Karre an der Wand hängt. Ja, das ist ein Krisenbegriff, ich glaube, dass den viele so teilen würden. Also wenn wir zurückgehen in die Medizin beispielsweise, habe ja eben gesagt, dass ich als Pflegehelfer in der Psychiatrie tätig war, da nehmen wir die Krise auch als ein Phänomen, das eigentlich erst beim Zusammenbruch auftritt. Also dann, wenn die Schwierigkeit da ist. Und typischerweise versucht man dann im nächsten Schritt zu heilen und irgendwas dagegen zu tun. Das kann natürlich bei so gravierenden Krisen, wie die Klimakrise eine werden kann, kann das soweit sein, dass wir nicht mehr korrigieren können. Das heißt also, solange ich noch Möglichkeiten habe, im Vorfeld präventiv so etwas zu ändern, dass es nicht schlimm wird und wir nicht den Zusammenbruch haben, dann finde ich, sind wir noch nicht in der Krise. Ist dann aber die Arbeit, so wie du sie verstehst, des Ökonomen, auch des politischen Ökonomen, der du ja bist, auch davon gesteuert, dass er sagt, wir müssen frühzeitig Krisensymptome erkennen und sehen, dass wir zu einem Zeitpunkt präventiv gegensteuern können, um die Krise am Ausbruch zu verhindern. Ist das Aufgabe? Ich glaube, wir müssen also frühzeitig erkennen, was passiert, um etwas dagegen zu tun, damit wir einen solchen Zusammenbruch der Systeme nicht bekommen. Was bedeutet das? Auch das war direkte Folgefrage für die Krise, in der wir sind. Die Pandemie wird direkt verknüpft mit einer ökonomischen Frage. Frage, wie ist aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht eigentlich der No-Covid-Ansatz zu bewerten, der ja sagt, drei Wochen harten Lockdown und dann können wir auch wieder öffnen im Vergleich zu dem, was wir seit einem Jahr haben, so ein Stück weit ein Lockdown-Jurjo. Wo ist der Schaden und der Nutzen größer? Ja, das ist eine schwierigere Frage. Also einerseits habe ich durchgehend in dieser Corona-Pandemie versucht, klarzumachen, dass es den einfachen Zielkonflikt zwischen Wirtschaft und Gesundheit nicht gibt. Dass man also sehr klar sehen muss, dass die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die wir in der Pandemie haben, dazu führen würde, auch ohne Lockdown, dass die Menschen zu Hause bleiben, auch sehr viel mehr an Vertrauen verlieren und die wirtschaftliche Aktivität nicht weitergehen würde. Und wir sehen das beispielsweise ja auch in Schweden. Wir sehen es auch in historischen Untersuchungen anderer Pandemien in der Vergangenheit. Also diesen einfachen Zielkonflikt gibt es nicht. Was man dann auch wirtschaftspolitisch am besten macht, ist eine gute Anti-Pandemie-Politik. Also einerseits zu sagen, wir versuchen in den Wellen die Infektionszahlen möglichst niedrig zu halten, damit unser Gesundheitssystem nicht umkippt, also die Intensivstationen nicht überfüllt sind und gegebenenfalls Triageentscheidungen getroffen werden müssen. Würdest du, weil das wirklich gefragt wurde, würdest du im Moment dafür sein, wie auch Clemens Fuß das ist als Ökonom, zu sagen, jetzt wäre eine No-Covid-Strategie mit hartem Lockdown für eine gewisse Zeit in der Wiedereröffnung, sowohl medizinisch, ethisch als aber auch ökonomisch das Richtige? Ja, dafür habe ich mich eingesetzt, wobei man immer auch nochmal fragen muss, mit welchen Instrumenten, also im Unterschied zu dem, was wir letztes Frühjahr hatten, dafür wurde doch Clemens Fuß jetzt in der No-Covid-Strategie, in dieser No-Covid-Gruppe, nicht die Grenzschließung. Und das bedeutet natürlich, dass wir unsere internationalisierten Wertschöpfungsketten weiter beibehalten könnten. Das heißt, das würde nicht zu dieser No-Covid-Strategie gehören, dass wir die Industrie zumachen. Also nicht Zero-Covid, No-Covid ist ja was anderes. Ganz genau. Also für No-Covid bist du. Absolut. Das heißt natürlich, dass ich auch in den Diskussionen, auch in den vergangenen Tagen immer wieder betont habe, wie wichtig meines Erachtens eine Ausgangssperre ab höheren Inzidenzen, also beispielsweise eine Inzidenz von 100 ist und dass sie effektiv sein kann, was wir auch in verschiedenen Zusammenhängen gesehen haben. So sehr das im Moment auch noch empirisch umstritten ist, ich glaube, dass wir mit einer solchen Ausgangssperre schon vorankommen würden. Es wurde gefragt zum Stichwort Mindestlohn, das würde dich nicht wundern, wo du dich relativ früh sozusagen durchaus kritisch dagegen positioniert hast. Jetzt gibt es Fragestellte, die sagen, deine Prognosen Mindestlohn würde Arbeitsplätze vernichten, sind nicht eingetreten. Hat das bei dir zu einer Veränderung der Denkweise geführt? Nein, also nochmal, ich meine, ich habe gegen den Mindestlohn, lass mich mal ausführen, ich meine, ich habe gegen den Mindestlohn argumentiert und gesagt, dass die Gefahr besteht, dass es massiv Arbeitsplätze kostet in dem Interview. Ich habe danach im Jahresgutachten, in dem wir den Mindestlohn abgelehnt haben von Seiten des Sachverständigenrates ist eine Prognose enthalten, die wir gemacht haben, wie viel der Mindestlohn bei seiner Einführung 2015 an Jobs kosten würde. Das beläuft sich auf 100.000 Beschäftigungsverhältnisse. Und wenn man sich jetzt heute im Nachhinein die Studien anschaut, die zur Wirkung des Mindestlohns durchgeführt worden sind, dann findet man ungefähr 100.000 Beschäftigungsverhältnisse, die verloren gegangen sind aufgrund des Mindestlohns. Aber angesichts der sehr guten konjunkturellen Entwicklung hat das überhaupt keine Rolle gespielt, weil wir so viele zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse in anderen Zusammenhängen bekommen haben. Insofern bin ich, was die Prognose anbetrifft, immer sehr klar und sage, die Prognose, die wir damals gemacht haben, hat sich nicht als falsch herausgestellt. Was ich im Interview, auf was ich da abgezielt habe, das steht auch in dieser Ablehnung des Mindestlohns im Jahresgutachten drin. Wenn wir dann einen politisch getriebenen Mindestlohn bekommen, der immer höher gesetzt wird und dann auch immer mehr Arbeitsverhältnisse erfasst, die sich dann nicht mehr lohnen für die Arbeitgeber, dann kriegen wir auch höhere Arbeitslosigkeit. Und das ist genau das Problem, das ich nicht haben will. An der Stelle bleibe ich weiter kritisch. Ich bin heute auch gegenüber einem Mindestlohn von 12 Euro von jetzt auf gleich ausgesprochen kritisch. Und ich habe mich aber andererseits in der Mindestlohnkommission, da sind die Wissenschaftler ja nur beratend und auch nicht entscheidend tätig, dafür eingesetzt, dass wir jetzt diese Steigerung in den zwei Jahren ab 2020 bekommen bis Ende 2021, die verabschiedet worden sind und die ja ab dem kommenden Jahr durchaus auch eine kräftigere Erhöhung beinhalten. Da gibt es eine Frage im Zusammenhang. Wärest du für eine Abschaffung oder drastische Reduzierung des Kündigungsschutzes, wenn es gekoppelt wäre, an Mindestlohn, der das sozusagen dann von der Einkommens- und Existenzsicherungssituation kompensieren würde? Ich halte den Mindestlohn nicht für ein gutes sozialpolitisches Instrument. Ich finde, dass man in ein System sinnvollerweise auch in Deutschland übergehen könnte, bei dem wir weniger Kündigungsschutz auf der einen Seite haben und mehr soziale Absicherung auf der anderen Seite. Aber das sollte dann durch die Arbeitslosenversicherung realisiert werden und nicht durch den Mindestlohn. Ich denke, dass der Mindestlohn ein arbeitsmarktpolitisches Instrument sein kann, insbesondere indem regionale Marktmacht von Arbeitgebern korrigiert wird durch den Mindestlohn. Das haben wir gerade auch im Dienstleistungsbereich immer wieder und da hat er eine sehr gute Funktion und kann wirken. Und wenn es dann gelingt, mit der unabhängigen Mindestlohnkommission sozusagen vom Governance-Konstrukt her weiter voranzugehen, dann denke ich, dass wir mit dem Mindestlohn auch zukünftig gut leben können. Also sozusagen Mindestlohn nur als Instrument gegen die schlimmsten Auswüchse des Raubtierkapitalismus. Ja, gegen die schwarzen Schafe, die es da vor Ort gibt, genau. Ja, manche Herde besteht ja überwiegend aus schwarzen Schafen, denkt man manchmal. Gut. Es wurde dann auch gefragt zum Thema, also Mindest ist eine wichtige Kategorie, globale Mindeststeuern sind in der Diskussion. Gut, nicht gut? Ja, ich finde, dass die Mindestbesteuerung ja noch, bei dem, was wir alles in der Diskussion jetzt haben zur internationalen Besteuerung, ein Instrument ist, das am wenigsten schädlich ist. Also Biden scheint sich in die Spur zu begeben. Ja, und die Amerikaner haben auch schon unter Trump eine Mindestbesteuerung eingeführt. Also was Biden jetzt vorschlägt, ist eine relativ hohe Mindestbesteuerung, die meines Erachtens nicht realisiert werden wird. Denn dazu gibt es viel zu viele Länder, die sich dagegen wenden, die viel niedrigere Körperschaftssteuern haben. Ich finde, dass Steuerwettbewerb durchaus positive Effekte haben kann. Ich habe das ja schon seit meiner Dissertation auch analysiert, sowohl im nationalen Umfeld in der Schweiz als auch international in verschiedenen Zusammenhängen. Und deswegen denke ich, dass die Auswüchse, die wir da haben, spezifischer angegangen werden müssen. Und wir werden mit einer Mindestbesteuerung ein gewisses Grundproblem, das es seit Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten in der internationalen Besteuerung gibt, nicht einfach lösen können. Und zwar, dass bestimmte Steueroasen, die geschützt sind durch besonders starke Länder, Großbritannien und die Vereinigten Staaten, dass diese Steueroasen nicht von außen ausgetrocknet werden können. Letztlich ist der Schutz, den die Briten und den die Amerikaner diesen Steueroasen bieten, zu groß. Eine Oase wie die Cayman Islands würden ohne Großbritannien nicht funktionieren. Und Ähnliches können wir an anderen Stellen sagen. Deswegen finde ich immer auch diese Diskussion um die internationale Besteuerung so ein bisschen falsch in gewisser Weise. Weil man falsch und der Ausdruck fällt mir nicht ein, es ist eine Art von Hypocrisy, die da stattfindet. Die Briten haben immer gerne mitgemacht bei Steuerharmonisierung. Scheinheiligkeit. Ja, Scheinheiligkeit ist vielleicht ein ganz guter Ausdruck. Immer gerne mitgemacht bei Steuerharmonisierung, aber immer dafür gesorgt, dass sie davon nicht wirklich betroffen sind. Und das ist glaube ich der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Letztlich gelingt uns das jetzt mit einem Großbritannien außerhalb der EU schlechter. Denn die Briten werden versuchen, ihre Vorteile, die sie für ihr Wirtschaftssystem außerhalb der EU zu ergattern suchen, eben auch mit mehr Steuerwettbewerb zu erreichen suchen. Was sagst du zu der These, dass die Prognosen im Hinblick auf wachsende Inflation, auch infolge von wachsender Schuldenaufnahme von Staaten, sich in der Vergangenheit immer als falsch erwiesen haben? So formuliert ist es nicht korrekt, weil wir natürlich schon immer würde ja heißen, wir gehen historisch weit zurück und das funktioniert natürlich nicht. In den letzten zehn Jahren würde ich zugeben, dass es der Fall ist. Aber das hat sehr stark auch damit zu tun, dass man unterschätzt hat, wie verletzt das Bankensystem aus der Finanz- und Bankenkrise herausgegangen ist. Und auch da gibt es lange zurückreichende Analysen, die sagen, naja nach einer Bankenkrise sind die Systeme schon sehr vulnerabel und bis wir dann zur Inflation kommen, dauert es ziemlich lange. Bis also die Probleme in den Bankbilanzen bereinigt sind, dauert lange. Das haben wir gerade in der Währungsunion gehabt. Während die Vereinigten Staaten, die schneller und auch konsequenter ihr Bankensystem bereinigt haben, sowohl im Management als auch in den Bilanzen, sind ja frühzeitiger zu höheren Inflationsraten zurückgekommen. Die immer noch sehr bescheiden sind, ja. Die sind immer noch bei zwei Prozent, aber es lag natürlich auch daran, dass die Geldpolitik nicht noch, also nicht viel lockerer geworden ist. Das ist jetzt anders. Also sowohl die Geldpolitik als auch die Finanzpolitik in den USA sind jetzt doch ganz anders, sodass man sich auf der anderen Seite jetzt auch nicht in Sicherheit wiegen sollte, dass das Inflationsphänomen nicht auftritt. Die Wirtschaftstheorie, für die du vertrittst, ist glaube ich mit dem Anspruch auf Wachstum nach wie vor verbunden. Da war die konkrete Frage, wie kann man sich Wachstum, ökonomisches Wachstum vorstellen, da wir auf der anderen Seite eine ökologische Begrenzung der Ressourcen haben? Also die Begrenzung der Ressourcen ist ja sowieso das eigentliche Phänomen, mit dem sich Ökonomin und Ökonomen beschäftigen. Es geht um Knappheit und die Frage, wie man mit Knappheit umgeht. So beginnt eine Einführung in die Volkswirtschaftslehre, wenn sie gut gemacht ist. Von daher ist das überhaupt nichts Neues, dass es um die Begrenzung von Ressourcen geht und die Frage, wie man damit umgeht. Ein Problem, das wir im Hinblick auf Wachstum ansprechen müssen, ist, wie kommt Wachstum überhaupt zustande? Wachstum ist heute viel, viel weniger Ressourcenverbrauch als vor 20 Jahren. Relativ. Relativ gesehen, natürlich. Absolut ist es mehr. Relativ gesehen. Und der Ressource ist die Relation eigentlich egal. Das, was wir aber an Wachstum hauptsächlich erreichen, ist eine Verbesserung der Qualität unserer Lebensstandards sozusagen. Und da sehen wir auch ressourcenschonender. Wir haben ja jetzt eben Thilo und ich darüber geredet. Ich komme aus dem Saarland. Das ist eine Gegend, die sehr stark auf Montanindustrie gesetzt hat. Wenn ich als Jugendlicher in den 70er, Anfang 80er Jahren zur Kehrwoche nach draußen ging und den Bürgersteig gekehrt habe, gab es immer eine schöne dicke Kohleschicht aus dem nahen Kohlekraftwerk auf der Fensterbank unseres Hauses. Das gibt es schon seit 30 Jahren nicht mehr. Weil wir mit ganz anderen Bedingungen vorgehen. Also der entscheidende Punkt ist doch, wie schaffe ich es denn, die Lebensstandards durch eine Qualitätssteigerung zu erreichen, die letztlich auch wachstumsrelevant ist und dabei ressourcenschonend vorzugehen. Das kann man beispielsweise auch erreichen, indem ein stärker kreislaufwirtschaftlich vorgeht. Wir sind heute im Recycling viel, viel besser als wir das vor 30 Jahren gewesen sind. Aber immer noch wird mehr an Ressource entnommen, als nachgebildet werden kann. Und das verträgt sich dann eben logisch sozusagen nicht mit dem Anspruch auf Wachstum, der nach wie vor doch auch von euch vertreten wird. Ihr sagt ja nicht, oder ich habe das nicht gehört und gelesen, ihr sagt doch aber nicht, Wachstum nur soweit, wie es die Absolutheit der Ressource nicht überschreitet. Oder sagt ihr das? Eben. Ja gut, aber die Frage ist doch, wenn wir das langfristig diskutieren, im Hinblick auf die Frage, wann sind die Ressourcen so weit ausgebeutet, dass unsere Erde nicht mehr überleben kann. Zum Beispiel bei 2, wie viel Grad? Ja, aber da sind wir bei einem ganz spezifischen Punkt. Und bei 2, so und so viel Grad, also ich meine, ich kann natürlich versuchen, in einem großartigen Entwurf kreislaufwirtschaftlicher Vorstellungen der Postwachstumsbewegung ziemlich allgemeine Forderungen aufzustellen. Ich finde, zur Problemlösung trägt das meines Erachtens null bei, wenn nicht sogar negativ. Wenn wir über das 2-Grad-Ziel reden, dann fragen wir ganz konkret, wie erreichen wir das? Und dann sage ich, lass uns möglichst bald zu einem CO2-Preis von 100 Euro je Tonne kommen, dann sparen wir CO2 ein und haben eine Chance, die 2 Grad zu erreichen. Wir werden dazu auch eine internationale Vereinbarung brauchen. Das wird nicht ohne gehen. Und wir werden dazu, damit die Volkswirtschaften nicht zu sehr geschädigt werden, eben auch begleitende Maßnahmen haben müssen, damit sie mit neuen Technologien, Wasserstoff und so weiter auch weiter nach vorne kommen. Aber das ist eine ganz konkrete Aufgabe. Und die ist mir an der Stelle viel wichtiger. Im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft bin ich mittlerweile in der Hinsicht weiter oder offener geworden, weil ich denke, dass wir jetzt zu konkreteren Vorstellungen kommen können, wie man sie umsetzt, als wir das vor 20 Jahren versucht haben. Auch mit Sanktionen? Ja, natürlich brauchen wir dafür auch Sanktionen. Was wären Verbote? Nein, ich meine, ein Verbot heißt für mich immer auch ein Absolutheitsanspruch. Ich kann das, konnte das Verbot von Atomenergie ganz gut nachvollziehen und mit unterschreiben. Ich bin bei anderen Verbotsvorgaben immer sehr, sehr vorsichtig. Also ich finde, man muss schon auch versuchen, die Möglichkeit, die Zielkonflikte in einem Abwägungsprozess zu lösen, so weit wie möglich offen halten, während ein Verbot immer einen Absolutheitsanspruch hat. Kreislaufwirtschaft würde ich auch nicht unbedingt im Sinne eines Verbots definieren wollen, sondern wenn wir uns in diese Richtung bewegen, eben an Regulierung und damit Geboten, die uns in diese Richtung bringen können. Zwei letzte Fragen. Armin Laschet ist nun wohl von Söder akzeptiert, Kanzlerkandidat der Union. Wenn er dich fragen würde, willst du mein Wirtschaftsminister werden, ja oder nein? Auch da gibt es nicht einfach ein Ja oder Nein. Ach. Nein, der Punkt ist einfach der, genau. Es gibt immer auch ein Vielleicht und am Schluss vielleicht dann irgendwie eine Einschätzung. Ich muss sagen, ich habe eigentlich nicht so richtig viel Lust in die Politik zu gehen. Es ist mir ein, also erstens ist mir mein Job als Professor an der Universität viel, viel wichtiger und viel, viel angenehmer. Und auf der anderen Seite ist es schon auch so, wenn das spezifisch das Wirtschaftsministerium ist, dann würde ich vermutlich ablehnen, weil die Gestaltungsmöglichkeiten im Wirtschaftsministerium sind relativ gering. Die wirtschaftspolitischen Gestaltungsmöglichkeiten liegen im Finanzministerium. Ah ja, also das wäre dann reizvoller für dich. Aber das ist ja wieder die Partei möglicherweise wunderschön. Ne, wir wissen ja nicht, wie die Bundesregierung ist. Okay. Und die allerletzte Frage. Bist du als Ökonom, als Bürger, als liberaler Gesellschaftsmensch für die Legalisierung von Cannabis? Hätte die eine ökonomische Auswirkung, einen Vorteil oder Nachteil? Kann man das berechnen? Ja, ich finde das schwer zu berechnen. Aber ich habe mich auch für die Legalisierung von Cannabis immer schon frühzeitig eingesetzt. Also meine Faszination, so wie eben beschrieben von meinem ersten Lehrer Werner Pomerene, die entstand dadurch, dass er sich für eine Liberalisierung von Drogen eingesetzt hat. Und damals war es eine Vorstellung eben, nicht nur Cannabis, sondern weiterzugehen. Das fand ich interessant, das ökonomisch argumentiert zu sehen. Alkohol? Alkohol ist sowieso ja schon liberalisiert. Natürlich könnten wir jetzt darüber reden, was bringt das denn, wenn wir es besteuern, genauso wie wir sonst die Gesünden steuern, wie die Alkoholbesteuerung, die es ja in verschiedenen Dimensionen gibt, haben. Was das dann an Möglichkeiten bietet, wenn man so eine Besteuerung von Cannabis hätte, statt eines Verbots des Handels und so weiter. Also das sind alles Dinge, die wir besprechen könnten. Es gibt auch gewisse gesundheitliche Vorzüge, die aber ja schon zu nutzen möglich sind. Das könnte man auch spezifischer machen, aber meines Erachtens ist es andererseits auch eine Droge, die dann doch relativ wenige Schäden verursacht. Aber da bin ich vorsichtig abwägend. Ich habe durchaus auch in meiner Zeit in der Psychiatrie erlebt, dass es Drogenpsychosen gibt, die durch übermäßigen Cannabiskonsum zustande gekommen sind. Also auch da ist es jetzt nicht einfach von mir aus ein sich hinter die Fahne der Liberalisierung des Drogenkonsums stellen. Ich denke schon auch, dass da die Wege typischerweise in der Mitte liegen. Lars, danke schön, dass du auf die Fragen eingegangen bist. Danke für euer Interesse, eure Zeit. Wie ihr dieses Format unterstützen könnt, wisst ihr. Ein paar Namen, die das im vergangenen Monat getan haben, seht ihr im Abspann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, alles Gute. Wir bleiben jetzt noch mal. T腿. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020